Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Sie hören Agatha Raisin und der Tote Kaplan von MC Beaton. Es liest Julia Fischer. Regie Daniela Utecht. Allmählich begann Agatha zu glauben, dass sie nie wieder Interesse an irgendetwas haben würde. Sie hatte an ihren Ex-Mann James Lacey im französischen Kloster geschrieben, wo er sich angeblich auf den Beitritt in den Orden vorbereitete. Doch einen Monat später kam ein Brief, dass man dort nichts mehr von Mr. Lacey gehört hätte. Er wäre weggefahren und hätte versprochen wiederzukommen, war seither jedoch nicht mehr gesehen worden. Also hat James mich schlicht satt gehabt und die Scheidung gewollt, dachte Agatha unglücklich. Und das Kloster hatte er als Vorwand benutzt, um der Ehe zu entkommen. Sie schwor, sich nie wieder für einen Mann zu interessieren, was ihren Nachbarn John Armitage mit einschloss. Folglich ließ sie auch die Neuigkeit, dass der Vicar auf Bloxby einen Kaplan bekommen sollte, gänzlich ungerührt, während die übrigen Bewohner von Carsley darüber völlig aus dem Häuschen waren. Agatha ging regelmäßig in die Kirche, weil sie mit der Vikarsfrau befreundet war und es deshalb als ihre Pflicht erachtete. Mit geistiger Erhebung hatte es nichts zu tun. Aus demselben Grund fühlte sie sich zur Mitgliedschaft im Frauenverein von Carsley verpflichtet, wo die Damen aus dem Dorf über ihre jüngsten wohltätigen Projekte sprachen. Es war ein warmer Augustabend, als Agatha müde zum Pfarrhaus trottete. Sie sah vollkommen verändert aus. Kein Make-up, flache Sandalen und ein weites Baumwollkleid. Miss Sims, die Sekretärin, las das Protokoll des letzten Treffens vor. Alle waren draußen im Garten. Mrs. Bloxby war kürzlich zur Vorsitzenden gewählt worden. Nachdem Tee und Gebäck herumgereicht worden waren, warnte sich die Vikarsfrau an die Gruppe. Wie Sie wissen, meine Damen, trifft nächste Woche unser neuer Kaplan ein. Sein Name ist Tristan Dallon und sicher möchten wir alle ihn herzlich willkommen heißen. Wir werden am nächsten Mittwoch einen kleinen Empfang ausrichten, zu dem ganz Carsley eingeladen ist. War das nicht ein bisschen viel für ihn? fragte Miss Jellop, eine hagere Frau mittleren Alters, die lispelte und große Basedow-Augen hatte. Agatha fand, dass sie an ein Kaninchen mit Myxomatose erinnerte, auch wenn das kein sehr freundlicher Gedanke war. Ich glaube nicht, dass das Interesse allzu groß sein wird, entgegnete Mrs. Bloxby bedauernd. Leider ist die Zahl der Kirchenbesucher dieser Tage nicht mehr sehr groß. Zynisch dachte Agatha, dass Gratis-Essen und Getränke die Leute in Scharen herbeilocken würden. Sie würde nicht hingehen, denn sie war erst kürzlich aus London zurückgekehrt, wo sie einen Auftrag für die Werbekampagne einer neuen Seife namens Mystic Health übernommen hatte. Agatha musste zur Markteinführung wieder nach London und hatte vor, die Woche über dort zu bleiben und ein bisschen einzukaufen. Am Ende der darauf folgenden Woche war Agatha auf dem Weg zur Paddington Station und fragte sich, warum London für sie keinerlei Zauber mehr besaß. Die Stadt kam ihr schmutzig, laut und bedrohlich vor. Die große Werbeparty für die neue Seife hatte sie nicht besonders genossen, denn sie hatte das Gefühl, sich in einer ihr inzwischen fremden Welt zu bewegen. Und was wartete daheim in Carsley auf sie? Nichts. Nichts als Hausarbeit, der Frauenverein und ein Spaziergang durchs Dorf. Als sie aber ihren Wagen am Bahnhof von Morton & Marsh einsammelte und sich auf die kurze Fahrt machte, spürte sie, wie sich ihre Stimmung aufhellte. Sie würde Mrs. Bloxby besuchen, im kühlen, grünen Pfarrhausgarten sitzen und sich gleich besser fühlen. Mrs. Bloxby freute sich, sie zu sehen. »Kommen Sie rein, Mrs. Raisin! Ist das eine Hitze!« rief die Vikarsfrau aus und strich sich einige graue Haarsträhnen aus dem Gesicht. »Setzen wir uns in den Garten. Was für Neuigkeiten bringen Sie!« Beim Tee bot Agatha ihr einen weidlich ausgeschmückten Bericht von ihren Londoner Erlebnissen dar. »Und wie ist der neue Kaplan?«, fragte sie schließlich. »Er macht sich glänzend. Den armen Arf hat eine Sommergrippe erwischt und Mr. Dallon übernimmt die Gottesdienste.« Sie kicherte. »Ich habe es Arf nicht erzählt, aber letzten Sonntag gab es in der Kirche nur noch Stehplätze. Von überall her reisen Frauen an.« »Warum? Ist er so ein guter Prediger?« »Das ist es nicht, nein. Ich denke, es liegt daran, dass er einfach sehr gut aussieht.« »Er sieht gut aus? Ein hübscher Kaplan?« »Ist er schwul?« »Nein, ich glaube nicht, dass er schwul ist. Er ist sehr charmant.« »Sie sollten diesen Sonntag in die Kirche kommen und sich selbst überzeugen.« »Vielleicht mache ich das.« »Und der Kaplan bei Ihnen?« »Nein, wir haben ein Zimmer für ihn bei der alten Mrs. Feathers im Dorf gefunden.« »Wie Sie wissen, wohnt sie gegenüber von der Kirche, was ein Glück ist.« »Natürlich hatten wir damit gerechnet, ihn bei uns unterzubringen, denn wir haben reichlich Platz, aber das wollte er nicht.« »Er sagt, dass er sich recht gut steht. Er hat ein kleines Einkommen aus einem Treuhandfonds der Familie.« »Ich gehe mal lieber wieder zu meinen Katern zurück,« sagte Agatha und stand auf. »Und kommen Sie am Sonntag zur Kirche?«, fragte Mrs. Bloxby. »Ich würde gerne hören, was Sie zu unserem Kaplan sagen.« »Ach ja?« Agathas Bärenaugen blitzten interessiert auf. »Haben Sie Vorbehalte gegen ihn?« »Mir scheint er zu gut, um wahr zu sein. Aber ich darf nicht nörgeln. Es ist ein Glück, dass wir ihn haben.« »Ehrlich gesagt, fürchte ich, mein armer Arf ist ein bisschen eifersüchtig.« »Wie furchtbar, dass für einen Vicar sein muss, von dem doch erwartet wird, dass er sich wie ein Heiliger benimmt,« sagte Agatha. »Na schön. Ich werde am Sonntag da sein.« In ihrem Cottage riss Agatha umgehend alle Fenster und die Terrassentür in der Küche auf, um die Kater in den Garten zu lassen. Hodge und Boswell flitzten nach draußen. Es klingelte und Agatha ging zur Haustür. Draußen stand ihr Nachbar, John Armitage. »Ich wollte dich nur begrüßen, da du wieder zurück bist,« sagte er. »Danke,« entgegnete Agatha. »Ach, komm doch rein und trink etwas.« Es überraschte sie jedes Mal wieder, wie gut er mit seinem leicht sonnengebräunten Gesicht, dem hellen Haar und den grünen Augen aussah. Er war ungefähr in ihrem Alter, doch sein Gesicht war glatt und er wirkte jünger, was sie beinahe so sehr ärgerte wie die Tatsache, dass er einen Annäherungsversuch gewagt hatte, weil er dachte, sie wäre leicht zu haben. Überdies war er ein erfolgreicher Krimi-Autor. Sie nahmen ihre Drinks mit in den Garten. »Also, was war hier los?« »Schreiben und Wandern. Ach ja, und ich bin restlos angeödet davon, dass sämtliche Frauen im Dorf schwärmen, wie wunderbar der neue Kaplan ist.« »Ist er denn wunderbar?« »Dämlicher Schleimer. Du bist bloß sauer, weil du nun nicht mehr von allen angeschmachtet wirst.« »Könnte sein. Hast du ihn gesehen?« »Bisher hatte ich keine Zeit dazu. Ich gehe am Sonntag in die Kirche und schaue ihn mir mal an.« »Iss mit mir am Sonntag nach der Kirche zum Mittag.« »Gut«, sagte Agatha. »Danke.« Am Sonntag trafen sie und John exakt fünf Minuten vor Gottesdienstbeginn bei der Kirche ein und stellten fest, dass es keinen einzigen Sitzplatz mehr gab. Sie mussten hinten stehen. Die Tenorglocke über ihnen im Turm verstummte. Dann trat Tristan Dallon an den Altar und drehte sich um. Agatha spähte um den riesigen Hut einer Frau vor ihr herum und schnappte verblüfft nach Luft. Der Kaplan war wunderschön. Wunderschön. Er stand am Altar, wo ein einfallender Sonnenstrahl seine goldenen Locken aufleuchten ließ, seine helle Haut, seine großen blauen Augen und den perfekten Mund. Agatha war wie benommen. Wie von selbst sang sie die Kirchenlieder mit und lauschte den Bibellesungen. Dann stieg der Kaplan auf die Kanzel und begann eine Predigt über Nächstenliebe. Agatha lauschte jedem Wort einer Predigt, die sie unter normalen Umständen als gefühlstriefend und langweilig abgetan hätte. Am Ende des Gottesdienstes brauchten sie ewig, um aus der Kirche zu kommen. So viele Leute wollten mit dem Kaplan reden, der nun am Portal stand. Schließlich war Agatha an der Reihe. Tristan blickte ihr in die Augen und hielt ihre Hand fest. Eine wunderbare Predigt, schwärmte sie. Er lächelte sie warmherzig an. Ich bin froh, dass sie kommen konnten. Wohnen sie weiter weg oder sind sie aus dem Dorf? Ich wohne hier, in der Leiloglain, antwortete Agatha haspelnd. Das letzte Cottage. John räusperte sich ungeduldig hinter ihr und widerwillig ging Agatha weiter. Ist er nicht unglaublich, fragte Agatha, als sie zum Pub gingen, dem Red Lion, wo sie zum Mittagessen wollten. Hm, war Johns Reaktion. So kam es, dass sie im Pub vor ihrem Mittagessen saßen und Agatha fortfuhr. Ich glaube, ich habe noch nie solch einen schönen Mann gesehen. Und er ist auch noch groß, über einen Meter achtzig. Meinst du nicht auch? Irgendwas stimmt mit dem nicht, sagte John. Und die Predigt war auch nicht berauschend. Ach, du bist nur neidisch. Ob du es glaubst oder nicht, Agatha, ich bin nicht die Spur neidisch. Allerdings hätte ich nicht gedacht, dass ausgerechnet du dich von dem guten Aussehen eines jungen Mannes blenden lässt. Ich dachte, du bist anders als all die anderen albernen Frauen. Reden wir über etwas anderes, forderte Agatha angesäuert. Wie kommst du mit deinem neuen Buch voran? John begann zu reden und Agatha ließ seine Worte zum einen Ohr herein und zum anderen wieder hinaus, während sie überlegte, wie sie es schaffte, den Kaplan allein zu sehen. Nach dem Mittagessen war Agatha froh, John los zu sein und sich ganz ihren farbenfrohen Träumen vom Kaplan hinzugeben. Zu gerne hätte sie Mrs. Bloxby besucht, aber sonntags hatte die Vikasfrau viel zu tun, daher musste sie sich bis Montagmorgen gedulden. Dann eilte sie zum Pfarrhaus, wo sie jedoch nur Arf antraf, den Vikar, der ihr spitz mitteilte, dass seine Frau auf ihrer Runde durch die Gemeinde war. Ich war am Sonntag in der Kirche, sagte Agatha, so voll habe ich sie noch nie gesehen. Ach nein, entgegnete der Vikar kühl. Hoffen wir, dass sie auch so voll ist, wenn ich nächsten Sonntag meine Pflichten wieder übernehme. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen wollen. Leise schloss er die Tür. Agatha stand da und kochte vor Wut. Als sie eben weggehen wollte, sah sie Mrs. Bloxby kommen. Verzückt winkte Agatha ihr zu. Wollten Sie zu mir? fragte Mrs. Bloxby. Kommen Sie mit rein, ich mache uns einen Tee. Mrs. Bloxby öffnete die Pfarrhaustür. Für mich bitte Kaffee. Agatha folgte ihr in die Küche. Mrs. Bloxby bereitete zwei Becher Kaffee zu und trug sie auf einem Tablett hinaus in den Garten. Diese entsetzliche Hitze, sagte sie und stellte das Tablett auf den Gartentisch. Sie macht alle so unleidlich. Ich war am Sonntag in der Kirche, begann Agatha, und ich war sehr beeindruckt von dem Kaplan. Ach, unser Mr. Dallon, haben Sie neben seinem außergewöhnlich guten Aussehen noch etwas bemerkt? Ich habe am Portal mit ihm gesprochen, er schien charmant. Ja, auch das ist er. Sie mögen ihn nicht und ich weiß auch warum, sagte Agatha. Aha, weil er die Kirche füllt, wie es Mr. Bloxby nie könnte. Mrs. Raisin, wann war ich jemals kleinlich? Entschuldigung, aber erscheint solch ein wunderbarer Prediger. Oh ja, ich habe vergessen, worum es in seiner Predigt ging. Äh, helfen Sie mir auf die Sprünge. Doch so sehr Agatha sich auch bemühte, konnte sie sich nicht erinnern, was das Thema gewesen war, und sie errötete unter Mrs. Bloxbys mildem Blick. Wissen Sie, Mrs. Raisin, Schönheit ist gefährlich. Sie kann die Charakterbildung hemmen, weil andere stets bereit sind, attraktiven Menschen gute Eigenschaften zuzuschreiben, die sie nicht besitzen. Bei ihrer Heimkehr fühlte Agatha sich rastlos und unzufrieden. Sie hatte wieder angefangen, sich zu schminken und ihre elegantesten Sachen zu tragen. Sicher würden ihre Begegnungen mit dem Kaplan nicht auf die einminütigen Unterhaltungen am Kirchenportal beschränkt bleiben. Es läutete. Allzeit hoffnungsfroh überprüfte Agatha Haar und Make-up im Dielenspiegel, bevor sie öffnete. Es war Miss Sims, die Sekretärin des Frauenvereins. »Kommen Sie rein«, lud Agatha sie ein. Sie freute sich über die Ablenkung. Miss Sims stöckelte auf ihren hohen Absätzen hinter Agatha her. »Ist er nicht umwerfend?«, hauchte Miss Sims, während sie auf einen Küchenstuhl sank. »Ich habe Sie in der Kirche gesehen.« »Der Kaplan?« »Ja, er ist recht nett anzusehen.« »Mehr als das«, sagte Miss Sims, »er hat die Gabe.« »Welche Gabe?« »In Zungen zu reden?« »Nein, zu heilen.« »Ich hatte diese schrecklichen Rückenschmerzen, und als ich ihn im Dorf traf, habe ich ihm davon erzählt.« »Er hat mich mit zu sich genommen, seine Hände auf meinen Rücken gelegt, und ich konnte fühlen, wie es ganz heiß wurde.« »Ja, das möchte ich wetten«, dachte Agatha verschnupft. »Und die Schmerzen waren weg.« »Einfach so!« Klappern war zu hören, als Agathas Putzhilfe Doris Simpson mit dem Staubsauger die Treppe herunterkam. Sie blickte zur Küche herein. »Ich mache nur noch das Wohnzimmer, dann bin ich weg«, sagte sie. »Wir reden gerade über den neuen Kaplan«, erklärte Miss Sims. »Ah, der«, schnaubte Doris. »Fieser Schleimer!« »Warum nennst du Tristan einen fiesen Schleimer?« »Weiß nicht«, Doris kratzte sich das graue Haar. »Der hat was an sich, dass ich eine Gänsehaut kriege. Ist nur so ein Eindruck. Ich muss weitermachen.« »Was weiß die denn schon?«, brummelte Miss Sims. »Sie ist bloß eine Putzfrau«, ergänzte sie, wobei sie geflüssentlich vergaß, dass auch sie manchmal putzen ging, wenn sie eine Weile keinen Bekannten hatte, wie sie es nannte. »Genau«, stimmte Agatha ihr zu. »Wie sieht es bei ihm aus?« »Na, Mrs. Feathers' Cottage ist furchtbar dunkel, aber er hat das Zimmer mit Bildern und Läufern aufgehellt.« »Eine eigene Küche hat er nicht. Die alte Mrs. Feathers kocht für ihn. Ich habe mich gefragt, ob ich irgendeine Chance habe, mich mit ihm zu verabreden.« »Und was ist mit ihrem Bad-Ausstatter?« Miss Sims kicherte. »Der müsste es ja nicht wissen. Und außerdem ist er verheiratet.« Die normalerweise forsche Agatha fühlte sich ausgebotet. Zudem war Tristan jung, nun vielleicht in den Dreißigern, und Miss Sims war Ende zwanzig. Als Miss Sims gegangen war, lief Agatha nervös auf und ab. Sie riss eine Küchenschublade auf und starrte eine Zigarettenschachtel an, nahm sie heraus, öffnete sie und steckte sich eine Zigarette an. »Heiliger! Sie schmeckte fantastisch! Der Fluch des Hypnotiseurs war weg!« Agatha stützte sich auf den Küchentisch, bis der erste Schwindel vorbei war. »Denk dran, was du deiner Gesundheit, deiner Lunge antust!« schrie die Gouvernante in ihrem Kopf. »Verzieh dich!« murmelte Agatha der inneren Stimme zu. Es klingelte wieder an der Tür. Agatha riss sie auf. Draußen stand Tristan und lächelte sie an. »Oh, Mr. Dallon!« sagte Agatha matt. »Wie nett!« »Sagen Sie Tristan,« entgegnete er, »Sie sind mir am Sonntag in der Kirche aufgefallen. Es ist ja kurzfristig, aber ich habe mich gefragt, ob Sie Zeit hätten, heute Abend mit mir zu essen.« »Ja, das wäre schön,« sagte Agatha und wünschte, sie hätte mehr Make-up aufgelegt. »Wo?« »Oh, nur bei mir, wenn es Ihnen recht ist.« »Schön. Wann soll ich da sein?« »Um acht.« »Gut. Möchten Sie nicht reinkommen?« »Jetzt nicht. Ich bin gerade auf meiner Runde. Wir sehen uns heute Abend.« Er schenkte ihr ein strahlendes Lächeln, winkte und ging davon. Agatha zog sich in die Küche zurück. Ihre Knie schlotterten. »Denk an dein Alter!« fauchte die Stimme in ihrem Kopf. Agatha ignorierte sie und zündete sich noch eine Zigarette an, während sie überlegte, was sie anziehen sollte. Als sie einige Stunden später in einem goldfarbenen Seidenkleid in die warme Abendluft trat, glich das Schlafzimmer im Cottage einem Trümmerhaufen verworfener Garderobe. Sie wandte den Blick ab, als sie am Pfarrhaus vorbeiging und dann bei Mrs. Feathers klopfte. Mrs. Bloxby hatte sie nichts von der Einladung erzählt, da sie ahnte, dass die Vikasfrau sie nicht gut hieße. Die alte Mrs. Feathers öffnete. Sie war grauhaarig, gebeugt und hatte ein sanftes, unschuldiges Gesicht. »Gehen Sie ruhig nach oben«, sagte sie. Agatha stieg die schmale Treppe hinauf. Oben machte Tristan ihr die Tür auf. »Willkommen! Wie hübsch und frisch Sie aussehen!« Er führte Agatha in ein kleines Zimmer, wo ein Tisch mit einem weißen Leinentuch gedeckt war. »Wir fangen gleich an«, sagte er. Er öffnete abermals die Tür und rief nach unten. »Sie können jetzt servieren, Mrs. Feathers!« »Braucht sie keine Hilfe?«, fragte Agatha beunruhigt. »Oh nein, verderben Sie ihr nicht den Spaß. Sie genießt es, mich zu umsorgen.« Dennoch kam es Agatha seltsam vor, als Mrs. Feathers mit einem sichtlich schweren Tablett erschien. Sie stellte zwei Teller mit Paté de foie gras, Toastmelba, eine gekühlte Flasche Wein und zwei Gläser auf den Tisch. »Bitte rufen Sie, wenn Sie für den nächsten Gang bereit sind«, sagte sie. Tristan schenkte Wein ein und nahm Agatha gegenüber Platz. »Also verraten Sie mir, was eine kultivierte Dame wie Sie in ein Dorf in den Cotswolds verschlägt.« Agatha erzählte ihm, dass sie immer davon geträumt hatte, in den Cotswolds zu leben. Den Teil mit dem vorzeitigen Ruhestand ließ sie aus, weil sie nicht auf ihr Alter anspielen wollte. Und während sie sprach und aß, bewunderte sie die Schönheit des Kaplans. Er hatte das Gesicht eines Engels, beinahe androgyne Züge, doch sein athletischer, wohlgeformter Körper war ganz maskulin. Tristan stand auf und rief nach dem zweiten Gang. Mrs. Feathers erschien mit Tornado Rossini, neuen Kartoffeln und Salat. »Ist Mrs. Feathers nicht eine hervorragende Köchin?«, fragte Tristan, als sie wieder allein waren. »Oh ja«, bestätigte Agatha, »dieses Filet-Steak ist exzellent. Wo haben Sie es gekauft?« »Ich überlasse das Einkaufen, Mrs. Feathers. Allerdings habe ich sie gebeten, sich etwas Besonderes einfallen zu lassen.« »Sie hat hoffentlich nicht für all das hier bezahlt. Mrs. Feathers besteht darauf, für mein Essen aufzukommen.« Agatha sah ihn skeptisch an. Gewiss konnte sich eine alte Witwe wie Mrs. Feathers all diese Ausgaben für Lebensmittel und Wein nicht leisten. Doch Tristan schien der Meinung zu sein, dass es ihm zustand, und er fuhr fort, Agatha über ihr Leben zu befragen, bis das Steak aufgegessen war und Mrs. Feathers eine mit Baiser überbackene Eistorte brachte. »Ich habe nur von mir geredet«, sagte Agatha reumütig. »Über Sie weiß ich gar nichts.« »Da gibt es nicht viel zu wissen.« »Wo waren Sie, bevor Sie hierher kamen?« »An einer Kirche in Newcross in London. Ich leitete dort einen jungen Club. Sie wissen schon, um Sie von der Straße zu bekommen.« Alles lief gut, bis ich angegriffen wurde. »Oh nein! Was ist passiert?« Einer der Gang-Anführer hatte das Gefühl, ich würde ihm seine Mitglieder abspenstig machen. Fünf von ihnen fielen mich eines Abends auf dem Nachhauseweg an. Ich wurde übel zusammengeschlagen, gebrochene Rippen und alles. Um ehrlich zu sein, erlede ich einen kleinen Nervenzusammenbruch und fand, eine Weile auf dem Land zu sein, würde mir guttun. »Wie furchtbar für Sie«, sagte Agatha. »Ich bin drüber weg. Solche Dinge passieren.« »Warum wollten Sie geistlicher werden?« »Weil ich das Gefühl hatte, Menschen helfen zu können.« »Sie sagten, dass Sie einige Detektivarbeit gemacht haben. Erzählen Sie mir davon?« Und so gab Agatha beim Dessert und Kaffee vergnügt mit ihren Erfolgen an, bis sie bemerkte, dass es fast Mitternacht war. Widerwillig sagte sie, sie müsse nach Hause. »Bevor Sie gehen«, sagte Tristan, »ich habe ein Talent, was das Spielen an der Börse angeht. Dort mache ich ein Vermögen für andere. Möchten Sie, dass ich Ihnen bei Ihren Geldanlagen helfe?« »Ich habe einen sehr guten Börsenmakler«, antwortete Agatha, »aber ich überlege es mir.« Irgendwie erwartete sie, dass er anbot, sie nach Hause zu begleiten, doch er führte sie die Treppe hinunter und blieb unten stehen. »Nächstes Mal bin ich dran«, sagte Agatha. »Ich nehme Sie beim Wort.« Er beugte sich vor und küßte sie sanft auf den Mund. Benommen starrte Agatha zu ihm auf. Dann öffnete er die Haustür. »Gute Nacht, Agatha.« »Gute Nacht, Tristan«, sagte sie matt. Die Tür schloss sich hinter ihr. Drüben im Pfarrhaus tauchte Mrs. Bloxbys Gesicht kurz an einem der Fenster im oberen Stockwerk auf und verschwand wieder. Agatha ging gemessenen Schrittes nach Hause, obwohl ihr nach Laufen, Springen und Juchzen war. Erst bei der Ankunft in ihrem Cottage wurde ihr bewusst, dass sie kein Datum für ein Dinner bei ihr festgesetzt hatte. Und sie hatte nicht mal seine Telefonnummer. Also suchte sie im Telefonbuch, bis sie Mrs. Feathers fand. Tristan würde noch nicht schlafen. Sie wählte. Mrs. Feathers meldete sich. Agatha bat, Tristan sprechen zu dürfen und wartete nervös. Dann hörte sie seine Stimme. »Ja?« »Hier ist Agatha. Wir haben vergessen, einen Termin für das Dinner auszumachen.« Zunächst herrschte Stille. Dann lachte er leise. »Sie sind aber ungeduldig. Ich gebe Ihnen Bescheid.« »Gute Nacht«, sagte Agatha hastig und ließ den Hörer fallen wie eine heiße Kartoffel. Langsam ging sie in die Küche und setzte sich an den Tisch. Ihre Wangen glühten vor Scham. »Alberne alte Kuh«, schallt die Stimme in ihrem Kopf. Und ausnahmsweise stimmte Agatha ihr zu. Am nächsten Morgen war ihr erster Gedanke nach dem Aufwachen, dass sie den Kaplan nie wiedersehen wollte. Sie hatte das Gefühl, dass er sie an der Nase herumgeführt hatte, damit sie sich lächerlich machte. Agatha zwang, sich aufzustehen und sich dem Tag zu stellen. Sie machte sich ihr übliches Frühstück aus schwarzem Kaffee und beschloss, die Gießkannen zu befüllen und ihren Garten zu wässern. Auf halbem Weg durch den Garten hörte sie, wie Sirenen die dörfliche Stille durchschnitten. Langsam stellte sie ihre Gießkanne ab und lauschte. Die Sirenen rauschten an der Lilac Lane vorbei und in Richtung Kirche. Dann verstummten sie. Agatha ließ die Gießkanne stehen und lief durchs Haus hinaus auf die Straße. Sie rannte zum Pfarrhaus. »Lieber Gott«, betete Agatha still, »lass es nicht Mrs. Bloxby sein.« Vor der Kirche standen drei Streifenwagen und ein Krankenwagen. Auf der Straße hatten sich bereits einige Schaulustige eingefunden. Ein Polizist wachte mit versteinerter Miene vor dem Pfarrhaus. Er weigerte sich, Fragen zu beantworten und sagte bloß, »Gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen.« Ein Team von Spurensicherern in weißen Anzügen traf ein. John Armitage gesellte sich zu Agatha. »Was ist los?«, fragte er. »Weiß ich nicht«, antwortete sie. »Ich habe Angst, dass etwas mit Mrs. Bloxby ist.« Dann kam Agathas Freund, Detective Sergeant Bill Wong, mit einer Polizistin. »Bill«, rief Agatha. »Später«, sagte er. Zusammen mit der Polizistin ging er zu Mrs. Feathers' kleinem Cottage und klopfte an die Tür. Die alte Dame öffnete ihnen. Sie sagten etwas. Mrs. Feathers hob eine zitternde Hand an ihren Mund, ehe alle drei im Haus verschwanden und die Tür geschlossen wurde. »Da hast du deine Antwort«, sagte John Armitage. »Es ist der Kaplan. Und er ist tot. Denn dieser Krankenwagen rührt sich nicht von der Stelle.« John und Agatha entschieden, zurück zu Agathas Cottage zu gehen und später wieder zum Pfarrhaus zu kommen. »Wer würde den Kaplan umbringen wollen, falls es denn der Kaplan war?«, fragte John. »Ich hasse dieses Warten.« Dann fiel ihr ein, dass Mrs. Feathers befragt werden und von dem Dinner gestern Abend erzählen würde. »John darf nichts davon erfahren.« »Ich muss ihn loswerden.« »Ich bin kribbelig«, sagte sie und stand auf. »Ich denke, ich mache einen Spaziergang.« »Allein.« Sie gingen zusammen zur Tür. Agatha öffnete und fand sich Detective-Inspektor Wilkes vom Merster CID gegenüber, begleitet von Bill Wong und einer Polizistin. »Dürfen wir reinkommen?«, fragte Wilkes. »Ja«, antwortete Agatha nervös. »Bis später, John.« Sie führte die Polizei in ihr Wohnzimmer, setzte sich und kam sich unsinnigerweise wie ein ertapptes Schulmädchen vor. »Was ist los?«, fragte sie. »Mr. Down, der Kaplan, wurde heute Morgen tot im Arbeitszimmer des VKs aufgefunden. Er wurde mit einem Brieföffner vom Schreibtisch des VKs ermordet. Der Kasten, in dem die Spenden für die Instandhaltung der Kirche gesammelt werden, stand offen auf dem Schreibtisch. Das Geld ist weg. »Ich weiß, dass der VK den Kasten ab und zu mitgenommen hat, um das Geld nachzuzählen und aufzuschreiben, wie viel gespendet wurde,« sagte Agatha. »Aber Mr. Dellen kann unmöglich einen Einbrecher überrascht haben. Ich denke nicht, dass es jemals Spenden in einer Höhe gab, die einen Einbruch lohnten.« Laut dem VK diesmal anscheinend schon. Der Kaplan hatte am vorletzten Sonntag in seiner Predigt betont, wie wichtig es wäre, für den Kirchenerhalt zu spenden. Es waren mehrere hundert Pfund in dem Kasten. »Aber was wollte Mr. Dellen im Arbeitszimmer des VKs?«, fragte Agatha. »Könnten wir vielleicht das Mut maßen lassen und zu Ihnen kommen, Mrs. Raisin? Sie haben gestern Abend bei Mr. Dellen zu Abend gegessen und gingen erst gegen Mitternacht.« »Ja?« »Waren Sie intim mit ihm?« Agatha wurde feuerrot. »Natürlich nicht. Ich kenne den Mann kaum.« »Und trotzdem lud er sie zum Essen ein.« »Ach, ich dachte, es ginge um die Gemeinde. Vermutlich war es seine Art, alle kennenzulernen.« »Und worüber haben Sie geredet?« »Er war ein guter Zuhörer,« sagte Agatha. »Ich fürchte, die meiste Zeit habe ich über mich gesprochen. Ich habe ihn gefragt, was er vorher gemacht hat, und er hat gesagt, dass er bei einer Kirche in New Cross in London war und dort einen Jungenclub leitete, was die Bandenanführer wütend machte. Sie glaubten, dass er ihnen die Jungen abspenstig machte und ließen ihn zusammenschlagen. Er hat gesagt, dass er einen Nervenzusammenbruch hatte. »Und Sie gingen um Mitternacht. Und das war alles?« »Natürlich.« »Wissen Sie von anderen Frauen im Dorf, die sich besonders gut mit ihm verstanden haben?« »Nein. Ich meine, ich war ja weg, in London, und habe dort gearbeitet. Das erste Mal bin ich ihm am Sonntag vor der Kirche begegnet. Dann ist er gestern zu mir gekommen und hat mich zum Abendessen eingeladen.« Agatha merkte, dass sie rot wurde. »Was ist?«, fragte Wilkes, der er rotes Gesicht musterte. »Als ich zu Hause war, fehl mir ein, dass ich ihn eingeladen hatte, wir aber keinen Termin abgemacht hatten. Also rief ich ihn an, und er sagte, dass er mir Bescheid geben würde.« »Vorerst wäre das alles. Wir möchten Sie bitten, zum Revier zu kommen und Ihre Aussage zu unterschreiben.« »Sagen wir morgen Vormittag?« »Und halten Sie sich bitte für weitere Befragungen zur Verfügung.« Als sie aufstanden, zwinkerte Detective Sergeant Bill Wong ihr Verstohlen zu. »Rufen Sie mich nachher an,« sagte sie ihm stumm. Wilkes war bereits durch die Tür, als Agatha rief. »Wann wurde Mr. Dern getötet?« Wilkes drehte sich um. »Wissen wir nicht. Mrs. Bloxby stand um halb sieben heute Morgen auf. Sie ging in den Garten und bemerkte, dass die Terrassentüren zum Arbeitszimmer weit offen standen. Und sie sah, dass drinnen Papiere umherflogen, deshalb ist sie hineingegangen, um die Türen zu schließen, und hat den toten Kaplan gefunden. »Also war es jemand von draußen?« »Oder jemand, der es so aussehen lassen wollte.« Agatha setzte sich zittrig hin, nachdem sie gegangen waren. Dann stand sie auf und rief im Pfarrhaus an. Eine Polizistin meldete sich und sagte knapp, dass weder der VK noch seine Frau ans Telefon kommen könnten. Es läutete an der Tür, und Agatha lief hin, um zu öffnen. Zur Abwechslung wurde John Armitage warmherzig begrüßt. »Oh, John«, rief Agatha aus, packte seinen Arm und zog ihn nach drinnen. »Ist es nicht furchtbar?« »Denkst du, Arf war es und wollte es wie einen Einbruch aussehen lassen?« »Ich kann mir nicht vorstellen, dass unser VK einer Fliege etwas zu leide täte«, erwiderte John. Er schloss die Tür hinter ihnen. »Setzen wir uns in Ruhe hin und überlegen.« »Warum wollte die Polizei dich sprechen?« »Soweit Sie wissen, war ich die Letzte, die Tristan lebend gesehen hat. Ich war bei ihm zum Essen und ging gegen Mitternacht nach Hause.« »Oho, der war wirklich fix.« »Wie kam es dazu?« »Er stand einfach hier vor der Tür und lud mich ein.« »Erzähl.« Wieder begann sie, den Abend zu beschreiben. »Warte mal«, unterbrach John sie, »Mrs. Feathers tischte ein Dinner aus Paté de Foie Gras, Tornedot Rossini und überbackene Eistorte auf? Sie kann nicht reich sein, und sie ist verwitwet. War das nicht ein bisschen viel, was er da verlangte?« »Doch fand ich auch«, gestand Agatha reumütig. »Klingt für mich nach einem Schmarotzer.« »Hat er versucht, Geld von dir zu bekommen?« »Er hat etwas davon gesagt, dass er sich sehr gut an der Börse auskennt und Geld für mich investieren könnte. Ich habe nur geantwortet, dass ich einen hervorragenden Börsenmakler habe, es mir aber trotzdem durch den Kopf gehen lassen würde.« »Also deshalb hat er dich zum Dinner eingeladen.« »Wie meinst du das?«, fragte Agatha Spitz. »Betrachte es mal so. Er hat die alte Mrs. Feathers beschwatzt, ein teures Essen zu servieren. Wer weiß, vielleicht hatte er sich ihre Ersparnisse auch schon einverleibt. »Und du kennst den Dorftratsch hier. Er muss gehört haben, dass du reich bist und einen gewissen Ruf hast, was Männer betrifft.« »Unverdient«, warf Agatha ein. »Du solltest die Sache der Polizei erzählen.« »Muss ich?«, fragte Agatha. »Ja, selbstverständlich. Wahrscheinlich ist sie noch im Pfarrhaus und es wäre ein Vorwand für uns, dorthin zu gehen.« Der Polizist an der Pfarrhaustür hörte sich an, wie Agatha Barth mit Wilkes sprechen zu dürfen, um ihm etwas zu erzählen, was für den Fall relevant wäre. Er verschwand im Haus und kehrte Minuten später zurück. »Folgen Sie mir«, sagte er. »Sie sind im Garten.« Die Tür des Arbeitszimmers stand offen. Männer in weißen Overalls schwärmten überall herum. Sie gingen hinter dem Polizisten hier durch die Terrassentür und in den Garten, wo Wilkes, die Polizistin, der Vicar und Mrs. Bloxby am Gartentisch saßen. Von Bill Wong war nichts zu sehen. Mrs. Bloxby hielt die Hand ihres Mannes. Beide wirkten angespannt. »Was gibt's?«, fragte Wilkes. Agatha und John setzten sich. Sie erzählte Wilkes von dem teuren Dinner und dem Angebot, Geld für sie zu investieren. »Das könnte ein Anhaltspunkt für uns sein«, sagte Wilkes bedächtig. »Vielleicht hatte er bei einigen der anderen Frauen Erfolg. Wir überprüfen sein Bankkonto.« Also, Mrs. Feathers sagt, sie waren die Einzige, die er zum Dinner nach Hause eingeladen hat, »und er hat ihr gesagt, sie solle sich besondere Mühe geben, da sie sehr reich und wahrscheinlich an das Beste gewöhnt seien.« Agatha fühlte, wie sie erneut ruht vor Scham wurde. Wilkes wandte sich zu Mrs. Bloxby. »War er zu irgendwelchen anderen Frauen im Dorf besonders freundlich?« »Schwer zu sagen«, antwortete diese erschöpft. »Ich denke, die meisten haben ihn zum Essen eingeladen. Miss Jellop war eine von ihnen. Dann war da Peggy Slither drüben in ein Coom. Achtung, meine Güte, ich muss nachdenken. Die Witwe vom alten Colonel Tramp, Mrs. Tramp, sie lebt außerhalb des Dorfes den Hügel hinauf in der umgebauten Scheune. Es waren so viele hingerissen von ihm. »Und was ist mit Ihnen beiden? Hatte er Ihnen angeboten, Geld für Sie zu investieren?« »Nein.« Er sagte, dass er ein wenig Geld aus einem Treuhandfonds seiner Familie hätte. Uns hat er nie nach welchem gefragt. »Wie kam es dazu, dass er hier Kaplan wurde?«, fragte Agatha. »Mir wurde erzählt, dass er einen Nervenzusammenbruch gehabt hätte,« antwortete der VK. »Doch ich war froh über Unterstützung bei der Gemeindearbeit.« »Fanden Sie ihn hilfreich?«, fragte Wilkes. »In der ersten Woche sehr.« Dann begann er, wählerisch zu werden. »Wie meinen Sie das?« »Ich stellte fest, dass er niemals die Alten und Kranken besuchte. Es sei denn, wird mir jetzt klar, Sie waren wohlhabend.« Ich stellte ihn wegen dieser Pflichtvernachlässigung zur Rede. Er lächelte bloß und sagte, natürlich würde er sich kümmern. Dann wurde ich krank und er übernahm die Gottesdienste. Ich machte mir Vorwürfe, weil ich ihn nicht mochte. Ich fing an, eine regelrechte Antipathie zu entwickeln. Und ich fürchte, dass ich neidisch war, weil er die Kirche voll bekam. »Es sieht aus, als könnte er einen Einbrecher überrascht haben,« sagte Wilkes. »Oder«, mischte Agatha sich ein, »er hat selbst den Spendenkasten geplündert.« »Wenn er ein privates Einkommen hatte und, wie wir befürchten, leichtgläubigen Damen Geld abnahm, warum sollte er es dann auf ein paar hundert Pfund abgesehen haben?« Er war sehr eitel, sagte Mrs. Bloxby. »Bei seiner Predigt wurde so viel gespendet, ich denke, dass er das Geld womöglich als seines betrachtete.« »Und er hatte einen Schlüssel zum Pfarrhaus,« ergänzte Wilkes, der diesen Punkt bereits geklärt hatte. »Sind die Terrassentüren immer verschlossen?« Mrs. Bloxby blickte schuldbewusst rein. »Wir versuchen daran zu denken, dass wir sie abschließen, aber manchmal vergessen wir es.« »Bisher gibt es keinen Hinweis auf einen Einbruch, keine Fingerabdrücke, nicht einmal vom VK,« sagte Wilkes. »Entschuldigen Sie mich, ich sehe mal nach, wie weit die Spurensicherung ist. Kommen Sie mit, Reverend, und schauen Sie nach, ob sonst noch etwas fehlt.« Der VK, die Polizistin und Wilkes gingen nach drinnen. »Kann ich irgendetwas für Sie tun?« fragte Agatha und ergriff Mrs. Bloxbys Hand. »Sie können herausfinden, wer das war,« antwortete Mrs. Bloxby. »Denn man verdächtigt auf. Sie müssen wissen, dass eine Menge Frauen von Mr. Dern hingerissen waren, und vor seinem Tod gab es viel Gerede, dass sich Erf zurückziehen und die Predigten Mr. Dern überlassen sollte. Die Polizei beginnt schon zu denken, dass Erf eifersüchtig auf Mr. Dern war. Mein Mann lag neben mir im Bett, als der Mord geschah, und das habe ich der Polizei auch gesagt. Aber Sie haben mich angesehen, als wollten Sie sagen, das müssen Sie ja erzählen.« »Wir tun unser Bestes,« versprach John. »Ich denke, dass wir mit der Kirche in Newcross anfangen sollten, bei der er vorher tätig war. Wir können nachforschen, ob er irgendwelche Frauen in Newcross um ihr Geld gebracht hat. Wir bleiben noch einen Tag, falls die Polizei Fragen hat. Dann fahren wir.« »Ich halte das für eine sehr gute Idee,« sagte Mrs. Bloxby leise. »Na gut«, gab Agatha wenig begeistert nach. John holte ein kleines Notizbuch hervor. Ich notiere kurz, mit welchen Frauen Tristan näher zu tun hatte. Mal sehen. Da war eine Miss Jellop und dann die beiden anderen. »Peggy Slither und Mrs. Tramp,« sagte Mrs. Bloxby. »Sie nennen sie Peggy?«, fragte Agatha. »Beim Vornamen?« »Sie ist kein Mitglied des Frauenvereins?« »Wie ist sie so und wo wohnt sie?«, fragte John. »In Ancoum, in einem Cottage namens Shangri-La.« »Ein bisschen kitschig.« »Ich denke, sie meint es ironisch. Sie findet es schick, altmodisch zu sein.« »In ihrem Vorgarten stehen Gartenzwerge.« »Solche Sachen.« »Sie ist ziemlich schrill und vollbusig.« »Um die fünfzig.« »Sie war nie verheiratet.« »Ihr Vater hatte eine Kette von Fish-and-Chips-Läden, die sie verkauft hat, als er starb.« »Miss Jellop kenne ich,« sagte Agatha spitz. Es behagte ihr nicht, dass John die Ermittlungen übernahm. Mrs. Bloxby lehnte sich zurück und schloss die Augen. »Wir gehen lieber,« sagte John. »Rufen Sie mich an, wenn ich irgendwas tun kann,« bat Agatha die Vikarsfrau. Mrs. Bloxby öffnete die Augen. »Finden Sie nur heraus, wer es gewesen ist.« Als John und Agatha bei Agathas Cottage ankamen, wartete Bill Wong vor der Tür auf sie. »Ich dachte, ich schaue auf einen kurzen Plausch vorbei.« Agatha schloss die Tür auf. »Kommen Sie rein und lassen Sie uns einen Kaffee im Garten trinken.« Bill Wong war der Erste, mit dem sich Agatha nach ihrem Umzug in die Cotsports angefreundet hatte. Ein junger Police Detective, halb chinesisch, halb englisch. Als sie im Garten saßen, musterte er Agatha mit seinen dunkelbraunen Augen. »Ich weiß, dass Sie schon eine Aussage gemacht haben, aber ich würde gern ein bisschen mehr über Ihren Abend mit Tristan erfahren. Hat er Ihnen Avancen gemacht?« »Na ja, er hat mich geküsst.« »Und da bist du nicht auf die Idee gekommen, dass mit ihm etwas nicht stimmt?« fragte John entgeistert. »Ich meine, der Altersunterschied und so.« »Es fühlten sich schon andere jüngere Männer zu mir hingezogen,« entgegnete Agatha schnippisch. »Also hat er sie geküsst. Wann?« fragte Bill. »Als ich ging.« »Was für ein Kuss. Ein freundschaftlicher Schmatzer.« »Nein, ein herzlicher Kuss auf den Mund. Worum geht es hier?« »Um diese Geldgeschichte. Er war hinter Geld her, denken wir. Ich frage mich, wie weit er zu gehen bereit war. Ob er eine richtige Affäre mit einer der Frauen hatte, die ein Mordmotiv liefern könnte.« »Mit mir hatte er keine Affäre,« sagte Agatha. »Ich wäre ihm früher oder später ohnehin auf die Schliche gekommen. Ich bin ja nicht blöd.« »Frauen können angesichts solcher Schönheit ganz schön blind werden.« »Ich habe ihn predigen gesehen. Meine Freundin hat von ihm gehört und mich mit in die Kirche geschleppt.« »Freundin?«, wiederholte Agatha. Für einen Moment war sie abgelenkt. »Alice. Alice Bryan. Sie ist Kassiererin bei der Lloyds Bank in Merster.« »Ist es was Ernstes?« »Das ist es immer.« »Und es wird ihm nur vorbei sein, wenn sie deine Eltern kennenlernt,« dachte Agatha. »Nun«, fuhr Bill muntererfort, »worüber haben sie geredet?« »Meistens über mich«, sagte Agatha beschämt. »Als mir klar wurde, dass es nur um mich gegangen war, habe ich ihn nach seinem Leben gefragt. Er hat mir von seiner Arbeit in Newcross erzählt, von dem jungen Club, den er geleitet hatte, und den Bandenführern, die glaubten, dass sie seinetwegen Mitglieder verloren. Fünf von ihnen hatten ihn eines Abends angegriffen und verletzt, und danach hatte er einen Nervenzusammenbruch.« »In welcher Kirche in Newcross war er?«, fragte John. »St. Edmunds. Übrigens will ich nicht, dass Sie beide da ihre Nasen reinstecken und sich in Polizeiarbeit einmischen.« »Was hielten Sie von seiner Predigt?« Johns Frage richtete sich an Bill. »Ich fand ihn dumm und eitel, und seine Predigt war ein aufgeblasenes Nichts. Allerdings könnte ich auch eifersüchtig gewesen sein. Alice starrte ihn an wie einen Engel, der vom Himmel herabgestiegen ist.« »Also, Agatha, er hat sie nicht eindringlich zu überreden versucht, ihm Geld zu überlassen?« »Nein, abgesehen von dem Vorschlag, es für mich zu investieren, nicht.« Danach sprach er das Thema nicht mehr an. »Wir werden mehr wissen, wenn wir uns sein Bankkonto ansehen und erfahren, wie er ihm Geld gegeben hat. Ich fresse einen Besen, sollte er tatsächlich irgendwelche Summen für andere angelegt haben.« Mir kommt der Gedanke immer noch absurd vor, »dass jemand das Cottage in der Nacht beobachtet hat und Tristan zum Pfarrhaus gefolgt ist,« sagte John. »Wenn er die alte Mrs. Feathers ausgenommen hat und sie dahintergekommen ist, könnte sie ihm nachgegangen sein, als sie ihn weggehen hörte.« »Alte Menschen haben einen leichten Schlaf?« »Ich kann mir nicht vorstellen, dass Mrs. Feathers einen jungen Mann wie ihn überwältigt.« »Sie könnte einfach nur vorgehabt haben, ihn zur Rede zu stellen, als er sich das Kirchengeld nahm,« beharrte John. Dann schnappte sie sich den Brieföffner und stach zu. »Was ist mit dem VK?« »Ich meine, er könnte ihn ertappt haben.« »Gab es irgendwelche Kampfspuren?« »Nein, Tristan wurde mit einem einzigen Stich in den Nacken getötet.« »Tja, das erfordert eine Menge Kraft,« sagte Agatha. »Nicht unbedingt,« erwiderte Bill. »Da die Klinge scharf war, drang sie leicht ein und steckte bis zum Heft fest. Es muss eher so gewesen sein, wie in eine Melone zu stechen. Nach der Autopsie wissen wir mehr.« John fuhr indes unbeirrt fort. Vielleicht hatte Arf Bloxby ihn einbestellt und es so aussehen lassen, als hätte Tristan den Spendenkasten geplündert. »Du vergisst Mrs. Bloxby,« sagte Agatha. »Sie würde ihren Mann niemals decken, wenn er einen Mord begangen hat.« »Mir reicht es,« sagte Bill, »ich bin weg. Agatha, kommen Sie morgen früh zur Polizei und unterschreiben Sie Ihre Aussage.« Am nächsten Morgen saß Agatha hinter dem Steuer und fuhr. »Pass auf das Kind auf dem Fahrrad auf,« rief John an einer Stelle und ein anderes Mal, »du fährst zu schnell.« Agatha seufzte. »Das ist ja wie eine Ehe ohne Kuscheln.« »Darf ich daran erinnern, dass der Verzicht auf Sex deine Entscheidung war?« Agatha starrte ihn an. »Sieh um Himmels willen auf die Straße, Agatha!« »Wir sollten als erstes nach Newcross fahren.« »Wie? Heute noch?« »Warum nicht?« »Ach, na gut. Aber ich fahre ungern nach London.« »Dann fahre ich. Es sei denn, du musst immerzu am Steuer sein, buchstäblich und auch im übertragenen Sinne.« »Fahr ruhig, wenn du willst,« entgegnete Agatha gereizt. »Für meine Versicherung ist das in Ordnung.« Bis sie Newcross erreichten, schien John das Fahren besänftigt zu haben und er wirkte wieder so ausgeglichen wie sonst. Er hielt den Wagen an und fragte nach dem Weg zur St. Edmund-Kirche. Es dauerte allerdings, bis er einen Mann erwischte, der den Weg zur Kirche tatsächlich kannte. St. Edmunds befand sich in einer sehr grünen Seitenstraße. Es handelte sich um einen viktorianischen Bau, noch rußgeschwärzt von Jahrzehnten. Neben der Kirche stand ein altes viktorianisches Stadthaus und sie vermuteten, dass es das Pfarrhaus war. John drückte die uralte Messingklingel, die neben der Tür in die Mauer eingelassen war. Kurz darauf öffnete ihnen eine sehr rundliche Frau mit rosa Lockenwicklern im Haar. Ihr großer Busen war in einen Overall gehüllt und sie hatte ein breites, trotzig gerötetes Gesicht. »Was ist?« »Wir würden gern mit dem Vicar sprechen«, antwortete John. »Ist im Arbeitszimmer.« »Würden Sie ihm bitte sagen, dass wir hier sind?« Ohne sie zu fragen, wer sie waren, schlurfte die Frau weg. »Armer Mann«, murmelte John, »was für eine Haushälterin.« Der Vicar erschien und beäugte sie neugierig. »Weshalb möchten Sie mich sprechen?«, fragte er. »Ich bin Agatha Raisin und dies ist John Armitage. Wir leben beide in Carsley und sind mit dem dortigen Vicar befreundet, Mr. Alfred Bloxby.« »Ach Gott«, er verzog unglücklich das Gesicht. »Ich habe heute Morgen in den Nachrichten von dem abscheulichen Mord erfahren. Schrecklich, schrecklich. Ich bin Fred Lansing. Kommen Sie herein.« Er führte sie in ein schäbiges Arbeitszimmer mit Bücherregalen an allen Wänden. Agatha und John setzten sich nebeneinander auf ein altes, schwarzes Rosshaar-Sofa. Agatha erklärte ihm, was geschehen war und dass sie befürchteten, die Polizei würde Mr. Bloxby verdächtigen, weshalb sie und John helfen wollten, seinen Namen reinzuwaschen. »Die Polizei rief mich gestern Abend an«, sagte der Vicar, »aber ich konnte Ihnen eigentlich nicht viel erzählen.« »War Tristan wirklich von einer Gang zusammengeschlagen worden und hatte danach einen Nervenzusammenbruch?«, fragte Agatha. »Soweit ich weiß«, sagte er das. »Bitte erzählen Sie uns die Wahrheit über Tristan Dallon. Es könnte helfen, seinen Mörder zu finden. Vielleicht war es eine Person aus seiner Vergangenheit.« »Ich frage mich, was ich Ihnen sagen darf.« »Ich bin Privatdetektivin«, verkündete Agatha. »Ich werde der Polizei nichts von dem erzählen, was sie mir berichten. Versprochen.« »Ich, ich, ich«, murmelte John, und Agatha bedachte ihn mit einem vernichtenden Blick. »Demortius«, begann der Vicar, »für mich gilt es von jeher als verwerflich, schlecht von den Toten zu sprechen.« »Aber sicher ist es nötig, wenn es hilft, den lebenden Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Wie ich hörte, war Tristan homosexuell«, sagte John. Agatha starrte ihn verdutzt an. »Ich glaube schon«, sagte Mr. Lansing, »die Stadt hält so viele Versuchungen für einen jungen Mann bereit.« »Was für Versuchungen?«, fragte Agatha streng. Er prallte damit, dass er mit einem reichen Geschäftsmann befreundet war und zeigte eine goldene Rolex herum. Aber seine Homosexualität war nicht das Problem. Auf der Kanzel war er sehr gut. Er bezauberte die Gemeindemitglieder. Anfangs. »Und was war dann?«, fragte John. »Ihm schien es nach einigen Wochen bei mir langweilig zu werden. Da entwickelte er einen, nun ja, unangenehmen Zug. Er fand heraus, was bei bestimmten Gemeindemitgliedern die schwachen Punkte waren und machte sie sich zunutze, falls sie verstehen, was ich meine. »Erpressung?«, bot Agatha eifrig an. »Nein, nein, nur, ja, ich würde es Gehässigkeit nennen.« »Wissen Sie, wie jener Geschäftsmann hieß?«, fragte John. Es folgte längeres Schweigen, bevor der Vicar sagte, »Nein.« Auch wenn er geprahlt hat, war er sehr verschlossen, was Einzelheiten anging. Agatha rückte auf dem Sofa nach vorn und ihre Bärenaugen blitzten. Also hatte er keinen Nervenzusammenbruch. Er wurde nicht zusammengeschlagen. Doch er wurde zusammengeschlagen. Wegen des jungen Clubs? Solch eine Gruppe gab es nicht. Er schien allerdings sehr verängstigt und sagte, dass er weg müsse. Mir kam er wie von Sinnen vor. Und er behauptete beharrlich, dass er einen Neuanfang brauche. Ich erkundigte mich und kam auf die Idee, ihn in ein ruhiges Dorf auf dem Lande versetzen zu lassen. Er hatte ja nichts verbrochen, wissen Sie? Hatte er engere Freunde in der Gemeinde? Einen, ja. Sol Maguire, einen Handwerker. Er wohnt über einem der Läden in der Briary Road, Nummer 16. Es ist gleich um die Ecke, wenn Sie vom Pfarrhaus aus nach links gehen. Sol Maguire war ein weiterer Adonis, schwarzhaarig mit strahlend blauen Augen. Er wirkte erschrocken, als sie ihm erzählten, dass sie im Mordfall Tristan Dallon nachforschten. Mann, das ist echt ein Riesenschock, sagte er. Kommen Sie rein. Sie folgten ihm in ein kleines Wohnzimmer, das voller Bierdosen und alter Zeitungen und Zeitschriften war. »Suchen Sie sich irgendwo einen Platz zum Sitzen,« sagte Soul. »Wie wurde er ermordet? Ich bin nicht auf dem Laufenden, was Nachrichten angeht.« John erzählte es ihm und dann fragte er, was Soul über Tristan wisse. »Nicht viel,« antwortete Soul. »Er hatte mich auf einer Baustelle hier in der Gegend arbeiten gesehen und kam immer wieder zum Quatschen vorbei. Ich habe ihm direkt gesagt, dass ich nicht schwul bin. Doch er hat bloß gelacht und gesagt, er genauso wenig. Zuerst konnte ich nicht viel mit ihm anfangen, aber er ist immer wieder gekommen. Er war auf eine böse Art witzig, wenn Sie verstehen, was ich meine. »Können Sie uns ein Beispiel geben?«, fragte Agatha. »Die Frauen in der Gemeinde haben ihn angehimmelt, und er schien sie allesamt zu verachten.« »Irgendeine von Ihnen besonders?« »Er hat von einer Mrs. Hill geredet. Er hat immer gesagt, die würde ihn wie ein Welpe angucken. Er meinte, dass ihm danach war, mit den Fingern zu schnippen und ihr ein Leckerli zuzuwerfen. Solche Sachen.« Agatha beugte sich vor. »Hat Tristan jemals von einem Geschäftsmann gesprochen? Jemandem, der ihm Geschenke machte?« »Ach das, er hatte mir eine goldene Rolex gezeigt und gesagt, die wäre ein Geschenk von Richard Binzer.« Staunend riss Agatha die Augen weit auf. »Richard Binzer, der Großindustrielle?« »Das hat er gesagt. Aber er hat auch gelogen, dass ich die Balken bogen.« »Wissen Sie, wer ihn zusammengeschlagen hatte?« »Er hat gesagt, es war eine von den Gangs. Dabei kannte er keine einzige, glauben Sie mir. Vielleicht war es eine von den Frauen, die ihm auf die Schliche gekommen und dann mit einem Knüppel auf ihn losgegangen ist.« »Keine Ahnung.« »Wissen Sie, wo diese Mrs. Hill wohnt?« »Hat er mir erzählt. In dem großen Haus drüben. Jeeves Place. Über die Hauptstraße. Dann durch die Gladstone Street. Rechts in die Palmerston. Und Jeeves ist dann die erste links. Die Nummer weiß ich nicht. Aber es ist ein Riesenschuppen.« »Wissen Sie, wie viel Zeit zwischen dem Überfall auf ihn hier und dem Wechsel zur neuen Kaplanstelle lag?« fragte Agatha. »Nach dem Angriff war er noch einmal hier. Er hat gesagt, dass er ins Ausland geht. Das war ungefähr vor einem halben Jahr.« Als sie gingen, sagte Agatha, »nehmen wir uns Binzer vor.« »Lassen wir es doch für heute Abend gut sein,« schlug John vor. »Fahren wir zurück nach Carsley und versuchen es morgen bei Binzer. Und danach bei Mrs. Hill.« Richard Binzers Bürogebäude war ein eindrucksvoller, moderner Bau aus Stahl und Glas, in dessen Eingangshalle ein großer Baum bis zum Glasdach auffragte. »Los geht's«, sagte Agatha und marschierte auf den langen Empfangstresen zu, hinter dem vier hübsche junge Frauen an Telefonen saßen. »Mr. Binzer«, sagte Agatha zu der Frau, die am wenigsten einschüchternd wirkte. »Wann ist ihr Termin?« »Wir haben keinen«, antwortete Agatha. Sie zückte einen verschlossenen Briefumschlag, den sie im Wagen vorbereitet hatte. Darauf stand »Dringend, privat und vertraulich«. »Aber er muss sofort dies hier bekommen. Ich bin sicher, dass er uns sehen will.« »Nehmen Sie bitte Platz«, sagte die Empfangsdame und zeigte zu einer Reihe von Sofas und Sesseln nahe den Eingangstüren. Schließlich kam die Empfangsdame, mit der sie gesprochen hatten, auf sie zu und sagte »Ich bringe Sie nach oben. Folgen Sie mir.« Ein gläserner Aufzug trug sie bis hinauf ins Obergeschoss des Gebäudes. Dort gab es einen weiteren Empfangsbereich. Eine Sekretärin mittleren Alters begrüßte sie und bat sie zu warten. Agatha begann gerade, sich zu fragen, ob man sie vergessen hatte, als die Sekretärin zurückkehrte und sagte »Mr. Binser wird Sie jetzt empfangen.« Sie führte die beiden durch ein Büro und öffnete eine schwere Tür zu einem Raum, in dem ein kleiner, fast kahlköpfiger Mann an einem großen Schreibtisch saß. Der Mann stand nicht auf, um ihnen entgegenzukommen. Stattdessen musterte er sie nur kühl und sagte »Das wäre alles, Miss Partle. Ich rufe Sie, wenn ich Sie brauche.« Die Sekretärin ging und schloss die Tür hinter sich. »Setzen«, befahl Richard Binser und zeigte auf die beiden niedrigen Stühle vor seinem Schreibtisch. Agatha und John nahmen Platz. »Sie sind nicht ganz, was ich erwartet habe. Ich zeichne das hier auf und ich warne Sie beide, dass ich die Polizei rufen werde, sollten Sie mich zu erpressen versuchen.« »Wir sind nicht hier, um Sie zu erpressen«, entgegnete John. »Wir ermitteln im Mordfall Tristan Dallon.« »Und Sie sind?« »John Hermitage und Agatha Raisin.« »John Hermitage?« »Der Schriftsteller?« »Ja.« »Ich habe alle Ihre Bücher gelesen.« Der Geschäftsmann taute merklich auf. John erklärte ihm, dass sie beide in Carsley lebten und mit dem Vicar befreundet seien, dessen Namen sie gerne reinwaschen würden. In diesem Zusammenhang hätten sie erfahren, dass er, Binser, Tristan, Geschenke gemacht hätte. Binser schaltete das Aufnahmegerät aus und wischte sich mit der Hand über die Stirn. »Ich dachte, Sie wären Verwandte von ihm.« »Hat Tristan versucht, Sie zu erpressen?« »Oh ja, aber ohne Erfolg.« »Ich spende eine Menge Geld für wohltätige Zwecke.« Allerdings sehen meine Mitarbeiter die Anfragen durch, schreibe meinen Bericht und dann erst entscheide ich, wer wie viel bekommt. Daher war ich ein bisschen verwundert, als meine leitende Sekretärin Miss Partle darauf bestand, dass ich Tristan persönlich empfing. Anscheinend wollte er Gelder für die Gründung eines jungen Clubs in Newcross auftreiben. Mich amüsierte, dass ich meine sonst so prinzipientreue Sekretärin von diesem Tristan weichklopfen ließ. Deshalb stimmte ich zu, ihn zu empfangen. Er war so gutaussehend und charmant, dass ich fast anfing, an meiner sexuellen Orientierung zu zweifeln. Und er schmeichelte mir. Ich habe keinen Sohn und es gefiel mir, wie Tristans Augen aufleuchteten, wenn ich ihm ein Geschenk machte. Dann beendete ich die Bekanntschaft. »Warum?«, fragte Agatha. »Ich war eines Tages unten bei der Kirche, um nachzufragen, wie es mit dem jungen Club voranging. Ich hatte Tristan einen Scheck über 10.000 Pfund ausgestellt, um einen Saal zu mieten und Ausstattung zu kaufen. Er hatte um mehr Geld gebeten, aber da ich nun mal in erster Linie Geschäftsmann bin, wollte ich erst nachsehen, wie er das andere Geld genutzt hatte. Er war nicht dort, doch ich traf den Vicar an. Ihm war nichts von einem solchen Club bekannt. In dem Moment kam Tristan dazu, wandte sich und behauptete, es hätte eine Überraschung werden sollen. Dabei war offensichtlich, dass er gar nichts getan hatte. Danach schrieb Tristan mir, drohte an, meiner Frau zu erzählen, dass wir eine Affäre gehabt hätten, was wir niemals hatten, und sagte, er würde ihr die Geschenke zeigen, die ich ihm gemacht hatte. Ich sagte ihm, sollte er sich mir jemals wieder nähern, würde ich die Polizei einschalten, und dass ich seinen Anruf aufgezeichnet hätte. Alle meine Anrufe werden aufgezeichnet. Ich habe nie wieder von ihm gehört. Jedenfalls war es Tristans Charme, der mich blendete. Er sorgte dafür, dass ich mich wohl in meiner Haut fühlte. Irgendwie war ich mir sicher, dass ich wieder von ihm hören würde, doch es kam kein einziges Wort mehr. Als ich ihre Nachricht erhielt, dachte ich, er hätte irgendwelche Tagebuchnotizen über unsere Freundschaft hinterlassen, und sie wären hier, um mich zu erpressen. Ich denke nicht, dass die Polizei hiervon erfahren muss, sagte John. Es sei denn, der Vicar, erzählt es ihr. Wir werden es gewiss nicht. Ich mochte ihn, sagte John, als sie sich in den Verkehr in Richtung Süd-London einordneten. Bin sie? Ja, ich auch. Blendendes, wässriges Sonnenlicht flutete London. Agatha sah zu John und bemerkte zum ersten Mal die schlaffe Haut unter seinem Kinn und die Falten in seinen Augenwinkeln. Aus irgendeinem Grund machte es sie froh, und sie begann tonlos vor sich hin zu pfeifen, bis John ihr sagte, sie solle damit aufhören. In New Cross fuhren sie zum Jeeves Place und parkten vor der Villa. Die Haustür stand ein Stück weit offen. Jemand ist im Haus, stellte Agatha fest. Gut, also los, sagte John. Im Inneren des Gebäudes sang jemand mit dünner Stimme ein Kirchenlied. John klingelte. Eine sehr kleine Frau mit ergrauendem Haar, fahler Haut und einem Staubwedel in der Hand kam zur Tür. Mrs. Hill? fragte Agatha, die sich vor John drängte, weil sie fand, dass er sich bei dieser Ermittlung entschieden zu sehr in den Vordergrund spielte. Ja, ich bin Mrs. Hill. Agatha stellte sie beide vor und erläuterte den Grund, aus dem sie mit ihr sprechen wollten. Kommen Sie lieber rein, flüsterte Mrs. Hill, obwohl weit und breit niemand zu sehen war. Sie ging voraus in einen großen, dunklen Raum voller, wuchtiger alter Möbel. Ich war entsetzt, von Tristans Tod zu hören, sagte sie. Solch ein netter junger Mann. Dürfen wir uns setzen? fragte Agatha. Oh, bitte. Nur zu. John und Agatha nahmen auf zwei Stühlen Platz und Mrs. Hill sank auf die Kante eines Sessels. Er war überhaupt nicht nett, wie sich herausstellt, sagte Agatha unverblümt. Er hat einen angesehenen Geschäftsmann um eine beträchtliche Summe gebracht, um damit angeblich einen jungen Club zu gründen. Und natürlich behielt er das Geld für sich. Es gab nie einen jungen Club. John sah Agatha erbost an und sagte stumm, sei still. Die Geschichte mit Binzer sollte nicht publik werden. Gleichzeitig traten Mrs. Hill Tränen in die Augen und kullerten ihr über die Wangen. Bin ich froh? Ich war nicht die Einzige, schluchzte sie. Erzählen Sie uns von ihm, sagte Agatha ruhig. Ich kam mir so dumm vor, so betrogen. Sie müssen wissen, dass ich ihn angebetet hatte. Hinterher wurde mir klar, was passiert war. Alle Häuser hier in der Straße sind in Wohnungen aufgeteilt worden, bis auf meines. Ich stehe in dem Ruf, vermögend zu sein. Man redet von mir als der reichen Mrs. Hill. Aber ich fange lieber von vorn an. Tristan hatte mir geschmeichelt. Bei ihm hatte ich so ein gutes Gefühl, fühlte mich wohl mit mir. Ich war ganz geblendet von der Wirkung, die er auf mich hatte. Wir gingen einige Male zusammen aus, aber immer irgendwohin, wo uns niemand kannte. Er sagte, dass er die anderen Frauen in der Gemeinde nicht eifersüchtig machen wollte. Er behauptete, dass er mich mag und dass der Altersunterschied keine Rolle spielt, wenn zwei Menschen sich wirklich gegenseitig achten. Sie wischte sich eine Träne weg. Er war mein Ein und Alles. Dann bat er mich um eine Spende für den jungen Club, den er gründen wollte. Ich vertraute ihm an, dass ich ihm gar kein Geld geben konnte. Ich lebe ja von sehr wenig und sagte, dass es bis zu meinem Tod reichen müsste. Er stellte mir eine Menge Fragen darüber, wie viel ich denn hätte, alles scheinbar voller Mitgefühl. Und dann hörte er auf, mich zu besuchen. Ich hatte gedacht, dass er mich liebt, heulte sie. Sie schluckte angestrengt, bevor sie fortfuhr. Eines Tages habe ich vor dem Fachhaus gewartet, bis ich ihn rauskommen sah und ihn gefragt, warum er mich meidet. Ich habe ihn daran erinnert, dass er mir gesagt hatte, er würde mich lieben. Da hat er mir ins Gesicht gelacht. Er hat gesagt, dass er schwul ist. Er hat eine Menge Dinge gesagt, die ich nicht wiederholen möchte. Ich hätte ihn umbringen können. Aber das habe ich nicht. Glauben Sie, dass er von jemand anders Geld bekommen hatte? fragte John leise. Das weiß ich nicht. Bitte sagen Sie niemandem, was ich Ihnen erzählt habe. Ich könnte es nicht ertragen. Das werden wir nicht, sofern es nicht zwingend notwendig ist, versicherte Agatha. John wollte noch einmal den Vicar befragen. Er hatte sie bewusst belogen, was Richard Binser anging, denn er kannte ihn, weil Binser bei ihm gewesen war. Und der Vicar hatte auch gesagt, dass Tristan nichts verbrochen hätte, was aber durchaus der Fall war. Der Vicar von St. Edmonds war alles andere als froh, sie wiederzusehen. Von seiner grimmigen Haushälterin war nichts zu sehen. Ich bin sehr mit meiner Predigt beschäftigt, begann der Vicar. Wir bitten auch nur um wenige Minuten, Mr. Lansing, sagte Agatha. Wir möchten wissen, warum Sie uns belogen haben. Du liebe Güte, kommen Sie rein. Als sie abermals in seinem Arbeitszimmer saßen, eröffnete Agatha, Sie haben uns erzählt, dass Tristan nichts verbrochen hatte und doch hatte er Mr. Binser um 10.000 Pfund erleichtert. Und Sie sagten auch, dass Sie diesen Mr. Binser nicht kennen. Dabei war er bei Ihnen gewesen. War er. Und er bat mich inständig, niemandem zu erzählen, dass Tristan ihn zum Narren gehalten hatte. Er sagte, es wäre rufschädigend für ihn. Und Tristan war aufrichtig reumütig. Er versicherte mir, dass er jeden Penny zurückzahlen würde. Tja, soweit wir wissen, hat er es nicht. Es tut mir leid, dass ich Sie belogen habe, aber ich hatte Mr. Binser mein Wort gegeben, nichts zu sagen. Gibt es sonst noch etwas, dass Sie uns verschwiegen haben? Nicht, dass ich wüsste. Mr. Lansing sah sie verdrossen an. Außerdem habe ich Ihnen schon genug erzählt. Sie sind nicht von der Polizei. Ich hätte überhaupt nicht mit Ihnen reden sollen. Wir versuchen lediglich, unserem Vicar zu helfen, Mr. Blocksby. lenkte John ein. Das werden Sie gewiss verstehen. Die Polizei erfährt nichts von dem, was Sie uns erzählt haben, sofern es nicht absolut notwendig ist. Würden Sie dann bitte gehen? Und das war es, sagte Agatha erschöpft. Essen wir etwas. Sie hielten an einer Raststätte auf der A40, wo sie ein fettiges Frühstück aus Eiern, Würstchen und Pommes frites zu sich nahmen. Als John endlich ins Dorf fuhr, sahen sie, dass die enge Hauptstraße beinahe blockiert von zwei Übertragungswagen war. Ich dachte, die Presse hätte inzwischen aufgegeben, sagte John. Er bog in die Lila Glane, wo ein Streifenwagen vor Agathas Cottage stand. Hör mal, sagte John streng. Ich habe keine Ahnung, was los ist, aber erzähl Ihnen einfach, dass wir den Tag in London verbracht haben, um durch die Geschäfte zu bummeln und zu essen. Nein, Moment, dann überprüfen Sie die Restaurants. Wir können Ihnen von der Raststätte erzählen und sagen, wir hätten uns ein Picknick mitgenommen und es im Green Park gegessen. Als sie parkten, stiegen Bill Wong, ein Detective Constable und eine Polizistin aus dem Wagen. Bill sah ernst aus. Wo waren Sie, Mrs. Raisin? fragte er. Agatha wurde flau, weil er sie mit Nachnamen ansprach. In London zum Bummeln, antwortete sie. Warum? Gehen wir lieber nach drinnen, sagte Bill. Sie kommen auch mit, Mr. Armitage. Agatha schloss ihre Haustür auf. Sobald alle am Küchentisch saßen, fragte Agatha, Worum geht es? Ich habe meine Aussage gemacht. Es gibt eine neue Entwicklung, antwortete Bill, dessen Blick hart wirkte. Dann verzog er das Gesicht, denn Hodge grub die Krallen in sein Hosenbein. Miss Jellop ist ermordet worden. Wie? Wann? fragte Agatha. Die genaue Todeszeit haben wir noch nicht, aber irgendwann heute am frühen Abend. Sie wurde erwürgt. Sie lebt allein und wäre vielleicht nicht gefunden worden, hätte Mrs. Bloxby sie nicht besuchen wollen, die Haustür offen vorgefunden und dann Miss Jellops Leiche entdeckt. Die arme Mrs. Bloxby, Agatha richtete sich halb auf. Ich muss zu ihr. Setzen Sie sich. Detective Inspector Wilkes ist bei ihr. Gehen wir durch, wo Sie heute waren. Aber wir sind doch nicht verdächtig. Sie wühlen Dinge auf und ich würde gerne wissen, was genau Sie aufgewühlt haben. John übernahm. Wir wollten mal aus dem Dorf kommen. Wir hatten ein Picknick eingepackt, das wir im Green Park gegessen haben. Danach haben wir einen Schaufensterbummel gemacht und auf dem Rückweg an der Raststätte auf der A40 gehalten und dort das Frühstück gegessen, das ganztägig angeboten wird. Wann? Vor circa anderthalb Stunden. Sie waren nicht in New Cross und haben Detektiv gespielt? Nein, sagte John und betete, dass der Vicar nichts ausplauderte. Also waren Sie den Tag über gemeinsam fort. Warum? Wir wollten durch die Läden bummeln. Sonst nichts, improvisierte John verzweifelt. Tatsächlich sind wir auch durch Kensington gelaufen, um uns Veranstaltungsorte anzusehen, die in Frage kämen. Was für Veranstaltungsorte? Warum? John holte Tiefluft. Er war müde und die Neuigkeit vom zweiten Mord hatte ihn erschüttert. Weil wir planen, zu heiraten. Innerlich verfluchte ihn Agatha, rang sich jedoch ein süßliches Lächeln ab und sagte, ich hatte es bisher nicht erzählt, weil es eine Überraschung sein soll. Und wann wird diese Hochzeit stattfinden? Wir haben noch kein Datum festgelegt, antwortete Agatha. Aber wenn es soweit ist, Bill, hoffe ich, dass Sie mich zum Altar führen. Bill fixierte beide mit seinen braunen Augen. Das glaube ich nicht, sagte er ruhig. Aber wir werden Ihr Alibi überprüfen. Die Fragen gingen weiter. Hatte jemand in den Geschäften, im Green Park oder in Kensington mit ihnen gesprochen? Sie waren beide erschöpft und das Schwindeln fiel ihnen zunehmend leichter. Beide blieben bei ihrer Geschichte, bis Agatha beinahe selbst glaubte, dass sie heiraten würden. Als es vorbei war, fragte Agatha, heißt das, dass Mr. Bloxby nicht mehr verdächtigt wird? Keiner ist von der Liste der Verdächtigen gestrichen, antwortete Bill. Und verreisen Sie die nächsten Tage nicht. Nachdem die Polizei gegangen war, konnte John sehen, dass Agatha ihn auf die angeblichen Hochzeitspläne ansprechen wollte. Lass es, sagte er barsch. Wir müssen diesen Vicar und Mrs. Hill anrufen und ihnen erklären, dass sie den Mund halten sollen. Mach du das, mein künftiger Gatte, entgegnete Agatha. Ich brauche einen Drink. Dann hol mir auch einen großen Whisky. Doch vorher gib mir Mrs. Hills Nummer. Ich habe gesehen, dass du sie dir aufgeschrieben hast. Agatha gab sie ihm, ging ins Wohnzimmer und schenkte sich einen großen Gin Tonic und einen Whisky für John ein. Anschließend setzte sie sich. Es läutete an der Tür. Agatha spähte durch die Vorhänge und sah mehrere Presseleute. Sie ließ es läuten, saß da, nippte an ihrem Drink und wartete auf John. Ist das draußen die Presse? fragte er, als er zu ihr kam. Ja. Warum hast du nur gesagt, dass wir heiraten wollen? Ein spontaner Einfall. Der zweite Mord hatte mich geschockt. Wir können die Geschichte noch eine Weile beibehalten und dann erzählen, dass wir uns getrennt haben. Bill hat uns nicht geglaubt. Wird er noch. Wir brauchen bloß ein bisschen auch verliebt zu machen, wenn er das nächste Mal vorbeikommt. Denkst du, du schaffst das? Momentan habe ich nicht das Gefühl, irgendetwas zu schaffen. Warum wurde Miss Jellop umgebracht? Offensichtlich wusste sie etwas. Ich denke, wir halten uns am besten bedeckt und warten, dass sich die Lage beruhigt. Wir können Mrs. Bloxby besuchen, wenn die Luft rein ist. Sie durfte alles über Miss Jellop wissen. Wer sind die anderen beiden, von denen Mrs. Bloxby gesprochen hat? Peggy Slither drüben in Ancoum und Colonel Tramswitte. Mit denen können wir schlecht reden, solange es von Polizei und Presse wimmelt. Willst du, dass ich heute Nacht hier bleibe? Nein, antwortete Agatha. Ich dachte, das hätten wir bereits geklärt. Ich meinte nur zu deinem Schutz. Das Telefon klingelte. Geh du ran, befahl Agatha. John verschwand in die Diele, und kehrte wenig später zurück. Die Presse, sagte er. Zieh den Stecker raus, wenn du gehst. Es war früher Nachmittag am nächsten Tag, als Agatha einfiel, dass das Telefon noch ausgestöpselt war. Sie steckte es wieder ein und wählte Johns Nummer. Was machst du? fragte sie. Ich schreibe. Doch ich habe etwas für dich. Ich komme gleich rüber. Es klopfte und sie öffnete John. Er folgte ihr in die Küche und legte eine kleine Schmuckschatulle auf den Tisch. Ich denke, du fängst lieber an, den hier zu tragen, damit die Geschichte glaubwürdig klingt. Agatha öffnete das Kästchen und sah einen Verlobungsring. Einen großen, von Diamantsplittern umrahmten Saphir. Wann hast du den besorgt? fragte sie. Vor Jahren. Er ist von meiner Ex-Frau. Sie schleuderte ihn mir ins Gesicht, kurz bevor wir uns trennten. Probier ihn an. Agatha schob ihn über den Ehering, den sie nach wie vor trug. Er passte perfekt. Falls ich mich nicht irre, wird Bill Wong bald wieder hier sein. Ich mache uns Kaffee. John löffelte Kaffeepulver in die Maschine, als es läutete. Agatha ging zur Tür und linste durch den Spion. Es ist Mrs. Bloxby. Sie riss die Tür auf. Kommen Sie herein, Sie Arme. Was für ein Albtraum. Wo ist Ihr Mann? Er hilft der Polizei bei ihren Nachforschungen. Mrs. Bloxby setzte sich an den Küchentisch. Kaffee? fragte John. Er ist gleich fertig. Ja, gern, antwortete Mrs. Bloxby. Mit Milch und ohne Zucker. Warum Miss Jellop? Ich weiß es wirklich nicht, sagte Mrs. Bloxby. Sie nahm den Kaffee, den John ihr reichte. So eine dumme, harmlose Frau. Woher war sie? Miss Jellop ist von irgendwo in Staffordshire hierher gezogen. Ich glaube, sie stand sich recht gut. Ihre Familie ist mit Marmelade zu Geld gekommen. Jellops German Jellies. Hat Arf ein Alibi? Sie kennen die genaue Todeszeit noch nicht. Irgendwann am Abend. Arf war in seinem Arbeitszimmer und ich erinnere mich, dass Miss Jellop morgens angerufen hatte. Ich sollte zu ihr kommen, weil sie mit mir über irgendwas reden wollte. Dauernd hat sie sich über Sachen in der Gemeinde beklagt und wollte die Kirche beleben, wie sie es ausdrückte. Ich rief sie am späten Nachmittag zurück und sagte ihr, dass ich gegen neun zu ihr kommen würde. Die Haustür stand einen Spalt weit offen. Als ich klingelte, passierte nichts. Deshalb bin ich hinein, weil ich mir Sorgen machte, dass sie gestürzt sein könnte. Mrs. Bloxby hob eine zitternde Hand an ihren Mund. Und da lag sie. War etwas um ihren Hals geschlungen? Das konnte ich nicht sehen. Ich habe sofort die Polizei und einen Krankenwagen gerufen, aber ich ertrug es nicht, sie näher anzusehen. Mal überlegen, sagte Agatha. Sie hat in einem Reihenhaus in der Doverice, gleich hinter den Geschäften gewohnt. Es ist eine Sackgasse. Sicher muss jemand gesehen haben, wie dort ein Fremder durchging. Wenn ich mich richtig erinnere, stehen da nur vier Cottages in einer Reihe. Mr. und Mrs. Witherspoon besuchen ihre Tochter in Evesham. Ihres ist das erste Cottage. Danach kommen Mr. und Mrs. Partington. Sie saßen den Großteil des Abends in ihrem hinteren Wohnzimmer, weg von der Straße, haben Videos angeschaut und dabei gegessen. Neben ihnen wohnte Miss Jellop und am Ende der Reihe lebt Miss Dabernam, die bei ihrer Schwester in Cheltenham war und dort auch übernachtet hat. Woher sind Sie so gut informiert? fragte Agatha. Ich hatte die halbe Nacht die Polizei im Haus und die unterhielt sich oft, als wäre ich gar nicht da. Also zurück zu Miss Jellop, sagte John. Haben Sie die Polizisten zufällig über Tristans Bankkonto reden hören? Ja, habe ich tatsächlich. Er hatte in den letzten Wochen mehrmals Geld auf sein Konto eingezahlt, von dem man glaubt, dass er es anderen Leuten abgenommen hat. Doch alle schwören, ihm nichts gegeben zu haben. Sie sagen allerdings auch, dass sie mit dem Gedanken gespielt hätten. Sogar das Konto der alten Mrs. Feathers wurde überprüft, aber die einzige größere Summe hatte sie kürzlich abgehoben, um für ihr Dinner einzukaufen, Mrs. Raisin. Sie hat zugegeben, dass er versprochen hatte, Geld für sie anzulegen. Nur haben Frauen wie Mrs. Feathers Angst vor dem Alter und horten lieber jeden Penny. Trotzdem spricht der Umstand, dass Tristan sie sogar für sein Essen bezahlen, dies Bände, was seinen Charme betrifft. In Mrs. Bloxbys sonst so milden, grauen Augen spiegelten sich Sorge und Schmerz. Ich mache mir solche Sorgen um den Armen auf. Konnten sie irgendetwas herausfinden? Aber wir möchten nicht, dass die Polizei davon erfährt, warnte Agatha, denn die würde uns die Hölle heiß machen, weil wir uns eingemischt haben. Dann berichtete sie Mrs. Bloxby von ihrem Besuch in New Cross und bei Mr. Binzer. Würde sich doch nur herausstellen, dass es jemand aus London war, die Bikarsfrau seufzte. Die Atmosphäre im Dorf ist vergiftet und all diese dummen Frauen erzählen der Polizei, dass Alf eifersüchtig auf Mr. Dallon war. Fahles Sonnenlicht fiel durchs Küchenfenster herein und brachte Agathas Ring zum Funkeln. Das ist ein neuer Ring, rief Mrs. Bloxby aus. John geriet in Panik und hat Bill Wong erzählt, dass wir verlobt sind, um unsere Fahrt nach London zu erklären, winkte Agatha ab. Vielleicht sollten Sie ihm die Wahrheit verraten, sagte Mrs. Bloxby. Irgendwas, damit Sie nicht mehr gegen den Armen aufermitteln. Ich glaube wirklich nicht, dass Mr. Bloxby etwas zu befrüchten hat, beruhigte John sie. Ich gehe lieber wieder zurück, sagte Mrs. Bloxby und stand auf. Auf kann jederzeit nach Hause kommen und ich möchte nicht, dass er das Pfarrhaus leer vorfindet. Sollen wir sie begleiten? Belästigt die Presse sie nicht? Die ist weg, abgesehen von einigen Lokalreportern. Agatha brachte Mrs. Bloxby zur Tür und kehrte zu John zurück. Sie zündete sich eine Zigarette an. Das ist eine eklige Angewohnheit, bemerkte John. Weiß ich, aber ich hänge an ihr. Wir müssen einfach abwarten. Es wird leichter, wenn die Presse abgezogen ist. Wir könnten bis morgen warten und dann sehen, was wir aus Peggy Sliver herausbekommen. Sie wohnt in Ancoum und dort wird sich die Polizei nicht herumtreiben. Hat Mrs. Bloxby gesagt, wo genau sie wohnt? Ich erinnere mich nicht. Warte, ich hole das Telefonbuch. Agatha ging hinaus und kam mit dem Telefonbuch wieder zurück in die Küche. Während sie blätterte, sagte John, jetzt fällt es mir wieder ein. Shangri-La, so hieß ihr Haus. Stimmt. Gartenzwerge vor dem Cottage. Hier ist es. Es steht kein Straßenname da, nur der von dem Haus, als würde die eingebildete Kuh in einem Herrenhaus leben. Na, Ancoum ist klein, das müsste leicht zu finden sein. Ich denke, ich gehe mal wieder schreiben, sagte John und erhob sich. Ich hole dich morgen früh ab. Sagen wir gegen zehn? Ist gut. Bis dann. Agatha fragte sich, was sie nun tun sollte. Ein Stapel glänzender neuer Taschenbücher, die sie in Yvesham gekauft hatte, lag auf dem Couchtisch. Sie nahm einen Harry-Potter-Band zur Hand, begann zu lesen und nahm eine Stunde später nur vage die Klingel wahr. Sie ging zur Tür und sah Bill Wong durch den Spion. Schuldbewusst und widerwillig öffnete sie. Er war allein. Es wird Zeit, dass wir uns unterhalten, Agatha. Kommen Sie rein und bringen Sie Ihre Daumenschrauben mit. Wir setzen uns in den Garten. Es sieht nicht besonders kühl aus. Nein, nach dem Gewitter ist es nur angenehm frisch. Agatha bereitete zwei Becher Kaffee und brachte sie in den Garten. Tja, wie ich sehe, haben Sie schon einen Ring, Agatha. Aber wieso habe ich das Gefühl, dass Sie beide mich belügen? Weil sie eine verdorbene Polizistenfantasie haben. Wir sind sehr verliebt. Nein, ich will ehrlich zu Ihnen sein. Wir verstehen uns gut und keiner von uns will im Alter allein sein. Darum haben wir entschieden, zu heiraten. Haben Sie eine Ahnung, warum Miss Jellip ermordet wurde? Ich denke, sie könnte etwas herausgefunden haben. Vermutlich hatte sie deshalb bei Mrs. Bloxby angerufen. Andererseits sagt Mrs. Bloxby, Miss Jellip hätte sie dauernd zu sich bestellt, um sich über irgendwas zu beschweren. War sie reich? Sie stand sich ausgesprochen gut. Wer erbt? Es gibt ein Testament. Ihre nächste Angehörige ist eine Schwester, die in Stoke-on-Trent lebt. Und haben Sie etwas Ungewöhnliches auf Tristans Konto entdeckt? Größere Geldbeträge, nicht riesig. Mal 500 Pfund hier, mal 600 da, wurden in bar eingezahlt. Insgesamt rund 1.500. Anscheinend hatte er diesen Treuhandfonds der Familie erfunden. Geboren wurde er als Terrence Biles. Der Vater war bei der Post, die Mutter Hausfrau. Sie sind beide verstorben. Mit 17, als seine Eltern bereits tot waren, änderte Tristan offiziell seinen Namen. In seiner Vergangenheit findet sich nichts Verdächtiges. Gute Schulabschlussnoten, Theologiestudium. Er hatte einige Jahre eine Kaplanstelle in Kensington. Von dort gibt es auch nichts Finsteres zu berichten. Dem Vicar sagte Tristan, dass er in einem schwierigeren Bezirk arbeiten möchte. Der Vicar schien wirklich traurig, ihn gehen zu lassen. Also, Agatha, haben Sie Ihre Nase auch nicht in Dinge gesteckt, die Sie nichts angehen? Nein, damit habe ich aufgehört. Ich möchte ein langes, ruhiges Leben führen. Bill stand auf. Hätten Sie das jetzt nicht gesagt, hätte ich Ihnen vielleicht sogar geglaubt, dass Sie heiraten wollen. Aber ein ruhiges Leben? Niemals. Achten Sie nur darauf, dass Sie mir alles erzählen, was Sie ausgraben. Nachdem er gegangen war, blieb Agatha im Garten sitzen. Was war mit den 10.000 Pfund geschehen? Die Polizei hatte die Bank nicht danach gefragt, weil sie nichts von dem Geld wusste. Vielleicht hatte Tristan es in kleinen Tranchen verlangt, um Ärger mit der Steuer zu vermeiden. Agatha rief Binsers Büro an und bat ihn zu sprechen. Als sie endlich zu seiner Sekretärin durchgestellt wurde, sagte Miss Partelbarsch, Ich möchte Sie dringend auffordern, ihn in Ruhe zu lassen. Er ist ein vielbeschäftigter Mann. Agatha holte tief Luft. Hören Sie mal, Sie schwingen jetzt Ihren Hintern da rein und richten ihm aus, dass Agatha Raisin ihn sprechen will. Na, ich muss doch sehr bitten. Agatha stieß einen Heulaut aus und dann erklang Binsers Stimme am anderen Ende. Was ist jetzt wieder? Ich habe Ihnen alles erzählt, was ich weiß. Es geht nochmal um die 10.000 Pfund. Wie hatten Sie die bezahlt? In bar. In bar, wiederholte Agatha. Das ist seltsam. Ja, ist es. Aber ich hatte ja schon angedeutet, dass Tristan mir den Verstand verwirrt hatte. Er behauptete, dass er ein Sonderkonto bei einer Bank in Newcross einrichten wollte und gleich loslegen könnte, wenn er nicht abwarten müsste, bis der Scheck gutgeschrieben würde. Ich weiß, dass Sie die Geschichte nicht publik haben wollten. Aber bei einem Mann wie Ihnen hätte ich gedacht, dass er Tristan verklagen würde, um das Geld wiederzubekommen. Er hatte es mir zurückgeschickt. Was? Davon haben Sie kein Wort gesagt. Wann? Ungefähr einen Monat, nachdem ich ihn zur Rede gestellt hatte. Das Geld wurde unten am Empfang in einem großen Umschlag abgegeben, an mich adressiert. Lag ein Brief bei dem Geld? Vielleicht hatte er gehofft, die Freundschaft wiederzubeleben. Nein, da war nichts beigefügt. Eine Woche später hörte ich von ihm und da drohte er mich zu erpressen. Und wie ich Ihnen bereits sagte, habe ich ihm geantwortet, dass ich ihn anzeigen würde. Danach kam nichts mehr. Also wenn es Ihnen nichts ausmacht, Mrs. Raisin, würde ich die Sache gern abhaken. Ich habe in der Zeitung von dem zweiten Mord in Ihrem Dorf gelesen. Offenbar ist der Täter in Ihrer Gegend zu finden. Leben Sie wohl. Agatha legte den Hörer auf, stand auf und dachte angestrengt nach. Was könnte Tristan veranlasst haben, das Geld zurückzugeben? Mr. Lansing, sein VK? Nein. Es sähe Tristan ähnlicher Reue zu mimen und zu behaupten, dass er das Geld zurückgeben würde, ohne es tatsächlich zu tun. Am nächsten Morgen und nach zwei Tassen schwarzem Kaffee nebst drei Zigaretten zum Frühstück fühlte Agatha sich wieder stark. Um zehn Uhr hörte sie draußen Johns Hupe, schloss ihr Cottage hinter sich ab und ging zu ihm. Auf der Fahrt nach Enkoum berichtete sie ihm von Bills Besuch, ihrem Anruf bei Binzer und der überraschenden Nachricht vom zurückgegebenen Geld. Irgendwas verschweigt der Mann uns, sagte John. Tristan hätte das Geld nicht einfach so rausgerückt. Binzer muss ihm gedroht haben. Ich weiß nicht. Mir kommt er glaubwürdig vor. Wenn er so glaubwürdig ist, warum hat er uns dann den Eindruck vermittelt, Tristan hätte das Geld behalten? Hier ist Enkoum. Halte nach einem kitschigen Cottage Ausschau. Halt da vorn bei der Post an. Ich frage nach. John wartete, bis Agatha mit der Information zurückkehrte, dass Peggy Slither in der Sheep Street am Dorfende wohnte. Am Dorfrand bog John nach rechts in die Sheep Street. Hier sind nur wenige Häuser. Oh, das da rechts muss es sein. Shangri-La war ein moderner Bungalow. Der Vorgarten war bunt von Blumen und Gartenzwergen aus Plastik. Sie parkten vor dem Haus und wanderten über den Mosaikpflasterweg zur Haustür. John klingelte. Eine dunkelhaarige Frau in mittleren Jahren öffnete ihnen. Sie war blässlich und ihre Augen blitzten auf jene Art, wie sie typisch für Menschen mit wenig Sinn für Humor war. Agatha stellte sich und John vor. Ah, die Schnüffler aus Carsley, sagte sie mit rauchiger Stimme. Ich wollte mir eben einen Tee machen. Kommen Sie rein. Das Wohnzimmer war voller Nippes und Grünpflanzen. Neben dem Fenster wuchs eine Zimmerpalme aus einer alten Toilettenschüssel. Gegenüber stand eine Kopie des Mannequin Piss aus Brüssel, der in eine Steinschale pinkelte. Ich hole den Tee, sagte Peggy. Glaubst du, dass sie diesen ganzen Kitsch ironisch meint, flüsterte John. Nein, ich habe das Gefühl, dass es ihr ernsthaft gefällt. Psst, sie kommt. Peggy trug ein Tablett herein. Diese ganzen Morde sind so aufregend, sagte sie. Aufregend? Agatha sah sie verwundert an. Ich dachte, sie mochten Tristan. Oh, das taten wir alle, meine Liebe. Solch ein atemberaubender junger Mann. Wann ist die Beerdigung? Fragte John. Ich hatte bisher ganz vergessen zu fragen. Irgendein Cousin lässt die Leiche zur Einäscherung nach London überführen. Ich würde gern zur Beerdigung gehen, sagte Agatha. Wissen Sie, wann die sein wird? Nein, das wird wohl keiner erfahren, ehe die Polizei die Leiche nicht freigibt. Natürlich wollen sie hin. Sie hatten was mit ihm, oder? Falls Sie an eine Affäre denken, ganz sicher nicht, erwiderte Agatha schroff. Aber Mrs. Feathers erzählt überall rum, dass sie von der Küche aus gesehen hat, wie er ihnen einen Gute-Nacht-Kuss gab. Es war nur ein flüchtiger Kuss, sonst nichts, sagte Agatha, die wütend wurde. Ich dachte, sie hätten ihm nahe gestanden. Nicht nahe, er hat mich amüsiert, und Frauen in unserem Alter, Agatha, zeigen sich gern mit hübschen jungen Männern. Ich brauche keine hübschen jungen Männer. Ich bin mit John verlobt. Ach was! Peggy musterte John von oben bis unten, ehe sie wieder zu Agatha sah. Wie haben Sie das denn angestellt? John fragte hastig, hatten Sie Tristan Geld gegeben? Keinen Penny. Nicht, dass das arme Lämmchen es nicht probiert hätte. Es kostete ihn einige gute Abendessen, bevor er es aufgab. Ich hasse dich, dachte Agatha. Wo waren Sie in der Nacht, in der er starb? fragte John. Seien Sie nicht albern, Sie sind nicht von der Polizei, also werde ich darauf nicht antworten. Ich dachte, es wäre lustig, Sie beide herumschnüffeln zu sehen. Aber langsam finde ich es ziemlich langweilig. Agatha stand auf. Die Wut ließ ihre Intuition verrückt spielen. Ein putziges Theater, das Sie uns hier bieten, meine liebe Peggy. Aber Sie waren in ihn verliebt und irgendwie hat er sie genarrt. Ich werde herausbekommen, wie. Ach, wussten Sie übrigens, dass er schwul war? Komm mit, John. Peggy saß da und starrte ihnen nach, als sie gingen. Die letzte Bemerkung hat die alte Schachtel schwer getroffen, sagte John auf dem Weg zum Wagen. Woher hast du gewusst, dass sie uns nur etwas vorgespielt hat? Wie sich herausstellt, war Tristan eine Ratte und ein Erpresser, antwortete Agatha. Aber er war auch umwerfend und charmant. Deshalb war er so gefährlich. Leute, die von ihm reingelegt wurden, werden zwangsläufig so tun, als hätte er keinen Eindruck auf sie gemacht. Doch ich kann mir nicht vorstellen, dass Tristan auf irgendeine Frau keine Wirkung hatte. Mit Ausnahme von Mrs. Bloxby, sagte John. Besuchen wir Mrs. Tramp. Mrs. Tramp wohnte in einer ausgebauten Scheune außerhalb des Dorfes. Agatha erinnerte sich, sie bei diversen Veranstaltungen im Dorf gesehen zu haben. Sie rumpelten die von Schlaglöchern übersäte Einfahrt zum Haus hinauf. Als sie aus dem Auto stiegen und Agatha die Beifahrertür zuschlug, stob ein Schwarm Krähen auf, der in einem blitzbeschädigten Baum in der Nähe nistete. Die umgebaute Scheune sah groß und solide aus. Agatha klingelte und sie warteten. Die Tür ging auf und Mrs. Tramp stand vor ihnen und blinzelte sie kurzsichtig im Sonnenlicht an. Sie sind Mrs. Raisin und Mr. Armitage, richtig? Ja, antwortete Agatha. Dürfen wir reinkommen? Wir möchten mit Ihnen über Tristan Dallon sprechen. Ach, du liebe Güte, ich koche gerade Marmelade und... Na, kommen Sie schon. Sie drehte sich um und die beiden folgten ihr in ein riesiges Wohnzimmer mit Glasflügeltüren. Setzen Sie sich, sagte Mrs. Tramp. Was möchten Sie über Mr. Dallon wissen? Wir haben gehört, dass Sie sich gut mit ihm verstanden haben, begann Agatha. Ja, habe ich. Und ich war bestürzt, als ich von seinem Tod hörte. Dazu jetzt noch dieser andere furchtbare Mord. So etwas gab es hier nicht, ehe Sie ins Dorf gezogen sind, Mrs. Raisin. Mit mir hat das nichts zu tun. Ich laufe nicht herum und ermorde Leute. Aber ich würde gerne wissen, wer es war, um Mr. Bloxbees Willen. Das Gerede hat er sich ganz allein zuzuschreiben, sagte Mrs. Tramp. Er war eifersüchtig auf Mr. Dallon. Ich vermute, das hat Tristan Ihnen erzählt. Er ließ fallen, dass er Schwierigkeiten mit dem VK hatte, ja. Haben Sie gewusst, dass er schwul war? fragte John. Und dass er versucht hat, Frauen Geld abzuschwatzen? Sie hob eine arthritische Hand an ihre plötzlich bebenden Lippen. Ich glaube das nicht. Das ist eine abscheuliche Unterstellung. Leider ist es wahr, sagte Agatha. Hat er versucht, Geld von Ihnen zu bekommen? Er hat mir von seinem Projekt erzählt, einem Jugendclub für das Dorf. Und er hat gesagt, dass er dabei Hilfe braucht. Ich habe ihm von mir aus angeboten, ihn zu unterstützen. Ich hatte sogar schon einen Scheck ausgestellt. Aber dann wurde er umgebracht und konnte ihn nicht mehr abholen. Jedenfalls bin ich sicher, dass er wirklich solch einen Club ins Leben rufen wollte. Er war ein wahrer Christ. Mrs. Tramp, entgegnete Agatha streng. Sie können von Glück reden, dass er diesen Scheck nie abgeholt hat. Er hätte das Geld in seine eigene Tasche gesteckt. Wie viel wollten Sie ihm geben? 5000 Pfund. Das ist eine Menge Geld. Ich kann es mir leisten. Mein lieber George hat sehr gut für mich vorgesorgt. Wie ist Ihr Mann gestorben? fragte John. Bei einem Wutausbruch. Ich habe immer gesagt, er soll an seinen Blutdruck denken. Ich fürchte, die Zigaretten waren schuld. Hat er zu viel geraucht? Agatha dachte an die Schachtel in ihrer Handtasche. Nein, es war so, dass ich auf einmal ein Verlangen nach Zigaretten verspürte. Doch er hätte nie gestattet, dass ich rauche. Eines Tages sagte er, dass er zum Golfen will. Ich hatte mir gerade eine Zigarette angesteckt, als er hereingestürmt kam, weil er etwas vergessen hatte. Sofort fing er an zu toben und über mein Rauchen zu schimpfen und dann gab er komische Gurgellaute von sich und fiel tot um. Wieder lächelte sie scheu. Ich setzte mich hin und beobachtete ihn eine ganze Weile, bevor ich den Krankenwagen rief. Zum ersten Mal war er still. Um zu Tristan zurückzukommen, sagte Agatha. Wie kam er mit Ihnen in Kontakt? Er hatte mich besucht. Wie er sagte, machte er die Runde durch die Gemeinde für den VK. Und wie charmant er war. Er hat erzählt, dass Alf Bloxby ein Tyrann sei. Ich habe gesagt, dass ich mich mit Tyrannen sehr gut auskenne und ihm mein Leben mit George beschrieben. Alf Bloxby ist kein Tyrann, fiel Agatha ihr ins Wort. Sie kennen ihn doch schon sehr lange. Können Sie sich außerdem vorstellen, dass ich Mrs. Bloxby mit einem Tyrannen abgeben würde? Mr. Dallon hat gesagt, dass sie sehr duldsam und leidensfähig ist. Ich denke, Sie haben auf böse Gerüchte gehört, Mrs. Raisin. Selbst wenn er schwul war, was ist daran schlimm? Gar nichts, bis auf die Tatsache, dass er Frauen um ihr Geld betrogen hat. Mrs. Trams, sonst so schüchterne Züge, bekamen etwas Störrisches. Ich denke, Sie gehen, liebe. Ich höre mir nicht noch mehr Verleumdungen und Lügen an. Sie stand auf, ging zur Haustür und öffnete sie ihnen. Und kommen Sie nicht wieder her! Ich glaube, sie hat diese Zigarette absichtlich geraucht, damit ihren Mann der Schlag trifft, sagte Agatha Mörrisch. Eine entsetzliche Frau! Eines kam aber doch bei unserem Besuch heraus, merkte John an. Was? Sie hat erzählt, dass sie einen Scheck für ihn ausgeschrieben hatte. Wenn er bereit war, einen Scheck anstelle von Bargeld anzunehmen, hatte unser Tristan vor, so viel wie möglich abzugreifen und danach zu verschwinden. Kann sein. Aber hätte er das Geld der Dörfler genommen und sich davon gemacht, hätte er die Kirche verlassen müssen. und es war seine Position als Geistlicher, die es ihm ermöglichte, die Leute um ihr Erspartes zu bringen. Doch was ist, wenn er sich in Lebensgefahr wähnte und vorhatte, das Land zu verlassen? Hm, machte Agatha. Es ärgerte sie, dass sie nicht selbst darauf gekommen war. Viel haben wir nicht. Was machen wir jetzt? Sehen wir nach, wie sich Mrs. Bloxby hält. Mrs. Bloxby führte sie in den Pfarrhausgarten. Arf hat sich hingelegt, sagte sie. Das alles ist ein Albtraum. Sie setzten sich in den Garten. Tristan hatte seine erste Stelle bei einer Kirche in Kensington. Wissen Sie zufällig, bei welcher? Das könnte in dem Brief stehen, den Mr. Lansing an aufgeschrieben hatte, um Tristan vorzustellen. Warten Sie, ich sehe nach. Als Mrs. Bloxby nach drinnen ging, sagte John, wir haben unseren hiesigen Papp vernachlässigt. Dort dürfte momentan die Gerüchteküche brodeln. Am besten gehen wir nachher hin und essen auch gleich dort zum Mittag. Mrs. Bloxby kehrte mit einem Brief in der Hand zurück. Agatha rückte ihren Stuhl neben John und sie lasen gleichzeitig. In dem Brief war ausgeführt, weshalb Tristan, um seiner geistigen Gesundheit willen aufs Land gehen sollte. Im letzten Absatz stand, dass er in St. Davids in South Kensington gearbeitet hatte, bevor er nach Newcross kam. Da fahren wir morgen hin, sagte John. Es ist wahrscheinlich jemand aus Tristans Vergangenheit. Ich glaube aber, die arme Miss Jellop war ganz in Tristans Gegenwart, bemerkte Mrs. Bloxby. Aber sie könnte etwas herausgefunden haben, beharrte John. Ist die Schwester schon angekommen? fragte Agatha. Miss Jellops Schwester? Die aus Stoke-on-Trent? Ich habe nichts gehört, antwortete Mrs. Bloxby. So wie sich das ändert, gebe ich Ihnen Bescheid. Wir gehen zum Mittagessen in den Pub, sagte Agatha. Möchten Sie mitkommen? Nein. Auf wird bald wieder aufstehen. Im Pub war es laut und verqualmt, allerdings nicht von Zigarettenrauch, sondern vom Kamin. Der Wirt, John Fletcher, beugte sich hustend und keuchend über das Feuer. Es ist die letzte Fuhre Holz, sagte er, als er die beiden sah. Schon grün. Er entfachte einen Anzünder und warf ihn zwischen die Scheite. Zögerlich züngelten die Flammen um das Holz. Das müsste reichen. Er richtete sich wieder auf und wischte sich die Hände an seiner Hose ab. Also, was kann ich Ihnen bringen? Sie bestellten Bier und Sandwiches und zogen sich an einen Fenstertisch in der Ecke zurück. Das Fenster stand offen, damit der Rauch abzog. Der Wirt brachte das Bier und die Sandwiches. Und was erzählt man sich so? fragte Agatha. Nicht viel, antwortete der Mann. Zuerst dachten alle, dass es der Vicar war. Aber dann ging rum, dass unser Kaplan eigentlich kein sehr netter Mensch war und seitdem denken die Leute, dass es jemand von außerhalb gewesen sein muss. Ein Gast am Tresen rief nach einem Drink und John Fletcher ging weg. Agatha trank einen Schluck von ihrem Bier. Lautes Klackern von Absätzen auf dem Steinboden kündigte Miss Sims an, die Sekretärin des Frauenvereins. Sie hatte ein Glas Rum und Wodka in der Hand. Darf ich mich zu Ihnen setzen? Ja, sicher, antwortete John Armitage. Miss Sims setzte sich auf den Stuhl neben Agatha. Furchtbar, das mit Miss Jellop, oder? Aber das musste ja so kommen. Warum? fragte Agatha. Dauernd hat sie sich beschwert und ihre Nase in alles gesteckt. Eine schreckliche Klatschtante war das. Sie hätten mal hören sollen, was sie über sie verbreitet hat, Mrs. Raisin. Das will ich gar nicht wissen, sagte Agatha scharf. Denken Sie immer noch, dass Tristan ein Heiliger war? Nein, er hat etwas Unmögliches getan. Was? Ich habe ihn im Dorf getroffen, an dem Tag, bevor er ermordet wurde. Da hat er mich eingeladen. Er hat gesagt, dass er genug von den alten Frauen im Dorf hat, was natürlich nicht nett war, aber in dem Moment fühlte ich mich geschmeichelt, dass er mit mir ausgehen wollte und mich zum Dinner einloot. Aber an dem Abend war ich bei ihm zum Essen eingeladen, rief Agatha aus. Weiß ich, dazu komme ich noch. Ich sollte ihn in diesem neuen Restaurant treffen, Stavros in Chipping Norton, um 8 Uhr. Bis halb neun habe ich gewartet, dann bin ich gegangen. Ich hatte die Karte gesehen und die Preise konnte ich mir nicht leisten. Also habe ich mir Fisch und Chips in der Sheep Street geholt und bin nach Hause gelaufen. Von dort rief ich bei ihm an und Mrs. Feathers erzählte mir, dass er sie zu Besuch hatte und nicht gestört werden wollte. Wann hatte er sie eingeladen? Am Tag vor seiner Ermordung. Aber mich hatte er erst an dem Nachmittag eingeladen, jammerte Miss Sims. Das verstehe ich einfach nicht. Vielleicht war es Absicht, sagte John. Vielleicht gefiel ihm die Vorstellung, wie sie da sitzen und auf ihn warten. Aber er wirkte immer so unglaublich nett. Erst jetzt geht das Gerücht, dass er auch ein bisschen, na ja, grausam sein konnte. Inwiefern? fragte Agatha. Na, Mrs. Brown von der Fahrbibliothek hat gesagt, dass er eine Woche lang sehr charmant zu ihr war und in der Woche danach hat er dann vor allen anderen verkündet, dass die Buchauswahl für Idioten sei und von einem Idioten getroffen sein musste. Mrs. Brown sucht die meisten Bücher selbst aus, was jeder weiß. Dann ist da der alte Mr. Krinstead, der in den Sozialhäusern drüben bei mir wohnt. Tristan war früher bei ihm und hat mit ihm Schach gespielt. Mr. Krinstead sagt, er war so froh über die Gesellschaft, dass er Tristan die ersten Male gewinnen ließ. Beim dritten Spiel aber schlug er ihn und da wurde Tristan wohl richtig wütend und hat ihn beschuldigt zu betrügen. Miss Sims leerte ihr Glas und ging. Was machen wir jetzt? fragte Agatha. Weiß ich nicht. Wir versuchen es morgen bei der Kirche in London. Bis dahin könnten wir runter zur Post gehen und in den Telefonbüchern nach einer Jellop in Stock-on-Trent suchen. Vielleicht entdecken wir die Nummer der Schwestern, können sie anrufen. Offensichtlich hatte Tristan gegenüber Miss Jellop irgendetwas fallen lassen, was sie zu einer Gefahr werden ließ. Hier ist nichts, konstatierte Agatha eine Stunde später. Nicht unter dem Namen. Versuch es mit Jellops Jam & Jellies, der Firmenadresse, sagte John. Agatha blätterte erneut. Ich hab's. Schreib die Nummer auf und wir rufen von zu Hause aus an. Als sie in ihrem Cottage waren, fragte Agatha, wer ruft an, du oder ich? Ich übernehme das. Agatha ging in die Küche, kraulte ihre Karte und ließ sie hinaus in den Garten. Für einen Moment stand sie an der Küchentür und betrachtete die Szene vor sich. Sie fand, dass der Garten ziemlich trübe aussah. John kam zu ihr. Miss Jellops Schwester ist eine Mrs. Essex. Eine nette Frau in der Personalabteilung hat mir sogar ihre Privatadresse gegeben. Willst du es dort probieren? Nein, mach du das. John sah sie verwundert an und ging wieder ins Haus. Auf einmal hatte Agatha die ganze Geschichte satt. Irgendwie konnte sie sich in Johns Anwesenheit nie entspannen. Als John wiederkam, sagte er, ich habe mit dem Ehemann gesprochen. Mrs. Essex ist hier bei der Polizei in Myrster. Fahren wir, vielleicht erwischen wir sie, wenn sie da rauskommt. Und wer sagt, dass wir sie erkennen würden? fragte Agatha, die wenig Lust hatte, sich von ihrem Cottage fortzubewegen. Mit ein wenig Glück sieht sie Miss Jellop ähnlich. Komm, Agatha. Sie warteten auf dem Parkplatz vor dem Polizeirevier in Myrster und musterten jeden, der das Gebäude verließ. Nach einer Stunde gähnte Agatha und rutschte rastlos auf dem Beifahrersitz hin und her. Keiner sieht auch nur annähernd wie Miss Jellop aus. Ich finde, wir fahren wieder nach Hause. Wahrscheinlich ist die Schwester längst weg. Das könnte sie sein, sagte John. Eine Frau mittleren Alters erschien in Begleitung einer Polizistin. Sie hatte Glubschaugen und ein Frettchengesicht. Ein Streifenwagen fuhr vor und beide Frauen stiegen ein. Was jetzt? fragte Agatha. Wir folgen Ihnen. Sie könnte irgendwo hier im Ort wohnen. John, der am Steuer saß, folgte dem Streifenwagen in sicherem Abstand. Sie fahren in Richtung Carsley, sagte er nach einigen Meilen. Vielleicht ist die Polizei in dem Cottage fertig und sie will dort wohnen. Dann muss sie ganz schön abgebrüht sein. Ich würde nicht in einem Haus schlafen wollen, in dem meine Schwester ermordet wurde. Oder sie will ihren Besitz im Blick behalten. Wahrscheinlich erbt sie. Tatsächlich fuhr der Streifenwagen die Straße hinunter nach Carsley. Fahren wir lieber nach Hause und warten da, sagte John. Wir können später zu ihr, wenn wir sicher sind, dass die Polizei weg ist. Lass uns zu mir gehen. Agatha versetzte es jedes Mal, einen Stich, Johns Cottage zu betreten. Nichts dort erinnerte mehr an ihren verschwundenen Ex-Mann. Möchtest du etwas trinken? fragte John. Gin Tonic. John ging in die Küche und Agatha setzte sich und schloss die Augen. Sie versuchte, ein Bild von James und diesem Zimmer heraufzubeschwören, wie es früher war. Es war ihr beinahe gelungen, als John zurückkam. Sie öffnete die Augen wieder und nahm ihr Glas entgegen. John legte zwei Untersätze auf den Couchtisch. Du lebst wie ein Junggeselle, bemerkte Agatha. Alles sehr ordentlich. Nur so halte ich es aus. Wenn ich es auch nur einen Tag schleifen lasse, geht alles vor die Hunde. Da fährt gerade ein Streifenwagen vorbei. Er eilte zur Tür, öffnete sie und schaute hinaus. Bill! rief er. Hier drüben! Ich bekomme jedes Mal ein schlechtes Gewissen, wenn ich ihn sehe, murmelte Agatha. Bill kam herein. Er war allein. Waren Sie das, die uns von Merster ausgefolgt sind? fragte er. Wir waren zufällig zum Einkaufen dort, verteidigte sich Agatha. Wir haben den Polizeiwagen vor uns gesehen. Aber ich wusste nicht, dass Sie das waren. War ich auch nicht. Ich war in dem Wagen hinter Ihnen. Jedenfalls sind Sie jetzt hier. Was kann ich für Sie tun? Ich denke, Sie beide führen etwas im Schilde. Bisher habe ich noch nie erlebt, dass Sie sich nicht einmischen, Agatha. Es ist wegen der Verlobung, sagte John. Wir haben so viel zu organisieren und wir müssen noch entscheiden, ob wir eines unserer Cottages behalten wollen oder uns etwas Größeres kaufen. Wie Sie meinen. Haben Sie irgendetwas gehört? Nur, dass die Dorfbewohner sich über Tristan unterhalten haben und anscheinend zu dem Schluss gekommen sind, dass er ziemlich unangenehm war. Können Sie mir ein Beispiel nennen? Agatha erzählte ihm von Miss Sims. Das ist wirklich seltsam, sagte Bill. Ich meine, was könnte ein schwuler Mann von einer mittellosen Frau wollen? Wahrscheinlich wollte er sie bloß zum Narren halten. Trotzdem passt es nicht so richtig. Wenn er es darauf abgesehen hatte, reiche Frauen um ihr Geld zu erleichtern, hätte er doch darauf achten müssen, das Bild des freundlichen, charmanten Mannes aufrechtzuerhalten. Und er muss gewusst haben, dass Miss Sims über die Geschichte reden würde. Es sei denn, entgegnete Agatha nachdenklich, jemand oder etwas hat ihm Angst eingejagt und er hatte vor zu verschwinden. Deshalb wollte er auch das Kirchengeld. Vermutlich hat er außerdem gehofft, dass ich ihm einen Scheck ausstelle. Weiß Miss Feathers, ob er in der Nacht noch Anrufe bekommen hat? Nicht, dass sie wüsste, abgesehen von ihrem. Bill fuhr fort. Miss Sims muss sehr aufgeregt gewesen sein, dass er sie einlud. Ich frage mich, ob sie etwas durcheinander gebracht hat. Sie haben am Dienstagabend mit ihm gegessen. Eventuell hatte er vom folgenden Abend gesprochen und vor lauter Begeisterung hat Miss Sims ihn missverstanden. Ich rufe bei dem Restaurant an und frage, für wann er reserviert hatte, bot John an. Reden Sie weiter, ich telefoniere vom Schlafzimmer aus. Also wollen Sie wirklich wieder heiraten? fragte Bill und sah Agatha prüfend an. Ich habe beschlossen, mich nie wieder zu verlieben, erklärte Agatha, also kann ich mich ebenso gut auf Gesellschaft einlassen. Können wir über etwas anderes reden? Zum Beispiel, ob die Schwester in Miss Jellops Cottage bleiben wird? Woher wissen Sie, dass es Miss Jellops Schwester war? Der Streifenwagen bog in Richtung Dover Rice ab. Daher. Ich werde das Gefühl nicht los, dass sie beide wussten, wo sie war und ihr hierher gefolgt sind. Sie denken ebenso verdorben und misstrauisch wie ein Polizist. Ah, John kommt. Rätsel gelöst, sagte John, der die Treppe herunterkam. Tristan hatte einen Tisch für Freitag gebucht, nicht Dienstag. Im Restaurant war wenig los, und als Miss Sims kam und sagte, sie würde noch einen Herrn erwarten, aber keinen Namen nannte, setzten sie sie schlicht an einen Zweiertisch. Noch eine Sackgasse, sagte Bill, ich muss los und belästigen sie Mrs. Essex nicht. Wer ist das, fragte Agatha unschuldig. Als wüssten sie das nicht. Nachdem Bill gegangen war, fragte John, belästigen wir Mrs. Essex? Selbstverständlich, warten wir lieber noch, bis die Polizei auch ganz bestimmt weg ist. Da geht Mrs. Bloxby vorbei, wahrscheinlich will sie zu dir. Er öffnete das Fenster und rief, Mrs. Bloxby. Sie drehte sich um und kam lächelnd zu Johns Tür. Er öffnete ihr und ließ sie herein. Agatha berichtete ihr, Bill Wong war gerade hier. Sie erzählte der Vikars Frau von Miss Sims und endete mit den Worten, aber ich verstehe nicht, warum er sie überhaupt eingeladen hat. Ich denke, sagte Mrs. Bloxby nachdenklich, dass er vielleicht gar nicht schwul war. Das soll er selbst gesagt haben, erwiderte Agatha. Kann sein, dass es seine Art war, Leute abzuweisen oder zu kränken. Er genoss es, andere zu manipulieren. Anfangs machte er Anspielungen, dass ich zu gut für Alfie wäre, aber das hat bei mir nicht gefruchtet. Sie gingen nochmals durch, was sie über Tristan wussten, ohne jedoch einen Schritt weiter zu kommen. Als Mrs. Bloxby gegangen war, blickte John auf seine Uhr. Wir könnten es jetzt bei Mrs. Essex versuchen. Sie wanderten durchs Dorf und hinauf zur Dover Rice. Wenn sie sich so gut stand, erstaunt es mich, dass sie sich keine teurere Wohngegend ausgesucht hat, sagte John. Ich glaube, dies hier waren früher Arbeiter Unterkünfte. Sie war allein und wollte wahrscheinlich nichts Größeres. Außerdem kosten diese Reihenhäuser fast 200.000 Pfund. Sie standen am Ende der Sackgasse und spähten zu den Häusern. Keine Polizeiwagen, sagte John. Wie es aussieht, ist die Luft rein. Aber es ist so blöd, keinen Grundvorschieben zu können, sagte Agatha. So wirken wir einfach wie furchtbar neugierige Nachbarn. Tja, der Fluch der Amateur Detektive, bemerkte John munter. Kopf hoch, Agatha, wo bleibt die britische Selbstbeherrschung? Inzwischen standen sie vor dem Cottage, dessen Tür geöffnet war. Auf geht's, sagte Agatha. Sie klingelte und auf einmal wurde ihr bewusst, dass sie eine lange Hose, eine weite Bluse und flache Sandalen trug. Ich lasse mich gehen, dachte sie. Seit Ewigkeiten war ich nicht mehr bei der Kosmetik und ich kann nur hoffen, dass mir kein Bart wächst. Nervös berührte sie ihre Oberlippe. War das ein Haar? Sie kramte in ihre Handtasche, holte die Puderdose hervor und sah in den kleinen Spiegel. Ja, Sie wünschen? Agatha nahm die Puderdose herunter und stellte fest, dass Mrs. Essex sie neugierig anschaute. Hastig steckte sie die Puderdose wieder ein und stellte sie beide als Freunde von Miss Jellop vor, die gekommen waren, um ihr Beileid auszudrücken. Das ist sehr freundlich, sagte Mrs. Essex. Ihre Glubschaugen betrachteten Agatha mit solcher Intensität, dass Agatha sich unweigerlich fragte, ob ihr wirklich ein Bart spross. Wir würden gerne mit ihnen über ihre Schwester sprechen, sagte Agatha. Warum? Agatha holte Tiefluft. Was war aus ihrem Selbstvertrauen geworden? Ich habe der Polizei früher schon bei Mordermittlungen geholfen, sagte sie, und ich dachte, wir könnten vielleicht helfen, herauszufinden, wer ihre Schwester umgebracht hat, wenn wir ihnen einige Fragen stellen dürfen. Ich habe der Polizei schon alles erzählt, was ich weiß. John schob sich vor Agatha und lächelte Mrs. Essex charmant an. Wie sie eventuell wissen, schreibe ich Krimis. Wie war noch gleich ihr Name? John Armitage. Ihre blassen Lippen verzogen sich zu einem Lächeln. Ja, ich habe sie letztes Jahr in der South Bank Show gesehen. Bitte kommen Sie rein, das ist ja aufregend. Die ist mal eine trauernde Schwester, dachte Agatha beleidigt, als sie John in das Cottage folgte. Ich mache gerade eine Liste von allem, erklärte Mrs. Essex. Die arme Ruby hat nie viel für sich ausgegeben. John sagte, ihre Schwester hatte Mrs. Bloxby, die Vikasfrau, angerufen und sie gebeten, vorbeizukommen, weil sie etwas zu erzählen hätte. Doch als Mrs. Bloxby eintraf, war ihre Schwester bereits tot. Hatte Miss Jellop ihnen gegenüber irgendeine Andeutung gemacht, dass sie etwas Gefährliches über jemanden wissen könnte? Nein, denn wir haben nicht miteinander geredet. Wir waren zerstritten. Mich wunderte, dass die Polizei sagte, sie hätten Rubys Testament gefunden und ich würde alles erben. Übrigens hatte sie ihren letzten Willen am Tag vor ihrem Tod geändert. Agathas bären Augen blitzten auf. Wem hatte sie in dem vorherigen Testament alles hinterlassen? Dem Kaplan, dem der umgebracht wurde. Arme Ruby, sie war dauernd in irgendeinen Mann verknallt. Und sie haben nichts davon gewusst? fragte Agatha. Wieder richteten sich die vorstehenden Augen mit kluger Boshaftigkeit auf Agatha. Wollen sie wissen, ob ich meine Schwester in dem Augenblick ermordet habe, indem sie ihr Testament änderte? Sie sollten die Detektivgeschichten ihrem Freund hier überlassen. Wie sieht es mit ihren Unterlagen aus? mischte John sich rasch ein. Gibt es Briefe, ein Tagebuch oder so? Das müssen sie die Polizei fragen. Sie hat sämtliche Papiere mitgenommen. Wenn sie mich jetzt entschuldigen, ich habe eine Menge zu tun. Wann haben sie zuletzt mit ihrer Schwester gesprochen? fragte Agatha. Das muss drei Jahre her sein. Das war nicht viel, sagte John finster, als sie durchs Dorf zurück gingen. Sie gingen schweigend weiter, bis Agatha fragte, was jetzt? Wir versuchen es weiter. Morgen in London. Du siehst sehr gut aus, bemerkte John, als Agatha am nächsten Morgen in seinen Wagen stieg. Agatha trug ein goldfarbenes Kostüm aus Seidenjersey. Der kurze Rock brachte ihre Beine zur Geltung, was Feinstrumpfhose und hohe Sandalen noch verstärkten. Danke, antwortete Agatha mürrisch. Sie hatte beschlossen, dass es Zeit wurde, sich wieder schick anzuziehen. Sieh dir den Idioten da vorn an, der wie ein Irrer die Spuren wechselt. Agatha lenkte ihre Gedanken auf die Morde in Carsley. Warum hatte John darauf geschlossen, dass Tristan schwul war? Eifersucht? Agatha dachte an das Dinner mit dem Kaplan. Sie hatte es wegen der Zurückweisung am Ende größtenteils aus ihrer Erinnerung verbannt. Doch nein, er war nicht homosexuell vorgekommen. Sie war sicher, dass er sich dafür ausgegeben hatte, um Frauen in die Irre zu führen und dann schnöde abzuweisen. Vielleicht hatte er es mit Männern genauso gemacht, um ihnen im passenden Moment zu eröffnen, er wäre heterosexuell. Sie schob ihre Gedanken beiseite und stellte fest, dass sie fast in South Kensington waren. John sagte, halte du Ausschau nach einer freien Parkuhr. Sie fuhren eine Weile herum, ehe sie Glück hatten. Zwei Straßen von der Kirche entfernt fuhr ein Mann aus einer Parklücke. St. Davids war eine kleine viktorianische Kirche, eingeklemmt zwischen Wohnblöcken, und Agatha stellte erleichtert fest, dass die Eingangstüren nicht verriegelt waren. Sie folgte John hinein und war einmal mehr angesäuert, weil er wie selbstverständlich vorausging. Ein Mann in Hemdsärmeln kam durch den Mittelgang, er trug ein graues Hemd und eine schwarze Hose. Sein schmales Gesicht wirkte klug. John stellte sie beide vor und erklärte, dass sie gern so viel wie möglich über Tristan erfahren würden. Ich bin Hugh Burrisford, sagte der Mann, der hiesige VK. Und waren Sie schon hier, als Tristan Kaplan war? fragte Agatha. Ja, ich war erschüttert, als ich von dem Mord an ihm las. Wie tragisch. Wie war sein Verhalten, als er hier war? Vorbildlich. Bis auf was? fragte Agatha streng. In dem Moment betrat eine Frau die Kirche, ging in eine der hinteren Kirchenbänke und kniete nieder, um zu beten. Können wir irgendwo in Ruhe reden? fragte John. Ja, kommen Sie mit. Er ging voraus den Mittelgang hinauf und durch eine schwere Eichentür links vom Altar, dann durch einen kleinen kahlen Korridor, in dem Messgewänder an schlichten Haken hingen und durch eine weitere Tür in einen holzvertäfelten Raum mit einem schlichten Schreibtisch und einigen Stühlen darin. Bitte setzen Sie sich, sagte der Vicar. Ich erzähle Ihnen, was ich weiß. Allerdings glaube ich nicht, dass es für den Fall von Bedeutung ist. Wenn es stimmt, dass ich wohl alles tun, um zu helfen. Tristan war ein sehr charmanter junger Mann. Zunächst schien ein großer Gewinn für die Gemeinde zu sein, aber ich schätze, solch gutes Aussehen kann nur Probleme bereiten. Bevor ich fortfahre, müssen Sie mir versichern, alles vertraulich zu behandeln. Selbstverständlich, sagte Agatha und John nickte. Gut. Eine sehr attraktive Dame begann, zu den Gottesdiensten zu kommen. Sie freundete sich mit Tristan an. Natürlich wurden andere Damen in der Gemeinde eifersüchtig und eine von ihnen setzte das Gerücht in die Welt, Tristan und die fragliche Dame hätten eine Affäre. Ich sprach ihn darauf an und er sagte, dass sie zu heiraten planten. Nun war die betreffende Frau Ende 40 und geschieden. Ich wies ihn auf den Altersunterschied und die sonstigen Umstände hin. Welche Umstände? Die Frau war sehr wohlhabend und gehörte zur Oberschicht. Ich erklärte Tristan, dass man ihn als jugendlichen Liebhaber abstempeln würde. Aber er wollte nicht hören. Ich überlegte die Angelegenheit dem Bischof zu melden, schob es jedoch immer wieder auf. Er war ja so verliebt. Agatha staunte. Tristan verliebt? Gewiss hätte ich nicht tun sollen, was ich tat, doch ich ging zu jener Dame. Als ich ihr die Schwierigkeiten erklärte, die eine Heirat mit einem solch jungen Menschen mit sich brächte, lachte sie lauthals los und sagte, Tristan sei ein lieber Junge und höchst amüsant, doch hätte sie nicht die Absicht, ihn zu heiraten. Ich riet ihr, ihn in dem Fall in Ruhe zu lassen, weil sie falsche Hoffnungen in ihm schürte. Als sie ihm sagte, dass alles vorbei sei und sie nicht vorhätte, ihn zu heiraten, ließ sie fallen, dass ich bei ihr gewesen war. Tristan kam wütend zu mir und beschuldigte mich, sein Leben zu ruinieren. Er meinte, dass er es leid wäre, arm zu sein. Also war er gar nicht richtig verliebt in sie, rief Agatha aus. Er war bloß hinter ihrem Geld her. Und wer war diese Frau? fragte John. Das sollte ich ihnen wirklich nicht sagen. Sie ist ohne dies aus der Gemeinde weggezogen. Wir werden absolut diskret sein, versprach John. Wir sind weder Journalisten noch von der Polizei. Es war Lady Charlotte Balanch. Und wissen sie wo sie jetzt ist? fragte Agatha. Nein, leider nicht. Sie danken ihm und verließen die Kirche. Wie finden wir diese Charlotte Balanch? fragte John. Ich habe Freunde bei den Zeitungen, die in ihren Unterlagen nachsehen könnten, aber dann würden sie uns zu den Morden befragen wollen. Ich hab's, das Gossip Magazine. Ich kenne die Gesellschaftsredakteurin. Versuchen wir es bei ihr. Als Tanja Cartwright, Redakteurin für die Gesellschaftsseiten beim Gossip erfuhr, dass Agatha Raisin sie sprechen wolle, wurde ihr Flau im Magen. Agatha hatte einst die PR für einen Geschäftsmann gemacht, der es in die feinen Kreise Londons schaffen wollte. Damals hatte Tanja klein beigegeben und in ihrer Kolumne über ihn geschrieben, nur um die furchteinflößende Agatha Raisin loszu werden. Sag ihr, ich bin nicht da, sagte sie zu ihrer Sekretärin, doch da ging bereits die Tür zu ihrem Büro auf und Agatha und John kamen herein. Irgendeine Frau belästigt mich, erklärte sie daraufhin strahlend, wie schön sie zu sehen, Agatha. Sie winkte ihre Sekretärin weg. Nehmen sie Platz. John schmunzelte. Tanja war eine spröde, hagere Frau mit strengen Zügen, hatte. Ihre Augen wirkten verstörend groß. An einem ihrer knochigen Handgelenke baumelten goldene Armreifen. Vor allem aber wirkte sie komplett verängstigt von Agathas Anblick. Agatha stellte John vor und Tanja entspannte sich ein wenig. Freut mich sehr, sagte sie, wir müssen mal einen Beitrag über sie bringen. Sehr gern, antwortete John. Darf ich erklären, warum wir hier sind? Das mache ich, sagte Agatha barsch. Sie umriss kurz die beiden Morde und fragte Tanja, ob sie wisse, wo Charlotte Balanch zu finden sei. Erleichterung darüber, dass Agatha nicht von ihr verlangte, irgendeinen nichtigen Emporkömmling in ihrer Kolumne unterzubringen, spiegelte sich auf Tanjas Gesicht. Sie schaltete ihren Computer ein. Augenblick, Ich müsste ihre Adresse hier haben. Ja, da ist sie, Nummer 25 Parrott Street. Die geht von der Kings Road in Chelsea ab. Ich weiß, wo das ist, sagte Agatha. Vielen Dank, Tanja, wir gehen lieber wieder. Sie hatten den Wagen in einer Tiefgarage geparkt. Lassen wir ihn da stehen, sagte John. Ich habe keine Lust, kreuz und quer durch Chelsea zu fahren und einen Parkplatz zu suchen. Wir nehmen die U-Bahn bis zum Sloan Square und gehen das letzte Stück. Charlotte Ballange wohnte in einem schmalen Haus mit weißer Stuckfassade. Wenigstens ist jemand zu Hause, sagte Agatha. Eines der Fenster im unteren Stockwerk ist offen. John läutete und sie warteten. Als die Tür aufschwang, stand ein junges Mädchen vor ihnen. Sie hatte ein blasses, pickliges Gesicht, einen Nasenstecker und fünf kleine silberne Ringe in jedem Ohr. Dank eines bauchfreien Tops war auch der gepierste Bauchnabel zu sehen. Was? Ist Lady Ballange zu Hause? fragte Agatha. Wer will das wissen? Hier ist meine Karte, sagte John, der sich wieder mal vor Agatha drängte. Das Mädchen verschwand und kehrte kurz darauf zurück. Kommen sie rein. Sie öffnete die Tür zu einem Wohnzimmer im Erdgeschoss und Charlotte Ballange kam ihnen entgegen. Sie war beeindruckend, klein, zierlich und makellos. Ihr Gesicht war faltenfrei und ihre Augen strahlten in einem intensiven Blau. Ihr Haar war zu einem blassen goldblond getönt. Sie trug eine weite weiße Seidenbluse und eine enge schwarze Hose. Nun, was veranlasst einem berühmten Krimi-Autor Agatha und John setzten sich und John erklärte den Grund ihres Besuches. Wie faszinierend, schnurrte Charlotte, als John fertig war. Ganz wie in einem ihrer Krimis. Aber ich verstehe nicht, wie ich ihnen helfen kann. Tristan war ein umwerfender junger Mann und ja, ich war in ihn verschossen. Hatten sie eine Affäre, fragte Agatha streng, der nicht gefiel, wie John mit einem benommenen Lächeln zu Charlotte sah. Nein, hatte ich nicht. Er amüsierte mich und er war unglaublich attraktiv. Allerdings wurde er recht fordernd und es ist ja nicht so, als könnte ich Geld drucken. Hatte er sie um Geld gebeten? Agatha beugte sich vor. Nicht direkt, aber als ich ihn in ein edles Restaurant einlud, beklagte er sich, dass seine Kleidung zu schäbig wäre, also gab ich ihm das Geld für einige maßgeschneiderte Sachen. Sie schwenkte eine kleine, perfekt manikürte Hand durch die Luft. Dann begann er aber, Dinge zu verlangen, als stünden sie ihm zu. Inzwischen war ich gelangweilt und sagte ihm, er solle sich mit Leuten seines Alters amüsieren und mich in Ruhe lassen. Er unternahm einen halbherzigen Versuch, mich zu erpressen, indem er androhte, den Klatschblättern zu erzählen, dass ich eine Affäre mit einem Kaplan hätte. Ich sagte ihm, dass ich ihn verklagen würde, sollte er es versuchen. Ich wollte sowieso nach Chelsea ziehen, also bin ich umgezogen und war froh, von ihm weg zu sein. Er war ziemlich beängstigend geworden. Ich denke, dass er in einer Art Fantasiewelt lebte. Er glaubte wirklich, er könnte mich heiraten und ein Leben im Luxus führen. Waren sie überrascht von der Nachricht, dass er ermordet wurde? fragte Agatha. Ja, sehr sogar. Hätte ich erfahren, dass Tristan jemanden umgebracht hat, wäre ich nicht annähernd so verwundert gewesen. Aber wie langweilig, nur in der Vergangenheit herumzustochen. Mit einem blendenden Lächeln wandte sie sich an Büchern. Was John tat, und das sehr ausführlich. Agatha rutschte ungeduldig hin und her. Als er endlich verstummte, blickte Charlotte neugierig zu Agatha. Sind sie beide ein Paar? Agatha öffnete den Mund, um zu sagen, dass sie verlobt seien, aber John kam ihr zuvor. Wir tun bloß so. Es ist nämlich so, dass wir gegenüber der Polizei nicht zugeben wollten, dass wir in deshalb fand ich die Lüge von unserer Verlobung. Charlotte lachte glockenhell. Wie witzig, Sie sind sehr amüsant, John. Sie nahm ihre Handtasche auf, öffnete sie und zog eine Karte heraus. Hier sind meine Handynummer und meine E-Mail-Adresse. Wir müssen uns mal zum Dinner verabreden. Das wäre wunderbar, sagte John. Entschuldigen Sie, fuhr Agatha barsch dazwischen, wenn wir vielleicht mal zum Thema zurückkehren könnten. Hatte Tristan noch andere Frauen in der Gemeinde umgarnt, von denen Sie wissen? Nein. Ihre schönen Augen richteten sich wieder auf John. Er schien ganz gebannt von mir. Was nicht verwundert, sagte John. Sie blickten einander an und Agatha hätte am liebsten beide geohrfeigt. Sie stand energisch auf. Wir gehen lieber, Schatz. Was? Oh ja, natürlich. Agatha ging voraus, während John zurückblieb. Ich rufe sie an, hörte sie ihn sagen. Darauf murmelte Charlotte amüsiert, lassen Sie nächstes Mal Ihren Drachen zu Hause. Sie könnte es gewesen sein, sagte Agatha sehr verbissen, als sie die King's Road hinunter stapfte. Unsinn, Agatha, sie würde keiner Fliege etwas tun. Aber eines wissen wir, Tristan war in London schon genau der Mensch, der er auch in New Cross war. Kann sein, stimmte Agatha ungern zu, weil sie auf einmal nicht mehr eifersüchtig wirken wollte. Und was jetzt? Zurück nach Carsley. Ich habe das Gefühl, dass uns Peggy Slithers Spur abgelenkt hat. Vielleicht hat sie ihn allein getroffen. Unbedingt, sagte Agatha, die dachte, dass John in Carsley jedenfalls nicht der John war, der Charlotte Balanch in London bezauberte. Aber eines haben wir vergessen. Wer hat Tristan in New Cross angegriffen? Wurde der Vorfall der Polizei gemeldet? Ein Jammer, dass wir sie nicht fragen können. Wir könnten es noch mal bei Lansing, dem WK versuchen. Ich meine, er hat uns zuerst auch nichts von Binza erzählt, also könnte er noch andere Informationen zurückhalten. Okay, sagte Agatha. Zurück nach New Cross. Ich finde wirklich nicht, dass sie immer wieder hierher kommen sollten, sagte Mr. Lansing eine Stunde später, als sie erneut in seinem Arbeitszimmer saßen. Ich habe ihnen alles erzählt, was ich weiß. Was uns beschäftigt, entgegnete Agatha, ist diese Geschichte mit dem Überfall auf Tristan. Wurde er der Polizei gemeldet? Nein, wurde er nicht. Tristan wurde deswegen beinahe hysterisch. Er musste ins Krankenhaus und dort hat er erzählt, dass er übel gestürzt wäre. Immer wieder beteuerte er, dass er weg wollte. Er schien die Sache mit Binza ehrlich zu bereuen. Wussten sie, dass er das Geld zurückgegeben hat? hakte Agatha nach. Ja, bereut haben. Das bezweifle ich, sagte John. Ich glaube nicht, Reue seinem Naturell entsprach. Vielmehr denke ich, dass Geldrückgabe und Prügel zusammenhängen. Ich denke, wir müssen noch mal mit Mr. Binza sprechen. Doch diesmal gab es keine Audienz beim Großunternehmer. Stattdessen empfing sie seine respekteinflößende Sekretärin Miss Partel. Sie sagte, Mr. Binza sei geschäftlich im Ausland und künftig nicht mehr verfügbar, um ihre Fragen zu beantworten. Er hat genug getan, bedenkt man, dass sie keinerlei offizielle Befugnis haben, sagte Miss Partel. Doch Interesse halber, was führt sie wieder hierher? John bemühte sich, die Sache mit dem Überfall und der Geldrückgabe möglichst diplomatisch anzusprechen, während Agatha aufmerksam Miss Partel beobachtete. Sie war die typische Chefsekretärin. Unscheinbar mittleres Alter, anständig gekleidet und mit einem klugen Blick durch dicke Brillengläser. Und jetzt gerade beäugte sie John zunehmend verächtlich. Als er fertig war, sagte sie, meiner Ansicht nach sollten Sie sich mit Spekulationen auf Ihre Bücher beschränken, Mr. Armitage. Wir sind nicht die Mafia. Wir heuern keine Leute an, die jemanden verprügeln, weil er uns auf die Nerven geht. Wir glauben an die Kraft des Gesetzes. Apropos Gesetz, weiß die Polizei, dass sie Nachforschungen betreiben? Ich habe der Polizei schon häufiger geholfen, verteidigte Agatha sie beide. Also weiß sie nichts davon. Doch ich denke, man sollte sie informieren. Belästigen sie uns bitte nicht mehr. Auf der Heimfahrt diskutierten Agatha und John nervös, ob Miss Partle wirklich die Polizei verständigen würde. Als John schließlich in die Lilac Lane einbog, waren sie zu dem beruhigenden Schluss gelangt, dass sie es nicht tun würde. Weder sie noch Binzer würden wollen, dass seine Freundschaft mit Tristan publik wurde. Und dann sahen sie den Streifenwagen vor Agathas Cottage. Sie parkten und Wilkes und Bill Wong stiegen aus ihrem Wagen aus. Sicher geht es um etwas anderes, sagte John zu Agatha. Doch sie dachte sorgenvoll daran, dass sie wegen eines Unfalls auf der M40 fast drei Stunden für die Fahrt zurück gebraucht hatten. Ausreichend Zeit für Miss Partle, um mit ihrem Chef zu sprechen und die Polizei zu verständigen. Wilkes blickte streng drein. Ich denke, wir reden lieber drinnen. Agatha öffnete die Tür und ging voran in die Küche, dicht gefolgt von ihren Katern. Sie machte ihnen die Gartentür auf und ließ sie hinaus. Nun, fragte sie gespielt munter, was kann ich für sie tun? Möchten sie einen Kaffee haben oder vielleicht etwas Stärkeres? Wir hatten eben die Anwälte eines gewissen Mr. Binser am Telefon. Mr. Binser macht eine Aussage, die sie uns später faxen. Wie sie offensichtlich schon wissen, wurde er von Darl um 10.000 Pfund betrogen, die später zurückgezahlt wurden. Er hat ihnen das erzählt und gehofft, damit wäre die Geschichte vom Tisch, denn er fürchtet, dass dieser Vorfall seinem Ruf als Geschäftsmann schaden könnte. Er sagt, da der Mord hier geschah und nichts mit ihm zu tun hatte, fühlte er sich nicht verpflichtet, uns früher zu kontaktieren. Der Grund, warum er es jetzt tut, ist der, dass sie beide die Unverschämtheit besaßen, gegenüber seiner Sekretärin anzudeuten, dass er jemanden anheuerte, um Darl zusammenschlagen zu lassen. Sie haben der Polizei also offenbar fallbezogene Informationen unterschlagen und noch dazu ihre Arbeit behindert. Ich sollte sie beide festnehmen. Aber ich gebe zu, dass sie uns in der Vergangenheit ein wenig geholfen haben, Mrs. Raisin. Deshalb sage ich Ihnen nur Folgendes. Sie werden in diesem Fall keinerlei Nachforschungen mehr anstellen. Hätten wir das mit Binza nicht herausgefunden, erwiderte Agatha beleidigt, wüssten sie jetzt nichts davon. Mag sein, doch soweit ich es beurteilen kann, hat Binza nichts mit dem Fall zu tun. Er ist ein sehr mächtiger Mann mit Freunden an höchsten Stellen und ich würde meinen Job gerne bis zum Ruhestand behalten. Nähern sie sich dem Mann nie wieder, haben sie mich verstanden? Ja, antwortete Agatha. Und was haben sie sonst herausbekommen? Was enthalten sie uns noch vor? Antworten, doch John erzählte ihnen von Charlotte Balanch. Ich weiß, dass sie nichts mit der Sache zu tun hat, sagte er, aber wir dachten, indem wir uns ein besseres Bild von Tristan machen, können wir auch klarer einschätzen, was für ein Mensch ihn töten würde. Miss Jellip hatte nur Kontakte in Stoke, äußerte sich Bill erstmals. Mir ist nicht klar, wie sie mit Leuten Agatha als reichen und mächtigen Leuten auf den Schlips zu treten und mich derweil zu belügen. Agatha wurde rot. Sie kommen beide mit uns aufs Revier, sagte Wilkes. Dort machen sie eine vollständige Aussage. Und ich meine vollständig. Ich hoffe, danach kehren sie in ihr jeweiliges Leben zurück und überlassen die Polizeiarbeit den Polizisten. Und das war es, sagte Agatha drei Stunden später, als sie das Polizeigebäude in Merster verließen. Ich halte es für sinnlos, weiterzumachen. Binzer fällt aus, sagte John. Vermutlich, stimmte Agatha zu. Womit wir wieder in den Codswalls wären, sagte John. Peggy Slither könnte so unhöflich gewesen sein, um uns auf Abstand zu halten. Ich versuche es morgen wieder bei ihr, und du kannst probieren, mehr aus Mrs. Trump heraus zu bekommen. Was ist, wenn die auch bei der Polizei anrufen? fragte Agatha unglücklich. Tja, vielleicht sollten wir nicht gleich morgen loslegen. Weißt du was, ich mache mit dem Schreiben weiter und du mit dem, was du normalerweise tust. Und wir warten, bis die Polizei sich beruhigt hat. Agatha schlief lange am nächsten Tag und wachte auch hatte sie immer noch ein schlechtes Gewissen, weil sie Bill belogen hatte. Sie rief John an, um zu fragen, ob er abends mit ihr essen wollte, doch er sagte, dass er eben in seinen Vertrag gesehen hätte und dringend an seinem Buch arbeiten müsse, wenn er nicht zu spät abgeben wollte. Deshalb muss ich die echten Morde vorerst auf Eis legen. Wir sehen uns. Ach wäre es in Ordnung, wenn ich meine Schlüssel bei dir lasse, nur falls es ein Gasleck gibt oder so. Natürlich, sagte Agatha. Ich werfe sie morgen durch deinen Brief Schlitz. Ich muss Schluss machen, sagte Agatha. Jemand ist an der Tür. Es war Mrs. Bloxby. Ich habe gehört, dass die Polizei gestern Abend bei Ihnen war, Mrs. Raisin. Stimmt etwas nicht? Kommen Sie einer sieht etwas, aber dass die Polizei gestern spät abends hier war, hat sich schon bis zu Ihnen herum gesprochen. Agatha erzählte ihr von Binsers Beschwerde. Mrs. Bloxby setzte sich seufzend und legte ihre alte Handtasche auf den Küchentisch. Könnten Sie doch nur herausfinden, wer diese Morde begangen hat, sagte die Vikasfrau. Nichts im Dorf wird mehr so sein wie vorher, wenn es Ihnen nicht gelingt. Ich bin momentan lahmgelegt, sagte Agatha. Die Polizei dreht durch, wenn ich weitermache und ich denke, das nächste Mal bekomme ich eine Anzeige. Haben Sie denn irgendwas herausbekommen? Agatha erzählte ihr von Charlotte Balanch. Tristan muss sehr erbost gewesen sein, sagte Mrs. Bloxby. Schönheit, eine Lady mit Titel und Vermögen und alles wird ihm genommen. Jedenfalls scheint London eine Sackgasse zu sein. Gewiss hat es mit jemandem hier zu tun. Erzählen Sie mir von Peggy Slither, sagte Agatha. Gibt es einen Mr. Slither? Sie ist geschieden. Ihr Mann Harry war ein wohlhabender Geschäftsmann. Er hatte eine Affäre und sie heuerte einen Privatdetektiv an. Als sie genug Beweise zusammen hatte, reichte sie die Scheidung ein. Sie hatte bereits eigenes Geld, aber bei der Scheidung bekam sie noch eine Menge von ihm zugesprochen, unter anderem das Haus. Ich glaube, John will es nochmal bei ihr versuchen. Kennen Sie Peggy näher? Nur von Wohltätigkeitsveranstaltungen oder Treffen mit dem Frauenverein von Ankoum. Sie ist nicht besonders beliebt. Bei Tristan war sie es offensichtlich. Ich glaube nicht, dass er sich wirklich für die Frauen interessierte, solange sie Geld hatten. Autsch, dachte Agatha, so viel zu meinem Charme. Aber, fuhr die Vikasfrau fort, die Gemeindearbeit muss weitergehen. Wir brauchen irgendeine Veranstaltung, um Spenden für Save the Children zu bekommen. Und eigentlich haben wir schon alles gemacht. Flohmarkt, Whistabende, Feste, Country and Western Tanzabende. Es muss noch etwas anderes geben. Glücksspiel kommt immer gut an, sagte Agatha. Ich dachte an einen Angelwettbewerb. Mrs. Bloxby öffnete ihre Handtasche und zog eine kleine gelbe Plastikente mit einem Haken am Kopf heraus. Die Pfadfinder benutzen die hier für Angelwettbewerbe. Damit ist kein Geld zu machen. Agatha nahm Mrs. Bloxby die Ente ab und betrachtete sie genauer. Ich habe eine Idee. Wenn man den Haken abnimmt und unten ein Gewicht anbringt, damit sie nicht umkippt, kann man einen Cocktail Spieß mit einer Flagge in den Kopf stecken und ein Entenrennen veranstalten. Entenrennen? Ja, damit hätten wir unser Glücksspiel. Wir könnten Farmer Brand fragen, ob wir den Bach auf seinem Land benutzen dürfen. Sagen wir mal, es gibt sechs Rennen Geschäftsleute für jedes zahlen, damit es ihren Namen trägt. John Fletcher vom Red Lion könnte ein John Fletcher Rennen sponsern und so weiter. Wir bauen ein Zelt mit Erfrischungen auf und kassieren Eintritt. Dann platzieren wir Holzplanken als Start- und Ziellinien über dem Bach. Ich fungiere als Buchmacherin und bringe die Leute dazu, auf die Enten zu wetten. Für die Rennen werden die Enten abgetrocknet und man kann für das Nächste neu auf sie wetten. Das könnte funktionieren, sagte Mrs. Bloxby. Wir wären allerdings sehr vom Wetter abhängig. Laut Langzeitvorhersage soll der Oktober schön werden. Hängen Sie Plakate in den Dörfern ringsum auf. Ich werde mich gleich an die Arbeit machen, sagte Mrs. Bloxby. Das wird mich ablenken. Sie müssen ein großer Verlust für die PR-Branche sein, Mrs. Raisin. Ich rede mit Farmer Brent und hole mir seine Erlaubnis. Dann regle ich das mit den Plakaten und der Werbung. Am nächsten Morgen fand Agatha Johns Hausschlüssel innen auf der Matte an ihrer Haustür liegend. Sie hob sie auf und steckte sie in ihre Hosentasche. Vielleicht dachte sie, hat Mrs. Essex etwas entdeckt oder erinnert sich an irgendwas. Allein erreiche ich eventuell mehr bei ihr. Nach dem Frühstück machte sie sich auf in Richtung Dover Rice. Als sie bei John vorbeikam, bemerkte sie ein Päckchen, das aus seinem Brief schlitz ragte. Das Tasche zog das Päckchen aus dem Brief schlitz und hob drinnen die Briefe vom Boden auf, bevor sie alles zusammen auf den Schreibtisch legte. Das Telefon begann zu läuten. Agatha stand da und lauschte. Während sie noch überlegte, ob sie rangehen sollte, sprang der Anrufbeantworter an. Eine Stimme sagte, John, mein Lieber, hier ist Charlotte Berlange. Ich freue mich auf unser Dinner heute Abend. Wirst du wohl so lieb, mir eine signierte Ausgabe von einem deiner Bücher mitzubringen? Bye. Agatha setzte sich an den Schreibtisch und drehte den funkelnden Verlobungsring an ihrem Finger. Natürlich ermittelte John bereits weiter, wollte sie sich einreden. Doch dann dachte sie an die schöne, vornehme Charlotte und schüttelte traurig den Kopf. Es war offensichtlich, dass John es nicht erwarten konnte, Charlotte wiederzusehen. Und er hatte es ihr nicht erzählt. Agatha rechnete fest damit, dass Mrs. Essex wieder in den Norden zurückgefahren war, als sie bei dem Cottage ankam. Doch dort öffnete ihr Mrs. Jellops Schwester. Ah, sie sind es, sagte sie. Kommen sie herein. Vielleicht können sie mir verraten, was ich unten im Keller. Sie ging voran zu einer Tür unter der Treppe. Als Agatha sich duckte, um ihr durch die Tür und eine enge Steintreppe nach unten zu folgen, fragte sie sich, ob Mrs. Essex irgendetwas Gruseliges gefunden hatte. Da sind sie, sagte Mrs. Essex. Der kleine Keller stand voller Weinregale aus Metall, angefüllt mit verstaubten Flaschen. Ich hätte nicht gedacht, dass ihre Schwester Weine sammelte, sagte Agatha. Falls sie an gute Weine denken, vergessen sie es, dieser Haufen hier ist selbst gemacht, sehen sie. Sie nahm eine Flasche aus dem Regal neben sich. Auf der grünlichen Flasche prangte ein vergilbtes weißes Etikett mit der Aufschrift Jellops Brew. Taugt der was? fragte Agatha. Ich rühre keinen Alkohol an, also weiß ich es nicht. Agatha dachte an das Entenrennen. Es ging nichts über ein wenig Alkohol, um Wetten in Schwung zu bringen, und selbst gekelterter Wein würde nicht als sündig gelten. Falls er einigermaßen schmeckt, könnte ich ihnen vielleicht alles für ein Kirchenfest abnehmen. Wie? Alles? Ja. Wie viel wollen Sie sein Schrank. Aber probieren Sie ihn lieber vorher. Wir nehmen eine Flasche mit nach oben. Agatha fand, dass es ein wenig früh war, um zu trinken. Andererseits war der Wein wahrscheinlich nicht sehr stark. Sie ging voraus die Treppe hinauf und Mrs. Essex folgte ihr mit der Flasche. Im Wohnzimmer roch es feucht und mutrig. Ruby war zu geizig für eine Zentralheizung, erklärte Mrs. Essex, als hätte sie Agathas Gedanken gelesen. Setzen Sie sich, ich hole Ihnen ein Glas. Wenigstens ist sie freundlich, dachte Agatha. Mrs. Essex kehrte mit einem Korkenzieher und einem Glas zurück, entkorkte die Flasche und schenkte Agatha von der goldfarbenen Flüssigkeit ein. Vorsichtig schnupperte Agatha daran. Dann nahm sie einen kleinen Schluck. Der Wein war süß, was sie gewöhnlich nicht mochte, doch er glitt angenehm ihre Kehle hinunter und sie spürte, wie ein Gefühl der Wärme durch ihren Körper strömte. Und haben sie noch etwas über den Mord an meiner Schwester herausbekommen? fragte Mrs. Essex. Nein, nichts. Ich kann nur vermuten, dass Tristan ihr womöglich etwas über jemanden erzählt hatte, was derjenige mitbekam und daraufhin beschloss sie zum Schweigen zu bringen. Würde sie solche Informationen für sich behalten, anstatt sie der Polizei zu erzählen? Agatha nahm noch einen größeren Schluck Wein. Falls sie etwas wusste, war ihr vielleicht nicht klar, wie wichtig es war. Sie mochte Geheimnisse und sie liebte es, Macht zu haben. Ruby war kein netter Mensch. Ja, sie ist tot, aber das ändert nichts daran, wie sie mich gequält hat, als wir Kinder waren. Ich erinnere mich, wie sie einmal Sie redete weiter und beschrieb die Missetaten ihrer Schwester, während Agatha sich nachschenkte und die Wirkung des Weines genoss. Es war, als würde sich warmes, goldenes Sommerlicht in ihrem Inneren ausbreiten. Ihr wurde klar, dass Mrs. Essex sie etwas fragte. Wie bitte? sagte Agatha verträumt. Ich habe gefragt, wie sie sich die Zeit in diesem Dorf vertreiben. Mir kommt es hier so abgeschieden vor. Oh, da gibt es den Frauenverein. Wir planen dauernd irgendwelche Spendenveranstaltungen. Verzeihen Sie, aber Sie kommen mir nicht wie eine Frau vor, der solche Sachen Spaß machen. Sind sie verheiratet? War ich. Und wo ist ihr Mann jetzt? Weiß ich nicht, antwortete Agatha. Eine dunkle Woge Elend überrollte erzählte Mrs. Essex alles von James und wie er vorgegaukelt hatte, in ein Kloster eintreten zu wollen und dabei kullerten ihr dicke Tränen über die Wangen. Danach berichtete sie von ihrer Vergangenheit, ihren Kämpfen, ihrem Leben, bis ihr bewusst wurde, dass die verwundete Mrs. Essex irgendwann die Flasche in die Küche gebracht und das Glas durch einen Becher dampfenden Kaffee ersetzt hatte. Trinken Sie den, sagte Mrs. Essex Entschuldigen Sie, dass ich es so unverblümt sage, aber Sie sind betrunken. Der Schock ernüchterte Agatha ein bisschen. Tut mir leid, ich weiß nicht, was über mich gekommen ist. Alkohol ist über sie gekommen. Wie es aussieht, ist das Zeug tödlich. Wollen Sie es immer noch? Oh ja, ich bitte John vom Pub alles abzuholen und wir können die Flaschen irgendwo im Gemeindehaus lagern. Ich werde Mrs. Bloxby fragen. Agatha stand wackelig auf. Ich gehe mal lieber. Mrs. Essex kritzelte etwas auf einen Zettel und reichte ihn ihr. Das ist meine Telefonnummer, rufen Sie mich an, wenn Sie wissen, wann der Wein abgeholt wird. Agatha blickte sie hilflos an. Entschuldigung, ist schon gut, ich denke, Sie sollten jetzt nach Hause gehen und ihren Rausch ausschlafen. Agatha war sicher, dass die frische Luft sie wieder nüchterner machen würde, musste jedoch sehr langsam und vorsichtig gehen, weil ihre Beine bei jedem Schritt nachzugeben drohten. Und so seufzte sie erleichtert, als sie schließlich ihre Haustüre aufschloss. Sie ging ins Wohnzimmer, wo sie sich aufs Sofa legte. Als sie aufwachte, war es dunkel im Zimmer. Ihre Kater saßen auf ihrem Bauch und starrten sie mit glühenden Augen an. Agatha richtete sich auf und die beiden sprangen auf den Boden, um maunzend in die Küche vorauszueilen. Agatha stolperte zur Tür und schaltete das Licht ein. Verwundert blickte sie auf ihre Uhr. Acht Uhr abends. Eilig begab sie sich in die Küche und öffnete Dosen mit Katzenfutter. Sobald ihre Kater gefüttert waren, machte und steckte sich eine Zigarette an. Mit dem ersten Zug kehrten die Erinnerungen zurück. Mit scheußlicher Klarheit erinnerte sie sich, Mrs. Essex ihr ganzes Leben erzählt zu haben. Sie wurde tief rot und stöhnte laut. Sie fragte sich, wie viel Prozent Alkohol dieser Wein hatte. Es schien eine gute Idee, ihn für die Enten rennen zu nehmen. Agatha nahm das Telefon in der Küche auf und im Fachhaus an. Als Mrs. Bloxby abnahm, berichtete Agatha ihr von dem Wein. Er ist sehr stark. Stellen Sie sich vor, ich habe Mrs. Essex schon nach ein paar Gläsern meine gesamte Lebensgeschichte erzählt. Meinen Sie, den können wir guten Gewissens ausschenken? Es ist für einen wohltätigen Zweck, sagte die VKs Frau, und sie schenkt ihn uns. Wir verkaufen ihn einfach fest. Ich komme mir so blöd vor, heulte Agatha. Am anderen Ende wurde lange geschwiegen. Sind sie noch da? fragte sie ängstlich. Ja, ich überlege nur, mir ist da eben etwas eingefallen. Wenn der Wein ihre Zunge so wirksam lösen konnte, hatte er bei Tristan Dallon eventuell denselben Effekt. Kann sein, sagte Agatha nachdenklich. Ich habe mich jedenfalls noch nie zuvor so benommen und Tristan könnte ausgeplaudert haben, dass er jemanden erpresste, von dem wir nichts wissen. Eigentlich wollte John noch mal zu Peggy Slither, aber jetzt ist er nach London gefahren. Vielleicht versuche ich es stattdessen bei ihr. Ich rufe John Fletcher an und frage ihn, ob er morgen den Wein abholen kann. Sagen sie, wo morgen Vormittag aufgeschlossen ist. Okay, fällt Ihnen ein Vorwand ein, weshalb ich wieder mit Peggy Slither reden will? Mrs. Bloxby dachte nach. Dann sagte sie, wir könnten ein Kuhn bitten, bei den Entenrennen mitzumachen. Die alte Mrs. Green ist die Vorsitzende des Frauenvereins, aber ihr geht es momentan gar nicht gut. Peggy ist die Sekretärin. Sie könnten als unsere Abgesandte zu ihr Hervorragend, das mache ich. Ich rufe John Fletcher im Pub an und bitte ihn, einen Lastwagen zu schicken, der den Wein abholt, sagte Mrs. Bloxby. Wenn der Wein so stark ist, wie Sie sagen, sollten wir ihn vielleicht mit Saft mischen und als Punsch servieren. Das wäre wohl sicherer, stimmte Agatha zu. Sagen Sie John, er soll Mrs. Essex anrufen und ihr sagen, wann der Wagen kommt. Ich versuche es morgen bei Peggy Slither. Noch fühle ich mich etwas wackelig. Nachdem Mrs. Bloxby aufgelegt hatte, schob Agatha sich einen Shepherd's Pie in die Mikrowelle. Ihr kam es nie komisch vor, dass sie für ihre Kater kochte, sich selbst aber von Tiefkühlgerichten ernährte. Widerwillig fuhr Agatha am nächsten Morgen nach Encombe zu Peggy Slither. Nun wünschte sie, sie hätte gewartet, bis John wieder da war und ihn hingeschickt. Immerhin hatte er versprochen, zu ihr zu fahren. Und Agatha ertappte sich bei dem Wunsch, Peggy möge nicht zu Hause sein. Doch als sie vor dem Haus einparkte und ausstieg, sah sie Peggy in ihrem Vorgarten über ein Blumenbeet gebeugt. Hi, sagte Agatha. Peggy richtete sich auf und unterbrach das Einpflanzen von Winterstiefmütterchen, um Agatha recht mürrisch anzusehen. Was wollen sie? Agatha beschrieb ihr die Idee mit den Entenrennen und Peggy tauchte sichtlich auf. Ich werde entscheiden, dass wir unsere Kräfte mit den Carsleys vereinen, sagte sie. Mrs. Green hätte nie Vorsitzende werden dürfen. Kommen Sie rein und wir besprechen alles. In dem abscheulichen Wohnzimmer sagte Agatha, dass der 23. Oktober ein Samstag ein guter Termin wäre. Was ist, wenn es regnet? fragte Peggy. Ich lasse ein Festzelt auf dem Feld aufstellen, in dem Erfrischungen gereicht werden. Falls es regnet, müssen die Rennen trotzdem stattfinden. Und Farmer Brent willigt ein, dass alles auf seinem Land abgehalten wird? Ich gehe zu ihm und frage, antwortete Agatha. Ich kenne ihn nur flüchtig aus dem Pub, aber er scheint ein netter Mann zu sein. Mrs. Essex, die Schwester von Miss Jellop spendet hausgemachten Wein. Wohnt sie schon im Haus ihrer Schwester? Sie räumt nur auf. Ich glaube, sie und ihr Mann haben vor, es als Ferienhaus zu nutzen. Ich finde es ziemlich gefühllos von ihr, wo ihre Schwester doch erst vor kurzem ermordet wurde. Ich glaube, diese Jellop war ein bisschen irre. Haben Sie sie gekannt? Nicht gut. Ungefähr so, wie ich auch sie und die anderen Frauen aus Carsley kenne. Tristan kannte sie gut. Hat er über sie geredet? Er hat oft mit mir über die alten Schachteln in der Gemeinde gekichert. Ich erinnere mich nicht, dass er irgendwas speziell über sie gesagt hat. Spielen sie mal wieder Detektivin? Plötzlich war Agatha sicher, dass sie log. Ich bin nur neugierig, antwortete sie. Draußen läuft ein Mörder frei herum. Sie haben solche Sachen schon früher gemacht, wie ich mich erinnere? Ja. Und so stellen sie das an? Sie stellen Fragen? Irgendwelche? Ja, in der Art, sagte Agatha. Manchmal fallen den Leuten dann wieder Dinge ein, die sie der Polizei nicht erzählt haben. Das könnte ich auch. Warum sollten sie? fragte Agatha verärgert. Weil ich wahrscheinlich besser wäre als sie. Peggys Augen blitzten herausfordernd. Gott, ich hasse diese Frau, dachte Agatha. Ich habe eine Menge Erfahrung mit solchen Fällen, erwiderte sie steif. Ja, aber ich habe Tristan sehr gut gekannt. Nicht gut genug, um irgendwas zu finden, das mit seiner Ermordung zu tun hat, entgegnete Agatha, in der Hoffnung, ihr so einen Hinweis zu entlocken. Das glauben sie. Wenn sie Sachen herausfinden können, kann ich es auch. Ich erinnere mich, dass sogar ein paar Mal ein Foto von ihnen in der Zeitung war. Mir lag nie daran, berühmt zu werden. Tatsächlich hat die Polizei bei fast jeder Aufklärung meine Beteiligung unterschlagen. Das behaupten sie, spöttelte Peggy. Agatha reichte es. Sie stand auf. Die Polizei mag es nicht, wenn sich Amateure in ihre Ermittlungen einmischen. Ach nein, und was ist mit ihnen? Sie sind auch kein Profi. Ich bin diskret. Agatha raisin und diskret. Peggy lachte wieand und dieser innervierende Klang hallte Agatha nach, als sie zur Haustür hinaus marschierte. Sie versetzte einem Gartenzwerg mit einer Angelrute einen kräftigen Fußtritt und das Ding purzelte in einen kleinen Teich. Der werde ich es zeigen, murmelte Agatha, während sie in ihren Wagen stieg. Zuhause setzte sie sich an ihren Computer und begann alles aufzuschreiben, was sie bisher wusste. Beim Tippen blinkte und blitzte der Verlobungsring an ihrem Finger. Sie Schreibtisch Schublade. Es klingelte an der Tür. Agatha speicherte das Geschriebene und ging öffnen. Bill Wong begrüßte sie mit den Worten »Wird Zeit, dass wir uns unterhalten, Agatha.« »Kommen Sie rein«, sagte sie widerwillig, »ich mache Kaffee.« »Instant genügt«. Agatha machte zwei Becher Kaffee und stellte sie zusammen mit Milch und Zucker auf den Tisch. »Ich glaube, es ist noch Kuchen da«, sagte sie. »Lassen Sie den und setzen Sie sich. Wie ich sehe, tragen Sie Ihren Ring nicht. Ich habe am Computer getippt und dabei hat mich sein Funkeln gestört. Worüber wollen Sie mit mir reden? Ich habe noch nie erlebt, dass Sie sich aus einer Mordermittlung heraushalten«, sagte Bill. »Und deshalb bin ich sehr sicher, dass Sie immer noch herumstochern. Gibt es irgendetwas, was Sie mir nicht erzählt haben? Sie wissen von Binzer? Ja, ich habe einige Fragen gestellt, aber nichts entdeckt. Jetzt raus damit. Mit wem haben Sie geredet? Ach, was soll's, ich war heute Morgen bei Mrs. Peggy Slither. Warum bei ihr? Diese widerwärtige Frau war mit Tristan befreundet, aber sie wollte mir nichts erzählen, und nun hat die blöde Kuh beschlossen, selbst Detektivin zu werden. Ich besuche sie lieber mal, falls sie irgendwas zurückhält, erzählt sie es mir vielleicht. Wo wohnt sie? Agatha nannte ihm die Adresse und beschrieb den Weg. Dann sagte sie, und da wäre noch Mrs. Tramp. Mit ihr haben wir gesprochen. Abgesehen von der Tatsache, dass sie Tristan Geld geben wollte und durch den Mord davor bewahrt wurde, wissen wir nichts. Denken Sie nach, Agatha. Hat jemand in diesem Dorf so viel Geld, dass Tristan auf ihn oder sie aufmerksam wurde? Da gibt es einige, aber mir fällt niemand im Besonderen ein. Ich frage Mrs. Bloxby, sagte Bill. Wo ist John Armitage? In London. Agatha wurde ein wenig rot. Hatte sie Bill von Charlotte Ballange erzählt? Am besten behielt sie dieses kleine Detail ihrer Nachforschungen für sich. Ihr Stolz erlaubte ihr nicht zu gestehen, dass John in London war, um sich mit einer attraktiven Frau zu treffen. Ich möchte Sie um einen Gefallen bitten, sagte Bill. Wissen Sie noch, dass ich Ihnen von meiner Freundin erzählt habe? Alice? Oh ja. Ist sie noch aktuell? Sehr sogar, antwortete Bill strahlend. Ich glaube inzwischen, dass es ein Fehler von mir war, meine Freundinnen zu früh meinen Eltern vorzustellen. Sie denken dann, dass es mir ein bisschen zu eilig ist. Aber ich möchte, dass Alice meine Freunde kennenlernt. Und ich habe heute Abend frei. Darf ich mit ihr vorbeikommen? Es wäre mir eine Ehre, sagte Agatha. Wie wäre es, wenn ich mit ihr auf einen Drink vorbeischaue? Sagen wir, für eine Stunde, so gegen sieben. Abgemacht. Als Bill gegangen war, kehrte Agatha an ihren Computer zurück und ging durch, was sie bisher geschrieben hatte. Falls Miss Jellop etwas von Tristan erfahren hatte, etwas Gefährliches, musste es jemand aus Carsley oder einem der Dörfer in der Nähe gewesen sein. Und was war mit Mrs. Tramp? Vielleicht sollte Agatha es noch einmal bei ihr versuchen. Sie entschied, zu Fuß zu gehen. Doch als sie den Hügel hinauf aus dem Dorf tortete, überfiel sie wieder die alte Sehnsucht, sich einfach gehen zu lassen. John Armitage war anscheinend hingerissen von Charlotte Balanch. Wie könnte eine mollige Frau mittleren Alters mit einer Porzellan Blondine konkurrieren? Was ich auch gar nicht will, dachte Agatha. Ich frage mich, ob ich mir die Haare blond färben sollte. Haben Blondinen wirklich mehr Spaß? Warum nicht mal probieren? Sie kramte ihr Handy aus der Tasche und rief bei ihrem Friseur an. Ja, es hatte jemand abgesagt und sie könnte heute um drei einen Termin bekommen. Mrs. Tramp war zu Hause und kein bisschen erfreut, Agatha zu sehen. Falls Sie mich wieder wegen der Morde ausfragen wollen, ich weiß nichts. Eigentlich wollte ich sie fragen, ob sie bei den Entenrennen helfen können, log Agatha. Mrs. Tramp sah verwirrt aus. Entenrennen? Was soll das denn sein? Agatha erklärte es ihr. Das hört sich nach einer guten Idee an und ich helfe gerne, wenn es für einen guten Zweck ist. Kommen Sie rein. Was könnte ich denn tun? Bei meinem letzten Besuch hier haben Sie Marmelade gekocht, antwortete Agatha. Ich habe mich gefragt, ob Sie einen Tisch bei dem Rennen aufstellen und einige von Ihren Marmeladen verkaufen könnten. Sie müssen nichts von dem Erlös spenden, wenn Sie es nicht möchten, aber solche Stände mit selbst gemachten Marmeladen verleihen dem Ganzen einen schönen ländlichen Touch. Oh nein, ich spende gerne. Wer backt die Kuchen? Da wollte ich die Damen aus dem Frauenverein fragen. Nicht nötig, setzen Sie sich, Mrs. Raisin. Ich werde auch Kuchen backen. Um ehrlich zu sein, habe ich viel zu viel Zeit. Als der Colonel noch lebte, hielt er mich ständig beschäftigt. Übrigens habe ich gerade einen Karottenkuchen gemacht. Möchten Sie ein Stück? Das wäre sehr freundlich. Tee? Ja, gern. Der Karottenkuchen erwies sich als köstlich. Agatha aß zwei große Stücke und beruhigte sich mit dem Gedanken, dass der Marsch zurück die Kalorien wieder vernichten würde. Sie sprach weiter von den Plänen für die Rennen und erzählte, dass Mrs. Essex einen Keller voll selbst gekeltertem Wein stiftete. Wer ist Mrs. Essex? fragte Mrs. Tramp. Miss Jellops Schwester? Wie komisch! Wohnt sie im Haus ihrer Schwester? Nur um aufzuräumen, denke ich. Ich glaube, sie und ihr Mann wollen es als Wochenend und Ferienhaus behalten. Traurig ist das. Ich meine, das Leben verschwindet aus den Dörfern. Also das Gemeindeleben. Es wenige wie Sie, Mrs. Ray, sind die bereit sind, ihren Beitrag zu leisten. Tut mir leid, dass ich so unwirsch zu ihnen war. Mich hatte der Mord an dem armen Tristan sehr erschüttert. Er hatte so eine Art, dass ich mich einfach wunderbar wohl in meiner Haut fühlte. Ich vermute, das Geheimnis liegt darin, sich unabhängig von anderen mit sich selbst wohl zu so außerordentlich gut aussehend. Vielleicht war es ein Mord aus Leidenschaft. Könnte sein. Irgendwie denke ich, dass es mit Geld zu tun hatte. Und ich habe das Gefühl, nachdem ich ihn an jenem letzten Abend verließ, brachte ihn irgendetwas dazu fliehen zu wollen. Hat jemand etwas gesagt, dass er einen Fremden im Dorf gesehen hatte? Gewöhnlich rede ich mit den Leuten bloß in der ist das Ganze ein Rätsel. Falls Ihnen noch etwas einfällt, geben Sie mir Bescheid. Agatha lenkte das Gespräch taktvoll auf Dorfbelange zurück und verabschiedete sich schließlich. Bei ihrer Rückkehr überprüfte sie ihre Hausbar nach einer hinreichenden Auswahl, aß hastig eine Mikrowellenlasagne zum Mittag und stieg in ihr Auto, um zum Friseur in Yvesham zu fahren. Unterdessen sagte sie sich ein ums Mal, sie müsse wirklich nicht erblonden und könne es sich immer noch anders überlegen. Am frühen Abend eilte sie zu dem gnadenlosen Vergrößerungsspiegel im Bad hinauf, um abermals hineinzuschauen. Ihr dichtes Haar war von einem warmen Honig blond. Und dennoch fühlte sie sich einfach nicht mehr wie Agatha Raisin. Sorgsam trug sie beigefarbenen Lidschatten auf, anschließend Eyeliner und Mascara und sie war eben fertig, da läutete es unten. Sie sind blond, sagte Bill verdutzt. Dies ist Alice. Kommen Sie rein. Als Agatha voraus ins Wohnzimmer ging, hörte sie Alice murmeln, du hast gesagt, dass sie alt ist. Und Bill erwiderte leise ich sagte älter als ich. Agatha ging zum Barwagen. Was kann ich Ihnen anbieten, Alice? Cola Rum bitte. Ach, du lieber Himmel, sagte Agatha, ich weiß nicht, ob ich Cola habe. Ein Sherry tut es auch, falls sie den haben. Ich nehme etwas Alkoholfreies, sagte Bill. Tonic Water, das wäre nett. Agatha schenkte die Drinks ein, reichte ihnen ihre Gläser und nahm gegenüber von Alice und Bill Platz, die nebeneinander auf dem Sofa saßen. Nun hatte sie erstmals Gelegenheit, einen richtigen Blick auf Alice zu werfen. Sie hatte lockiges braunes Haar, große Augen und einen trotzigen Zug um den Mund, dazu einen voluminösen Busen, breite Hüften und stämmige Beine. Kennen Sie Bill schon länger? fragte Alice. Sie ergriff Bills Hand und umklammerte sie fest. Seit ich hergezogen bin, Bill war mein erster Freund hier. Schon seltsam. Was ist seltsam? fragte Agatha. Na, ich meine, weil Bill jung ist und sie alt sind. Wir hatten keine Affäre, erwiderte Agatha säuerlich. Haben Sie noch mehr zu dem Fall herausgefunden? fragte Bill rasch. Agatha schüttelte den Kopf. Sie erzählte den beiden von den Entenrennen. Alice lachte, was spöttisch und spröde klang. Kinderkram. Um Bills Willen werde ich nicht fies zu dieser Frau sein, ganz gleich, was sie sagt, schwor sich Agatha. Oh, es wird lustig, ganz sicher, entgegnete sie munter. Wie gefällt Ihnen die Arbeit bei der Bank, Alice? Ist ganz in Ordnung. Haben Sie interessante Kunden? Zum Teil. Und manche halten die Bank für einen Geldbrunnen ohne Boden. Die kommen rein, wenn sie draußen am Automaten kein Geld kriegen. Ich sage ihnen bloß, sie verplempern meine Zeit und ihre. Wenn die Maschine sagt, sie kriegen kein Geld, kriegen sie keins. Sie lachte. Sie müssen mal deren Gesichter sehen. Wie kann Bill solch eine Kreatur mögen? staunte Agatha. Doch Bill lächelte Alice verliebt an. Alice stand auf. Kann ich bei Ihnen mal für kleine Mädchen? Ja, die Treppe rauf. Als Alice weg war, grinste Bill. Ich genieße das richtig. Warum? fragte Agatha. Weil ich Alice noch nie eifersüchtig erlebt habe. Typisch, dass sie sich ausgerechnet heute in eine blonde Sirene verwandeln müssen. Wahrscheinlich sollte ich es schmeichelhaft finden, aber mir ist die Situation eher unangenehm, Bill. Mögen sie sie wirklich? Ich denke, sie ist die richtige, Agatha. Sie sehen sie von ihrer schlimmsten Seite und sie sollten sich geschmeichelt fühlen. Agatha wollte sagen, dass sie das keineswegs tat, aber da kehrte Alice zurück. Um das Gespräch von ihr abzulenken, besprach Agatha den Fall mit Bill. Als sie gingen, konnte Agatha sich nicht verkneifen zu sagen, grüßen sie ihre Eltern von mir, Bill. Alice, die schon vor Bill an der Tür war, drehte sich mit einem Ruck um. Ich kenne deine Eltern noch gar nicht und ich will sie gerne kennen lernen. Wirst du auch, sagte Bill. Vielen Dank für die Drinks, Agatha, ich Bills Mutter würde Alice bald in die Flucht schlagen. Agatha hatte das Telefon ausgehängt, damit es nicht klingelte, solange Bill da war, doch jetzt legte sie den Hörer wieder auf, um festzustellen, dass sie eine Nachricht auf dem Anruf Beantworter hatte. Peggy Slivers Stimme erklang. Ich bin Ihnen schon weit voraus. Sie erraten nie, was ich entdeckt habe. Ich überprüfe nur noch ein paar Fakten, dann gehe ich zur Polizei. Agatha speicherte die Nachricht. Ich glaube nicht, dass sie irgendwas weiß, dachte sie und nagte an ihrer Unterlippe. Als sie sich eben umdrehte, läutete es. Es war Mrs. Bloxby. Wie läuft es bei Ihnen, Mrs. Raisin? Ich komme keinen Schritt weiter. Oh, Bill war gerade mit seiner neuesten Flamme hier und sie ist furchtbar. Eine unverschämte, herrische junge Frau. Tja, wie Sie schon erzählt haben, ist es nach dem ersten Besuch bei seinen Eltern meist schnell vorbei. Er hat sie ihnen noch nicht vorgestellt, aber das wird er und das war's dann. Ihren Erzählungen nach mag er sonst ruhige, nette junge Frauen. Vielleicht ist diese hier seiner Mutter gewachsen? Niemand, widersprach Agatha inbrünstig, ist Bills Mutter gewachsen. Oh, da ist noch etwas anderes. Sie berichtete der Vikas Frau von ihrem Besuch bei Peggy Slither und der Nachricht, die sie eben abgehört hatte. Zunächst trat Stille ein, dann sagte Mrs. Bloxby, das gefällt mir nicht, ich muss unweigerlich an Miss Jellops Anruf bei mir denken. Glauben sie, dass sie in Gefahr sein könnte? Weiß ich nicht, sie hat Tristan ziemlich gut gekannt. Wissen sie was, ich rufe sie an und frage, was sie vorhat. Sicher prallt sie nur. ich gebe ihnen dann Bescheid. Agatha legte auf, schlug Peggys Nummer im Telefonbuch nach und wählte. Es war besetzt. Sie ging in die Küche und suchte im Gefrierschrank nach einem Mikrowellengericht. Sie nahm ein Päckchen mit gefrorener Gulasch Nieren Pastete und schob es zum Auftauen in die Mikrowelle. Wieder versuchte sie es bei Peggy und immer noch war besetzt. Sie ging zurück in die Küche, erhitzte die Pastete und löffelte sie auf einen Teller. Agatha stocherte mit einer Gabel in ihrem Essen. Nachdem sie den Großteil gegessen hatte, wählte sie abermals Peggys Nummer. Nach wie vor kam das Besetz Zeichen. Ich fahre zu ihr, dachte Agatha. Es war ein windiger Abend. Der Flieder an ihrer Pforte bog sich in den Böen. Eine winzige Mondsichel segelte hinter den Wolken dahin. Die Straße nach Enkoum war verlassen. Auf der ganzen Strecke begegneten Agatha nur zwei andere Wagen und ein später Wanderer, der sich seinen Schal zum Schutz gegen den Wind um die untere Gesichtshälfte gewunden hatte. Als Agatha vor Peggys Cottage parkte und feststellte, dass drinnen Licht brannte und laute Musik lief, war sie erleichtert. Peggy hatte offenbar Besuch. Trotzdem fand Agatha, da sie schon den weiten Weg gefahren war, könnte sie gleich mal nachsehen, ob Peggy ihr zumindest andeutete, was sie entdeckt hatte. Sie von links und rechts Plastikgartenzwerge aus dem Gebüsch anglotzten. Die Village People schmetterten laut YMCA und die Haustür stand einen Spalt offen. Als Agatha die kleine Diele betrat, erklang die Musik noch lauter, allerdings hörte sie keine Stimmen. Plötzlich bekam sie Angst, stupste die Wohnzimmertür auf und schrak zurück, weil der Lärm der Musik noch schlimmer wurde. Sie ging hinüber zur Stereoanlage und schaltete sie aus. Doch die Stille, einzig unterbrochen von der pinkelnden Brunnenfigur und dem Windgeheul draußen, war noch furchteinflößender als der Krach zuvor. Peggy, krächzte Agatha. Sie räusperte sich und rief dann noch einmal lauter Peggy. Ruf die Polizei, ehe du dich weiter hier umsießt, sagte sie sich. Doch etwas veranlasste sie, zurück in die Diele und zur Küchentür hinten zu gehen. Sie tastete nach einem Lichtschalter drinnen neben der Tür, fand ihn und drückte darauf. Neonlicht erstrahlte blendend hell, beleuchtete die Küchenmöbel und das Blut an den weißen Wänden auf dem Fußboden sowie die aufgeschlitzte Leiche von Peggy Slither an der Hintertür. Agatha stieß ein Wimmern aus, eilte zurück ins Wohnzimmer, griff nach dem Telefon und rief die Polizei. Dann ging sie nach draußen, wo sie ihren Kopf an die kalte Cottage-Mauer lehnte. John Armitage war aus London zurückgekehrt, sobald er vom jüngsten Mord gehört hatte. Agatha war wieder brünett, seit sie am Tag nach dem Mord beim Friseur gewesen war, direkt nachdem sie ihre Aussage bei der Polizei in Merster unterschrieben hatte. Einzig ein Polizist war noch da, der in Carsley und den umliegenden Dörfern von Tür zu Tür ging und jeden befragte. Die Waffe, mit der Peggy so brutal getötet worden war, hatte man nicht gefunden. Agatha hatte damit gerechnet, dass John häufig vorbeikommen würde, um den Fall zu besprechen, doch er wirkte still und zurückgezogen. Er sagte, dass er mit dem Schreiben im Rückstand wäre und einiges aufzuholen hätte. Agatha verdammte die Angst zur Untätigkeit, obwohl sie das nie offen zugegeben hätte. Da draußen war ein Irrer unterwegs, dessen Überführung man lieber der Polizei überließ. Vor lauter Sorge und Furcht nahm sie ab, denn sie hatte einfach keinen Appetit. Nachts wurde sie vom kleinsten Geräusch aufgeschreckt. Am Tag, nachdem die Presse verschwunden war, kam John Armitage zu ihr herüber. Isst du, fragte er besorgt, als würde er Agatha erstmals seit seiner Rückkehr richtig wahrnehmen. Du siehst abgemagert aus. Ich bin es, die die Leiche gefunden hat, antwortete Agatha spitz. John setzte sich an ihren Küchentisch. Und was ist mit dir, fragte Agatha, was hast du so gemacht? Habe ich doch schon gesagt, nichts als geschrieben. Du hast mir übrigens nie gesagt, wie es in London war. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Ich war bei meinem Verleger, bei meinem Agenten, habe Freunde besucht. Und du hattest mindestens eine Verabredung zum Abendessen mit Charlotte Balanch. Woher weißt du das? Da steckte ein Päckchen in deinem Brief Schlitz. Ich bin in dein Haus gegangen, um es auf deinen Schreibtisch zu legen, und da hörte ich ihre glockenhelle Stimme auf deinem Anruf Beantworter. Er wurde ein bisschen rot. Ich dachte, dass sie vielleicht eine Spur hat, aber da war nichts. Jedenfalls um auf Peggy Schlither zurückzukommen. Sie dachte, dass sie etwas herausbekommen hatte. Und du hast in der Nähe des Hauses wirklich nichts gesehen, bevor du die Leiche gefunden hast? Keine finsteren Gestalten? Nichts? Irgendwelche Fahrzeuge auf der Strecke dorthin? strengt nach. Mir kamen zwei Wagen entgegen, aber frag mich bloß nicht nach der Marke oder Farbe. Es war dunkel und ich habe nicht weiter auf sie geachtet. Plötzlich sah sie die Fahrt nach Enkoum in Gedanken wie einen Film vor sich. Der Wanderer stieß sie aus. Ich habe den Wanderer vergessen. Welcher? Hast du der Polizei von ihm erzählt? Nein, das habe ich aus, fragte John. Ich habe ihn nur sehr flüchtig gesehen. Er hatte eine von diesen dunklen Wollmützen auf und den unteren Teil seines Gesichts mit einem Schal verhüllt. Anorak, Rucksack, dunkle Hose. Ein Schal über seinem Gesicht. Und das fandest du nicht verdächtig. Es wehte ein eisiger Wind an dem Abend. Oh Gott, ich sollte es lieber der Polizei erzählen. Es läutete. Geh du hin, John, sagte Agatha. John ging zur Tür und kam gleich darauf mit Bill Wong zurück. Was sagt man dazu, Agatha? Eben noch wolltest du mit der Polizei reden und schon ist Bill hier. Warum wollten sie mit der Polizei reden? fragte Bill, während er seinen Regenmantel auszog, er den auf einen Stuhl legte. Ich habe mich an etwas erinnert. Agatha erzählte ihm von dem Wanderer. Agatha, Bill klang erschöpft, wieso ist ihnen das nicht eher eingefallen? Wilkes wird an die Decke gehen, wenn ich ihm das erzähle. Hätten sie uns das gleich in der Nacht gesagt, hätten wir Straßensperren errichten und alles nach ihm durch kämmen können. Ich fahre lieber, wir werden einen öffentlichen Aufruf starten, dass sich die Person bei uns melden soll. Er stand auf und griff nach seinem Mantel. Wo war Elf Bloxby an dem Abend des Mordes? fragte John. Laut seiner Frau war er den ganzen Abend auf seiner Runde. Wir haben mit allen Leuten gesprochen, bei denen er gewesen sein will, aber es bleibt noch eine Stunde, für die wir keine Zeugen haben. Davon hat Mrs. Bloxby gar nichts erwähnt, sagte Agatha, der mulmig wurde. Was hat der Vicar gesagt, wo er in dieser Stunde war? Er sagt, dass er einfach nur herumgewandert ist. Angeblich hatte ihn die Geschichte mit Tristans Ermordung sehr aufgewühlt und ihm war nach einem langen Spaziergang vor dem Schlafengehen, um einen klaren Kopf zu bekommen. Klingt einleuchtend, sagte Agatha und begleitete Bill zur Tür. Warum sind gesellschaftlicher Besuch? Wie geht es Alice? Sehr gut. Hat sie ihre Eltern schon kennengelernt? Ja, und die beiden lieben sie. Ach, du Schande, dachte Agatha. Sie verabschiedete ihn und ging zurück in die Küche. Warum hast du nach Alf Bloxby gefragt? Ich habe nachgedacht. Nur weil wir Mrs. Bloxby sehr gern haben, wissen wir nicht zwangsläufig viel über Alf, oder? Nein, nicht viel, aber eines weiß ich sehr wohl. Eine Frau wie Mrs. Bloxby würde niemals bei einem Mann bleiben, der zu einem Mord fähig wäre. Hat sie dir irgendwas davon gesagt, dass Alf nicht beweisen kann, was er in der einen Stunde gemacht hat? Gehen wir zu ihr. Na gut, wenn du unbedingt willst. Du trägst deinen Ring nicht? Ach so, den habe ich vergessen. Soll ich ihn anstecken? Bleiben wir lieber bei unserer Geschichte. Vor Mrs. Bloxby müssen wir das nicht. Aber vor den anderen Leuten, sagte John. Agatha kramte in ihre Schreibtisch Schublade, nahm den Ring heraus und steckte ihn an. Blätter wirbelten um sie herum, als sie zum Pfarrhaus gingen. Für Agatha fühlte sich das Dorf nicht mehr wie eine sichere Zuflucht an. Ihr kam es so vor, als würde hinter jeder Ecke Gefahr lauern. Mrs. Bloxby öffnete ihnen. Kommen Sie bitte leise herein, sagte sie. Auf hat sich hingelegt. Sie folgten ihr ins Wohnzimmer. Agatha und Mrs. Bloxby sahen einander an. Mrs. Bloxby bemerkte, dass Agatha merklich dünner geworden war, und Agatha fiel der gehetzte Blick in Mrs. Bloxbys sonst so milden Augen auf. Seit dem jüngsten Mord hatten sie zwar miteinander gesprochen, allerdings nur kurz. Agatha erzählte ihr von dem Wanderer und Mrs. Bloxby faltete die Hände wie zum Gebet. Hätten sie sich doch nur früher erinnert, Mrs. Raisin. Die Polizei startet einen öffentlichen Aufruf und bittet die betreffende Person sich zu melden, sagte John, wenn er unschuldig ist, wird er es. Bill war vorhin da. Wie er sagt, gibt es eine volle Stunde, für die ihr Mann kein Alibi hat. Die meisten von uns haben ganze Stunden, für die sie keinerlei Zeugen benennen können, antwortete Mrs. Bloxby. Es ist nur Pech für Alf, dass diese Stunde ausgerechnet an dem Abend war, an dem Peggy ermordet wurde. All das setzt meinem Mann sehr zu, und ich kann auf ihre Verdächtigungen zusätzlich zu meiner Sorge verzichten, Mr. Armitage. Sie sah Agatha an. Ich dachte, sie hätten das Ermitteln aufgegeben. Hatte ich, bestätigte Agatha und verfluchte John im Stillen. Wer auch immer diese Morde begangen hat, ist äußerst gefährlich. Ich schlage vor, sie beide überlassen die Angelegenheit der Polizei. Wenn sie mich jetzt bitte entschuldigen wollen, ich habe zu tun. Sie verließen das Pfarrhaus. Agatha war wütend auf John. Ich hätte nie mitkommen sollen, sagte sie. Mrs. Bloxby ist meine beste Freundin. Egal, es ist fast Mittag und du bist nur noch ein Schatten deiner selbst. Wir gehen jetzt in den Pub und essen etwas. Agatha wollte beleidigt erwidern, dass sie nicht mitkäme, doch sie stellte fest, dass sie noch weniger allein sein wollte. Meinetwegen, sagte sie beleidigt, aber ich will bloß eine Kleinigkeit. Im Pub bestellten sie sich beide Shepherd's Pie. Agatha aß die ganze Portion. Als sie fertig waren, sah sie John neugierig an. Du bist seltsam wortkarg, was Charlotte Balanch angeht. Hätte ich etwas Fallrelevantes zu sagen, würde ich es tun, Agatha. Du hattest kurz erwähnt, dass du bei Mrs. Essex und Mrs. Tramp warst. Ich vermute, da ergab sich nichts Neues? Nein, bis auf den Wein. Welcher Wein? Agatha erzählte ihm von dem selbst gekelterten Wein und dessen eigenartiger Wirkung auf sie. Das ist interessant, sagte John. Meinst du, Miss Jellop könnte Tristan davon gegeben haben und er hat ihr daraufhin Dinge erzählt, die er anderenfalls nicht gesagt hätte? Könnte sein. John seufzte. Und jetzt ist sie tot, also werden wir es nie erfahren. Was ist mit Mrs. Tramp? Sie kam mir recht kaltblütig vor, als sie vom Tod ihres Mannes sprach. Weiß ich nicht, ich habe hauptsächlich über die Entenrennen mit ihr geredet. Sie kam mir ziemlich nett und normal vor. Hat sie Peggy Slither fragen wir sie. Mir wäre lieber, wenn keiner erfährt, dass wir noch nachforschen, entgegnete Agatha. Du hast erzählt, dass sie Kuchen für die Veranstaltung backen will. Wir fragen sie einfach, wie sie vorankommt. Ja, das könnten wir. Nachdem sie in die Lyle Glane zurückgegangen und in Johns Wagen gestiegen waren, spürte Agatha die dunklen Vorboten einer Depression. Carsley war zu einem finsteren Ort geworden. Was ist? fragte John. Nichts, warum? Der Wagen füllt sich mit Dunkelheit und die kommt von dir. Ich habe ein bisschen Kopfweh, weiter nichts. Sie parkten und stiegen aus dem Wagen. Die Haustür war offen. Agatha drückte auf die Klingel und hörte sie im Haus schrillen. Das ist komisch, sagte John. Sie muss da sein. Versuche es Agatha läutete abermals und wartete. Sehen wir lieber drinnen nach, sagte John beunruhigt. Agatha ging als erste hinein. Mrs. Tramp rief sie. Keine Antwort. Draußen krächzten die Krähen in ihrem Baum und der Wind pfiff um die umgebaute Scheune. Gefolgt von John ging Agatha in die Küche und stieß einen Schrei aus. Mrs. Tramp lag ausgestreckt auf dem Fußboden, die Augen geschlossen und die Hände auf der Brust gefaltet. Sie nach, ob sie lebt, sagte John und holte sein Handy hervor. Ich rufe die Polizei. In dem Moment öffnete Mrs. Tramp die Augen und rappelte sich mühsam auf. Es ist Meditationsstunde, sagte sie gereizt. Ich mag es nicht dabei, gestört zu werden und hatte gehofft, sie gehen wieder. Sie strich sich ihren Tweetrock glatt. Was wollen sie? Agatha sank auf einen Küchenstuhl. Ich wollte nur fragen, ob sie mit dem vielen Backen für das Entenrennen zu Rande kommen. Selbstverständlich, sagte Mrs. Tramp, sonst hätte ich ihnen gleich gesagt, dass ich es nicht schaffe. Wie laufen die Vorbereitungen? Ich bin auf dem Weg zu Farmer Brand, antwortete Agatha. Sie haben ihn noch gar nicht gefragt? Dann beeilen sie sich lieber, das Rennen ist in drei Wochen. Ist das mit Peggy Slither nicht furchtbar? fragte John. Ach die! Mrs. Tramp schnaubte abfällig. sicher war es der Ex-Mann. Er war außer sich, weil er bei der Scheidung so viel zahlen musste. Haben sie sie gekannt? fragte Agatha. Tristan hatte mich einmal mit zu ihr genommen. Eine unangenehme, vulgäre Frau. Wie ich hörte, war Tristan mit ihr befreundet. Sie war so unverschämt zu mir, dass Tristan mir versicherte, er würde nichts mehr mit ihr zu tun haben. Und jetzt habe ich zu tun. Ich schlage vor, dass sie sich so bald wie möglich Mr. Brandts Erlaubnis holen. Wir konnten schlecht bleiben und mehr Fragen stellen, sagte John auf der Fahrt zur Brandt Farm oben auf dem Hügel. Sie hat ein Arbeitszimmer unten neben der Diele. Die Tür war offen und auf dem Weg nach draußen habe ich hineingesehen. Da stand ein Schreibtisch, auf dem Briefe und Unterlagen lagen. Die würde ich mir zu gerne mal genauer ansehen. Ich denke, sie verheimlicht etwas und ich frage mich, ob Tristan ihr irgendwann geschrieben hat. Warum sollte er? fragte John. Ich meine, er war doch im selben Dorf. Trotzdem würde ich dort gerne mal stöbern. Aber du wirst wohl kaum Gelegenheit bekommen, dich in dem Zimmer umzusehen. Kann sein. Ich frage mich, ob sie nachts ihre Tür abschließt. Willst du dich etwa im Dunkeln bei ihr reinschleichen und herumschnüffeln? Sei nicht albern. Würdest du erwischt, wäre die Hölle los. Ist das da links die Zufahrt zur Farm? Ja, hoffentlich ist er da. Zu ihrer Erleichterung öffnete ihnen Mark Brand persönlich. Ich wollte eben einen Tee trinken, sagte er. Er war ein großer dünner Mann mit langen Armen und hängenden Schultern. Sein dichtes Haar war grau und sein längliches Gesicht rot von der Arbeit im Freien. Meine Frau besucht ihre Schwester, sagte er, brühte eine Kanne Tee auf und stellte Becher, Milch und Zucker auf den Tisch. Setzen sie sich. Ist das mit diesen Morden nicht schrecklich? Sind sie deshalb hier, Mrs. Raisin? Nein, antwortete Agatha. Es geht um die Enten Rennen. Wie ich erinnere, fand mal eine Veranstaltung der Pfadfinder auf einem ihrer Felderstadt, durch das ein hübscher kleiner Bach verläuft. Sie erzählte ihm, was sie geplant hatte. Die Weide können sie haben, sagte Brand. Wann soll das Rennen denn sein? Am 23. Oktober. Gut, ich helfe gerne, wenn ich kann. Bedienen sie sich. Bin ich froh, dass ich nicht im Dorf wohne. Es ist, als hätte dieser verdammte Kaplan mit seinem tuntigen Gehabe etwas Böses hierher gebracht. Kannten sie Tristan? fragte Agatha. Meine Frau Gladys hatte sich mit ihm angefreundet. Einmal komme ich vom Feld und da sitzen sie hier lachend und witzelnd und Gladys ist ganz aufgedonnert und dann sagt sie zu mir, dass ich diesem Tristan einen Scheck ausstellen soll. Sie sagt, er kann Geld für uns anlegen und ein Vermögen machen. Ich habe gesagt, das Vermögen macht wohl eher nur Tristan selbst. Er hatte sowas Schleimiges an sich. Also habe ich ihn mir eines Tages im Dorf geschnappt und ihm gesagt, wenn er sich noch mal meiner Frau nähert, hetze ich die Hunde auf ihn. Hatten sie nicht gedroht, Tristan umzubringen? fragte John. Sie meinen, ob ich ihm ein Messer in den Leib ordentlich den Marsch Blasen hat gereicht. Ich habe Peggy Slither gefunden, erzählte Agatha. Auf dem Weg nach Encom hatte ich einen Wanderer gesehen. Es ist mir erst heute wieder eingefallen. Haben sie irgendwann jemand Fremden in Dorf Nähe bemerkt? Nicht an den Mordtagen. Wir sind ja kein Touristenort wie Broadway. Doch ich sage ihnen folgendes Mrs. Raisin. Seine Stimme wurde ernster. Wer das mit diesen Morden war, ist ein gefährlicher Mann. Ich finde, sie sollten diesen Fall der Polizei überlassen. Wir wollen doch alle nicht, dass ihnen etwas passiert. Den Rest des Nachmittags verbrachte Agatha damit, organisatorisches mit Mrs. Blocksby zu besprechen, wie das Mieten eines Festzeltes und das Kontaktieren der Lokalzeitungen. Erst abends dachte sie wieder an Mrs. Trams Schreibtisch. Niemand im Dorf würde nach drei Morden seine Haustür nachts offen lassen. Allerdings deponierten die Leute auf dem Land oft einen Ersatz Schlüssel in der Regenrinne, unter der Fußmatte oder einem Blumentopf. Agatha stellte ihren Wecker auf zwei Uhr nachts, war jedoch so unruhig, dass sie erst um halb eins einschlief und entsprechend erschöpft war, als der Wecker schrillte. Sie zog sich dunkle Sachen an und entschied zu Fuß zu gehen. Zum Glück hat Mrs. Trams keinen Hund, dachte sie, als sie endlich die ausgebaute Scheune erreichte. Die Regenrinne war zu hoch, als dass jemand dort reingreifen konnte, und es waren weder eine Fußmatte noch ein Blumentopf zu entdecken. Frustriert und nicht gewillt, schon wieder umzukehren, nachdem sie es so weit geschafft hatte, ging sie zur Rückseite des Hauses. Dort war eine Klappe im Boden, umrahmt von Kohlenstaub. Sie schob den Riegel zur Seite, öffnete die Klappe und späte nach unten. Kürzlich war Kohle angeliefert worden, die nun reptilien schwarz im schwachen Taschenlampenschein glänzte. Vorsichtig stieg sie hinunter auf den Haufen. Unter ihren Füßen verschoben sich die Eier Kohlen und Agatha wollte oben zum Lukenrand greifen, um sich festzuhalten. Doch dafür rutschte sie zu schnell abwärts und landete schließlich auf dem Kellerboden, wo sie mit klopfendem Herzen liegen blieb. Sie hatte ihre Taschenlampe verloren, aber durch die offene Kellerluke drang mattes Licht. Leicht angeschlagen kämpfte Agatha sich auf die Beine. Treppe ausmachen. Sie koch vorsichtig vorwärts, als sie jemanden von oben die Treppe hinablaufen hörte. Dann wurde ein Schlüssel in der Kellertür gedreht. Gleich darauf hörte sie, wie die Haustür oben geöffnet wurde und Schritte um das Haus herum eilten. Agatha hastete weg von dem Kohlenhaufen in eine Ecke, in der sich alte Koffer und Kartons stapelten. Mrs. Tramp rief triumphierend »Hab dich! Du kannst da drinnen warten, bis die Polizei hier ist!« Sie knallte die Luke zu und Agatha hörte, wie der Riegel kraftvoll zur Seite geschoben wurde. Auf allen Vieren tastete sie sich durch den Raum. Kaum fühlte sie die verlorene Taschenlampe an ihren Fingerspitzen, griff sie danach und leuchtete nach oben. Nein, sie könnte die Luke nicht aufstemmen. Sie musste sich irgendwo verstecken, wo die Polizei sie nicht finden würde. Der Taschenlampenstrahl fiel auf eine verrostete und von Kohlenstaub bedeckte Rüstung. Agatha nahm den Helm und das Kopfstück ab. Sie stellte sich auf einen der alten Koffer und stieg dann mit den Beinen voran in die Rüstung. Sie befestigte die Brustplatte Handschuhe und setzte sich das Kopfstück auf. Mit zitternder Hand klappte sie das rostige Visier nach unten, stakste in eine Ecke und stellte sich dorthin. Sie stand da, bibernd vor Kälte und Angst, bis sie das Sirenengeheul näher kommen hörte. Dann erklang Mrs. Trams Stimme, schrill vor Aufregung. Ich habe ihn im Keller eingesperrt, da kann er nicht raus. Bill Wong war da, zusammen mit Works. Vier Polizisten suchten den Keller systematisch ab, drehten Kartons um, stocherten in der Kohle. Und dann kam Bill Wong auf die Rüstung zu, in der die zitternde Ecke versteckte. Er hob das Visier an. Ein paar verängstigte Bärenaugen starrten ihn an. Bill klappte das Visier wieder runter. Hier ist nichts, sagte er. Nachdem die Suche vorbei war, hörte Agatha Wilkes oben klagen, dass jeder in der Gegend hysterisch wurde und Mrs. Trump wahrscheinlich selbst die Luke für den Kohlenmann offengelassen hatte. Wie sie sagte, waren die Kohlen erst heute geliefert worden. Der frische Stapel musste in der Nacht verrutscht sein. Schließlich war Agatha wieder allein. Sie hob das Visier an, nahm die Panzerhandschuhe und das Kopfteil ab und lehnte sich an einige Kartons, um aus der Rüstung zu steigen. Im Haus war alles wieder still. Agatha schlich die Treppe hinauf und drückte die Türklinke. Es war nicht abgeschlossen. Leise huschte Agatha durch einen Wirtschaftsraum in die Diele. Sie wollte nur noch weg. Auf zehn Spitzen näherte sie sich der Haustür, schloss sie vorsichtig auf und zog den Riegel zur Seite. Mrs. Tramp würde schlicht glauben, dass sie in der Aufregung vergessen hatte, abzuschließen. Draußen lief Agatha den Hügel hinunter, wobei sie sich im Schatten der Bäume hielt. Erleichtert seufzte sie auf, als sie in die Lilac Lane einbog. Sie steckte den Schlüssel in ihr Türschloss und direkt hinter ihr flüsterte eine Stimme, Was zur Hölle haben sie gemacht? Agatha stieß einen erstickten Schrei aus und drehte sich um. Bill Wongs Augen funkelten in der Dunkelheit. Oh, Bill, hauchte Agatha elend. Es tut mir so leid. Ehrlich? Gehen wir ins Haus. Sie haben mir einiges zu erklären. Im grellen Küchenlicht bot Agatha einen erbärmlichen Anblick. Sie war schwarz von Kohlenstaub. Agatha schnappte sich etwas Küchenpapier, hielt es unter den Wasserhahn und wischte sich Gesicht und Hände ab. Dann setzte sie sich an den Küchentisch. Vielen Dank, dass Sie mich nicht verraten haben, Bill. Es könnte mich meinen Job kosten, sollte die Geschichte rauskommen. Sie haben Glück, dass Mrs. Tramp denkt, der Kohlenmann hätte die Luke offengelassen und Ratten oder sonst was hätten die Kohlen verschoben. Sie hat sich in aller Form entschuldigt. Also was wollten Sie da? Stockend gestand Agatha ihm ihren Plan, sich die Papiere auf Mrs. Tramps Schreibtisch anzusehen und in ihrem Computer nach gespeicherten Briefen zu suchen. Hören Sie mir gut zu, sagte Bill. Sollte ich sie jemals wieder bei so etwas ertappen, werde ich sie nicht nur verhaften lassen, sondern es wäre auch das Ende unserer Freundschaft. Ich habe meinen Job für sie riskiert, Agatha. Wie konnten sie so etwas Dummes machen? Aus diesem Fall hier werden sie sich von jetzt an heraushalten. Gibt es Neuigkeiten von dem Wanderer? Ja, er kam heute Abend um sieben zu uns. Ich meine gestern Abend. Ein angesehener Computerspezialist, Mitglied eines Wandervereins. Er sagt, dass er hin und wieder gern nachts allein wandert. Der Mann ist nicht aktenkundig. Ehe ich gehe, warum Mrs. Tramp? Hat sie etwas gesagt, was sie mir nicht erzählt haben? John und ich waren gestern bei ihr. Tristan hatte sie einmal mit zu Peggy Slither genommen. Irgendwas stimmt nicht mit Mrs. Tramp. Als ihr Mann einen tödlichen Schlaganfall erlitt, hat sie zunächst nur da gesessen und ihn betrachtet, bevor sie einen Krankenwagen rief. Sie scheint naja froh zu sein, dass er tot ist. Und das ist alles, was sie haben? Ich weiß, dass es blöd klingt, aber ich habe schon früher manche richtige Ahnung gehabt. Am nächsten Tag fuhr Agatha zur Druckerei, um einen Flyer drucken zu lassen. Sie holte die hundert Kopien ab und verbrachte den Nachmittag damit, sie in Ladenfenstern und an Bäumen Als sie wieder zu Hause war, rief John an und kündigte an, gleich vorbeizukommen. Ich habe nachgedacht, sagte er, als er ihr Cottage betrat. Vielleicht haben wir die Londoner Seite vernachlässigt. Wir wissen immer noch nicht, wer Tristan in Newcross zusammenschlug. Vergiss es! Mir wurde klipp und klar gesagt, ich soll mich aus allem heraushalten, was mit dem Fall zu tun hat. Und übrigens angesehener Mitbürger. Warum bist du verwarnt worden? Was ist passiert? Ach, ich kann es dir genauso gut erzählen. Agatha beschrieb die Ereignisse der letzten Nacht. John konnte das Ende der Geschichte kaum verstehen, so sehr musste er lachen. Du bist eine Idiotin, sagte er schließlich. Gott sei Dank, dass du mich da nicht mit reingezogen hattest. Ich glaube, die Warnung gilt trotzdem auch für dich. Ich werde trotzdem nach London fahren und sehen, was ich herausfinden kann. Möchtest du wirklich nicht mit? Agatha schüttelte den Kopf. Ich habe aufgegeben. Der Tag der Enten rennen ließ sich gut an. Dunstiger Sonnenschein färbte die Landschaft golden. Agatha war früh vor Ort, um die Vorbereitungen zu überwachen. John hatte versprochen, sich später zu ihr zu gesellen. Miss Sims sollte am Weidentor Programme verkaufen. Sechs Rennen waren geplant. Der Eintritt war mit einem Pfund angesetzt, doch doch da Agatha an der Haupt sch 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 aufgestellt hatte, war sie sicher, dass sich niemand von dem Eintrittspreis abschrecken ließe. Bei den Gratisgetränken handelte es sich um einen Obstpunsch mit Miss Jellops Wein. Die Weinflaschen konnten für drei Pfund das Stück gekauft werden. Die Plastikenten würden die Teilnehmer zwei Pfund das Stück kosten. Einer von Miss Sims Ex-Liebhabern, ein Buchmacher, hatte sich freiwillig gemeldet, um die Wetten anzunehmen. Agatha hatte kleine gravierte Silberbecher gespendet, die als Pokale an die Gewinner verteilt werden konnten. Agatha mischte Obstsaft und zwei Flaschen von Miss Jellops Wein in einer riesigen Bohleschale, aus der mit einer Kelle in Plastikbecher geschöpft würde. Um zehn Uhr sollte die Veranstaltung starten. Einige Leute kamen bereits auf die Wiese und auf einmal hatte Agatha alle Hände voll zu tun, Punsch auszuschenken und Wein zu verkaufen. John erschien und sie flehte ihn um Hilfe an, denn immer mehr Besucher wollten Punsch. Vom Bach ertönte lauter Jubel, denn die Rennen waren in vollem Gange. Der Buchmacher schlug sich gut und nahm reichlich Wetten an. Hätte sie die Becher gespendet, da sollte sie die Preise auch überreichen. Aber das übernahm Mrs. Bloxby. John holte sein Handy hervor. Bin gleich wieder da, sagte er. Ich rufe nur mal zu Hause an, ob Nachrichten auf dem AB sind. Ist gut, aber beeil dich, antwortete Agatha mürrisch. Mobiltelefone, was hatten die Leute nur gemacht, als es die noch nicht gab? Und dann stand sie mit offenem Mund da die Punschkelle in der Hand. Hatte Tristan ein Handy gehabt? Falls ja, könnte ihn dann jemand in der Mordnacht darauf angerufen und bedroht haben? Doch die Polizei hätte es gewiss gefunden und die Nummern überprüft. Über Lautsprecher wurde bekannt gegeben, dass eine Mittagspause eingelegt würde. Agatha nahm ein Schild zu ihren Füßen auf und stellte es auf den Tisch. Übermittag geschlossen. Denkst du, hier klaut sich jemand was? fragte John. Wir stellen die Flaschen erstmal zurück in die Kartons und kleben diese zu. Die Mitglieder des Frauenvereins hatten in einer hinteren Ecke der Weide ein Buffet aufgebaut und Tische und Stühle hingestellt. Mrs. Bloxby kam strahlend auf Agatha zu. Was für ein Erfolg, sagte sie. Wir wollten den Wettbewerb auf sechs Rennen beschränken, aber jetzt haben wir entschieden, nachmittags auch noch welche zu machen und dann mit den Morris Tänzern abzuschließen. Was ist mit den Preisen? fragte Agatha. Es müssen doch schon alle Becher weg sein. Ich dachte, wir könnten den Gewinnern je zwei Flaschen Wein geben. Gute Idee, sagte Agatha matt, denn sie fand nach wie vor, dass sie die Preise überreichen sollte. Und weil sie dies alles organisiert haben, Mrs. Raisin, dachte ich, dass es nett wäre, wenn sie zum Abschluss noch einige Worte an die Menge richten. Agatha wurde merklich munterer. Als Mrs. Bloxby wieder weg war, sagte John, »Was jetzt? Gehen wir rüber und erkämpfen uns etwas zu essen? Kannst du mir vielleicht etwas mitbringen? Ich würde gerne mit Mrs. Feathers reden.« »Worüber?« fragte er misstrauisch. »Ich dachte, du hast aufgegeben.« »Nur eine Frage. Ich erzähle es dir nachher.« Agatha begab sich auf die Suche nach Mrs. Feathers. Und dann sah sie einen grauen Haarschopf, der sich in Richtung Gatter bewegte. Sie lief hinterher und rief »Mrs. Feathers!« Die alte Dame drehte sich langsam um und blinzelte im Sonnenschein. Ach, Sie sind es, Mrs. Raisin. Was für ein herrlicher Tag. Ja, das ist es. Wir haben großes Glück. Mrs. Feathers, hatte Tristan ein Mobiltelefon? Nun, erst war ich sicher, dass er eines hatte, aber da muss ich mich geirrt haben. Er hat immer mein Telefon benutzt. Und wie kamen sie darauf, dass er eines hatte? Eines Tages ging ich in sein Zimmer, um das Bett frisch zu beziehen. Ich dachte, er wäre unterwegs, aber er war da und telefonierte mit solch einem Handy. Als er mich sah, steckte er es schnell weg. Kurze Zeit später kam er mal nach unten, um mein Telefon zu benutzen, und da fragte ich ihn, warum er nicht sein eigenes nahm. Er sagte, dass es einem Freund gehörte und er es zurückgegeben hatte. Eine schreckliche Sache, dieser Mord. Er hat mich richtig erschüttert. Und Tristan hatte nie irgendwas gesagt, was der Polizei nun einen Hinweis geben könnte? Oh nein, die Polizisten haben mich wieder und wieder gefragt. Der liebe Tristan, er sagte, dass ich wie eine Mutter für ihn war. Das waren sie gewiss. Agatha dankte ihr und wollte sich bereits abwenden, als sie sah, dass Bill am Gatterstand und Eintritt für sich und Alice zahlte. Bill, sagte Agatha und ging auf ihn zu, dürfte ich sie kurz sprechen? Worum geht es? fragte Alice. Agatha blickte Bill flehend an. Es ist eine Polizei Angelegenheit. Na gut, Alice sieht doch schon mal bei den Ständen, ob da irgendetwas ist, worüber sich Mutter freuen würde. Alice warf Agatha einen vernichtenden Blick zu und trottete von Dannen. Agatha erzählte Bill von dem Handy. Gute Arbeit, sagte er, ich lasse das überprüfen, aber ich dachte, sie hätten aufgehört zu ermitteln. Das Thema kam zufällig auf, als ich mich mit Mrs. Feathers unterhielt, antwortete Agatha. Ah, ihre Liebste ist zurück. Ich will was trinken, sagte Alice, aber der Stand ist geschlossen. Gott vergebe mir, was ich jetzt tun werde, dachte Agatha. Ich besorge Ihnen etwas zu trinken, Alice. Sie ging zu ihrem Stand und entkorkte eine Flasche hausgemachten Wein, während Bill sein Handy hervorholte und seine Kollegen anrief. Agatha nahm eines der großen Gläser, die sie für die Besucher vorgesehen hatte, die nur Fruchtsaft wollten und füllte es. Ich würde Bill sagen, es ist nur Punsch, erklärte sie, ist allerdings ziemlich starker Stoff. Ich kann jeden Mann unter den Tisch trinken, höhnte Alice und kehrte zurück zu Bill. John schenken und Salat zurück, den er verreichte. Sie erzählte ihm von dem Handy. Das könnte eine Spur sein, bestätigte John. Angenommen, sein Handy lag neben seinem Bett. Jemand ruft ihn an, nachdem du weg bist und jagt ihm Angst ein. Er beschließt sich, aus dem Staub zu machen, doch zuerst will er sich das Geld aus dem Kirchenkasten holen. Derjenige, der ihn bedroht, beobachtet das Haus, folgt ihm ins Arbeitszimmer des VKs und ersticht ihn. Könnte sein. Oh, es geht weiter und ich habe noch nicht mal einen Happen gegessen. Isst du erst mal, ich bediene den ersten Schwung und du übernimmst später. Agatha ging mit ihrem Teller zu den Tischen und suchte sich einen freien Platz. Mrs. Raisin? Sie sind doch Agatha Raisin, oder? Agatha blickte auf. Eine hübsche junge Frau mit einem Kind an der Hand stand vor ihr und ihre Erinnerung ließ sie nicht im Stich. Bunty, wie geht es dir? Die Frau neben Agatha verließ den Tisch und Bunty setzte sich zu ihr. Sie hob das Kind auf ihren Schoß. Gut, das ist Philippa. Wen hast du geheiratet? Philipp Jersey. Von Jersey Advertising? Ja, genau. Nachdem du zusammengepackt hattest und in den Ruhestand gegangen bist, nahm ich einen Job als seine Sekretärin an. Agatha runzelte die Stirn. Ich dachte, er wäre verheiratet gewesen. Ja, war er auch damals. Hat er sich scheiden lassen, um dich zu heiraten? fragte Agatha neugierig. Ja, ich hatte auch ein schlechtes Gewissen deshalb. Hab ich noch. Aber ich war verrückt nach ihm und das bin ich bis heute. Ich habe mir Zeit gelassen, ja zu sagen. Wir haben ein Haus drüben in Sirencester für die Wochenenden. So bekommt Philippa etwas Landluft. Philippa wandte sich auf den Knien ihrer Mutter. Ich will die Enten sehen, jammerte sie. Ich gehe lieber mit ihr hin, sonst gibt sie keine Ruhe, Banti stand auf. War schön, dich zu sehen. Agatha bemerkte, dass Alice ein Stück von ihr entfernt saß und ihren Wein trank. Sie musste die ganze Flasche von John gekauft haben. Von Bill war nichts zu sehen. Wahrscheinlich war er irgendwo und telefonierte, um herauszufinden, ob es Neues zu dem Handy gab. Agatha aß auf, ging zurück zu John, der kellenweise Punsch ausschenkte. Wir sollten besser damit aufhören, diesen Wein zu verkaufen, sagte er, als er sie sah. Sonst sind die Morris Tänzer bald nicht mehr in der Lage zu tanzen. Packen wir die Flaschen vom Tisch zurück in die Kästen und wenn die Morris Tänzer zurückkommen, sagen wir, dass wir ausverkauft sind. Wir können weiter verkaufen, sobald sie weg sind. Der Nachmittag schritt fort und es wurde ein wenig kühl. Mrs. Bloxby kam zu ihnen. Die Morris Männer machen sich jetzt für ihren Auftritt bereit und danach sind sie mit ihrer reden dran Mrs. Raisin. Sie können hier ruhig schon zumachen. Es ist prächtig gelaufen. Dankbar stellte Agatha ein geschlossen Schild auf den Tisch und räumte mit John zusammen die restlichen Plastikbecher in einen Karton. Anschließend gesellten sie sich zu der Menge, die sich versammelt hatte, um die Tänzer zu sehen. Bill und Alice standen ganz hinten in der Menschentraube. Alice Gesicht war gerötet und sie schrie Bill an Du bist ein richtiges Muttersöhnchen! Sie fanden einen Platz, von dem aus sie die Morris Tänzer gut sehen konnten. Auf Bloxbys Stimme übertönte die Menge. Wir sehen jetzt einen Stocktanz von den Mörster Morris Männern. Ein Morris Mann fiel um und blieb im Gras liegen. Genießen Sie wedelnden Taschentüchern. Nun seid ihr dran, Männer! Der umgekippte Morris Tänzer wurde wieder auf die Beine gehievt und stand blinzelnd im schwindenden Sonnenlicht da. Und dann erklang die heitere Morris Musik. Die Tänzer mit den blumenverzierten Hüten und den silbernen Glöckchen an ihren Knien hielten ihre Stöcke fest und stellten sich einander gegenüber auf. Sie sollten ihre Stöcke zusammenschlagen, wenn sie sich im Tanz begegneten, aber zwei von ihnen verfehlten ihr Ziel und versetzten ihrem Gegenüber stattdessen einen Hieb. Das war Absicht, Fred, brüllte einer der Getroffenen, holte mit seinem Stock aus und schmetterte ihn dem armen Fred auf den Kopf. Bald mutierte der Tanz zu einer Keilerei. Alf Blocksby versuchte, die Tänzer zu trennen, wurde jedoch zur Seite gestoßen mit den Worten Weg da, sie Mörder! Der Vicar wurde feuerrot, blickte sich hilfesuchend um und rief den Leuten zu, sie sollten aufhören zu lachen und etwas unternehmen. Polizei, rief da plötzlich Bill Wong. Alf stellte die Musik aus. Die Tänzer hörten auf, sich gegenseitig zu schlagen und standen beschämt da. Bill rief in die Menge, gehen sie alle nach Hause, das Spektakel ist vorbei. Die Leute begannen, zum Gatter zu strömen. Meine Rede, heulte Agatha. Zu spät, sagte John, wir gehen lieber zurück und laden den restlichen Wein und alles andere ein. John hatte einen Anhänger ausgeliehen und sein Gespann am Rand der Weide geparkt. Nun blickte er zu ihrem Schrank Tisch und dem Bereich dahinter. Agatha, der Wein ist weg. Jemand hat den restlichen Wein gestohlen. Ist mir egal, sagte Agatha, hoffentlich vergiften die sich damit. Trotzdem erzählen wir es lieber Bill. Der hat alle Hände voll zu tun. Du hast doch das Geld nicht beim Tisch gelassen, oder? Nein, das habe ich in der Tasche. Wir zählen es zu Hause und bringen es dann zum Pfarrhaus. Beeil dich und hilf mir, Agatha, es wird kalt. Sie beluden den Anhänger mit den restlichen Plastikbechern, den Gläsern, der Bohleschale und schließlich dem Tisch. Als erstes steuerten sie den Gemeindesaal an, wo sie den Tisch nach drinnen trugen. Es war immer noch reichlich Wein in Kisten vorhanden. Wie gut, dass wir nicht alles mitgenommen hatten, sagte John. Wir lassen die Becher und Gläser hier, sagte Agatha. Die können bei anderer Gelegenheit benutzt werden. Ich habe gar nicht darauf geachtet, aber ich hoffe, die Presse war weg, als die Tänze anfingen, sich zu prügeln. Bedauere, aber da lief mindestens noch eine Fernsehkamera und ich habe zwei Pressefotografen gesehen. Verdammt! Fahren wir zu mir und nach ihren Drinks zählten sie das Geld am Küchentisch. Fast hundertfünfzig Pfund und das nur an dem Wein stand, sagte John. Nicht schlecht, es müssen nur noch ungefähr zwei Kisten Wein übrig gewesen sein, die sie stehlen konnten. Bringen wir Mrs. Bloxby das Geld. Mrs. Bloxby begrüßte sie im Pfarrhaus und nahm John den Beutel mit dem Geld ab. Das gebe ich auf. Er ist in seinem Arbeitszimmer und zählt die Einnahmen. Auf den ersten Blick scheinen wir sehr gut verdient zu haben und alles dank Ihnen Mrs. Raisin. Alf wird es auch in seiner Predigt am nächsten Sonntag erwähnen. Ich sah übrigens, wie sie mit der alten Mrs. Feathers sprachen. Hatte sie etwas Interessantes zu sagen? Sie ist sich sicher, dass Tristan ein Handy hatte. Und inwiefern hilft das? Mrs. Feathers hat ausgesagt, dass er in jener Nacht keine Anrufe erhielt, nachdem ich gegangen war. Aber falls er ein Handy in seinem Zimmer hatte, könnte er darauf angerufen und bedroht worden sein. Er könnte beschlossen haben, zu fliehen und die Spenden aus der Kirche mitzunehmen. Ich denke, er war zu geizig, um Mrs. Feathers zu verraten, dass er ein eigenes Telefon hatte. Lieber trieb er ihre Rechnung in die Höhe. Haben sie es Bill erzählt? Ja, ausnahmsweise. Er lässt es überprüfen. Es kann nicht schaden, Mr. Crinstead zu besuchen, mit dem Tristan eine Zeit lang Schach gespielt hatte. Ich komme mit, bot John prompt an. Wir versuchen es gleich morgen früh bei ihm. Was wissen Sie über Mark Brent? fragte Agatha die Vikars Frau. Nichts Schlechtes? Er ist immer zu hilfsbereit. Warum? Er war wütend auf Tristan. Anscheinend war seine Frau Gladys vernarrt in Tristan und Brent hat ihm die Leviten gelesen. Ich kann mir absolut nicht vorstellen, dass jemand wie Mr. Brent oder seine Frau jemals gewalttätig würden, sagte Mrs. Bloxby. Tja, wir probieren es bei Mr. Crinstead. Ach, und die Fahrbibliothek kommt diese Woche. Bei der Gelegenheit rede ich gleich mal mit Mrs. Brown. Am Montagmorgen fuhren Agatha und John in die Sozialsiedlung. Meinst du, er ist zu Hause? fragte John. Er ist sehr alt, antwortete Agatha. Er muss da sein. Mr. Crinstead öffnete ihnen. Er war gebeugt und gebrechlich, hatte ein schmales, faltiges Gesicht und sanfte Augen hinter dicken Brillengläsern. Kommen sie rein, sagte er. Du meine Güte, wie nett es ist, Besuch zu bekommen. Sein Wohnzimmer war sauber und ordentlich. Agatha betrachtete die Fotos auf dem Kaminsims, Paare mit Kindern. Wie viele Kinder haben sie? fragte sie. Einen Sohn und eine Tochter und sechs Enkelkinder. Leider sehe ich sie nur an Weihnachten. Ich glaube, sie finden die Besuche hier ziemlich langweilig. Die Kinder sind schrecklich verwöhnt. Wir sind hier, erklärte John, weil wir gern ihre Meinung über Tristan Dallon hören würden. Ach, du liebe Güte, setzen sie sich, ich mache einen Tee. Agatha blickte auf ihre Uhr. Ist nicht nötig, es ist fast Mittag. Was halten sie davon, wenn wir uns kurz unterhalten und dann gemeinsam nach Morton zum Essen fahren? Ich lade sie ein. John starrte sie entgeistert an, doch Mr. Crinstead war offensichtlich entzückt. Du lieber Himmel, es kommt mir ewig vor, seit ich zuletzt das Dorf verlassen habe. Also, was kann ich Ihnen über unseren verstorbenen Kaplan erzählen? Tja, er kam eines Tages vorbei, als ich über einigen Schachzügen grübelte und bot an, mit mir zu spielen. Ich war so begeistert, einen Partner zu haben, dass ich ihn einige Male gewinnen ließ. Er war solch ein netter Gesprächspartner. Ich glaubte, dass er mich wirklich mochte und das war sehr schmeichelhaft für einen alten Mann wie mich. Beim letzten Mal dann ging ich so im Spiel auf, dass ich vergaß, ihn gewinnen zu lassen. Noch nie habe ich erlebt, wie sich ein Mensch so vollkommen verändert. Er beschuldigte mich, betrogen zu haben. Ich erklärte ihm geduldig meine Züge und er sagte, Sie lügen, sie alter Narr, und warf das Schachbrett um, sodass alle Figuren durchs Zimmer flogen. Danach stürmte er aus dem Haus. Ich war sehr enttäuscht. Bevor es zu dieser Szene kam, sagte John, hatte er da irgendetwas von seinem Privatleben erwähnt? Reden wir beim Essen weiter, schlug Agatha vor. Sie fuhren zu einem Pub in Morton und aßen große Portionen Steak and Kidney Pie. Agatha bestellte Wein. John staunte, wie außerordentlich munter Agatha sich mit dem alten Mann unterhielt und ihm Geschichten aus ihrer PR-Zeit erzählte. Aufgeheitert vom Essen und dem Wein berichtete Mr. Crinstead aus seinem Leben. Er war Atomphysiker gewesen, hatte erst in Los Alamos, dann in Wien gearbeitet. Er heiratete eine Österreicherin, Gerda, doch sie starb an Brustkrebs, nachdem ihr zweites Kind geboren war. Ich gab eine Menge Geld aus, um meinen Sohn und meine Tochter auf die besten Schulen und Universitäten zu schicken. Frida, meine Tochter, wurde Krankenschwester und heiratete einen Arzt, und mein Sohn Gerald wurde Steuerberater und heiratete seine Sekretärin. Mr. Crinstead seufzte. Ich habe nie gespart und hatte Glück, dieses staatlich geförderte Haus hier zu bekommen. Ich habe eine anständige Sie könnten Schachunterricht geben. Wir bräuchten auch einen Minibus, um die Leute zu den Läden in Stratford zu fahren oder mal ins Theater. Das wäre wunderbar. Ich würde gerne Schachunterricht geben. Wieder sah John verwundert zu Agatha. In letzter Zeit hatte er sie als herrisch und bisweilen mürrisch wahrgenommen. Aber nun blitzten ihre Augen vor Begeisterung und der alte Mr. Crinstead sah regelrecht verjüngt aus. Nach zwei Stunden musste er sie daran erinnern, dass sie die Fahrbibliothek verpassten, wenn sie sich nicht beeilten. Nachdem sie Mr. Crinstead zu Hause abgesetzt hatten, fragte John, willst du ernsthaft diesen Seniorenclub ins Leben rufen? Ja, es wird Spaß machen, etwas zu tun zu haben. Du verblüffst mich. Kann ich mir vorstellen, du hältst mich für eine nervige, selbstsüchtige Frau. Tue ich nicht, erwiderte John und wurde rot. Da ist die Fahrbibliothek. Sehen wir mal, was Mrs. Brown zu erzählen hat. Sie mussten geduldig warten, während mehrere Dorfbewohner Bücher zurückbrachten, neue ausliehen und über gelesene Bücher sprachen. Schließlich waren sie mit Mrs. Brown allein. Mr. Dallon, die Bibliothekarin blickte sie nachdenklich über ihre Halbmondbrille hinweg an. Nun, der junge Mann hatte es förmlich darauf angelegt, umgebracht zu werden. Warum sagen Sie das? fragte John. Die mollige kleine Mrs. Brown nahm ein Buch von ihrem Schreibtisch auf und stellte es zurück ins Regal. Ich habe viel darüber nachgedacht, wie er mich beleidigt hat, über meine Auswahl an Büchern herzog. Dazu gab es keinen Grund, es war reine Boshaftigkeit. Fällt Ihnen gar kein Grund ein, warum er so unvermittelt auf Sie losgegangen war? fragte Agatha. Da war bloß eine lächerliche Kleinigkeit. Mrs. Feathers liest gerne Liebesromane, also wähle ich immer einen der harmloseren aus und lege ihn ihr beiseite. Sie mag nämlich keine expliziten Bettszenen. Eines Tages kamen wir ins Gespräch und sie sagte, dass Mr. Dallon ihre Ersparnisse für sie anlegen wolle. Ich red ihr ab, denn Mr. Dallon war ja kein Börsenmakler. Vielleicht war er deshalb wütend. Doch als Mrs. Feathers mir für meinen Rat dankte, bat ich sie, Mr. Dallon nicht zu erzählen, dass er von mir kam, und das versprach sie mir. Darum kamen seine Anfeindungen so überraschend für mich. Wahrscheinlich hatte sie es ihm doch erzählt, sagte Agatha. Was hört man für Gerüchte über die Morde? Ich fürchte, viele Leute verdächtigen immer noch den VK. Sie sagen, Mr. Dallon wurde im Pfarrhaus umgebracht und Miss Jollop und Mrs. Slither könnten etwas Entlarvendes gewusst haben, weshalb Mr. Blocksby sie zum Schweigen bringen musste. Es ist lachhaft, ich weiß. Mehr war von Mrs. Brown nicht über Tristan zu erfahren. Zwei weitere Sackgassen, konstatierte John, als er Agatha vor ihrem Cottage aussteigen ließ. Was nun? Ich gehe noch mal zu Mrs. Blocksby, sagte Agatha. Ich will ihr meine Idee mit dem Seniorenclub vorstellen. Wie überaus großzügig von innen Mrs. Raisin, sagte Mrs. Blocksby. Aber was ist mit dem Wein, für den müssten wir eine neue Bleibe finden. Da habe ich eine Idee. Der Wein ist sehr schwer und süß. Wir könnten ihn umetikettieren und Cotswolds Likör nennen. Ich kann John Fletcher fragen, ob er ihn kauft. Er kann ihn gläserweise als Likör verkaufen. Im Gegenzug würde ich einen Artikel dazu ins Lokalblatt setzen und ein bisschen Werbung machen. Sagen sie ihm, dass der Erlös an das Altersheim geht. Das ist eine glänzende Idee. Ich finde nicht, dass das ganze Geld in die Reparaturen fließen sollte. Nachdem wir so viel für Save the Children einnehmen konnten, sollten wir lieber eine weitere Spendenveranstaltung für für die Renovierung des Gemeindesaals organisieren. Ich denke mir etwas aus, sagte Agatha zuversichtlich. Ich bin so froh, dass sie wieder ganz die Alte sind. Ich glaube, ich habe endlich genug davon, wegen James zu leiden. Jetzt will ich Spaß haben. Agatha war hungrig, als sie nach Hause zurückkehrte. Wieder einmal kramte sie in ihrem Gefrierschrank herum, kratzte Eis von Verpackungen und suchte nach Essbarem. Vor Müdigkeit bemerkte sie nicht, dass die Hackbällchen, die sie schließlich in die Mikrowelle stellte, in einer Aluschale waren. Während sich der Teller in dem Gerät drehte, ging Agatha in den Garten und atmete tief die kühle Abendluft ein. War der Mörder irgendwo im Dorf? Als sie Gedanken verloren dastand, wurde ihr bewusst, dass ihre Kater wild maunsten und sie drehte sich um. Schwarzer Qualm quoll aus der offenen Küchentür. Agatha rannte zurück ins Haus. Flammen züngelten in der Mikrowelle. Hastig schaltete sie das Gerät ab, zog den Stecker und öffnete die Klappe. Sie wedelte hustend mit den Armen, um den Rauch zu vertreiben. Die Aluschale war geschmolzen und auf ihr ein schwarzes Häufchen verkohltes Fleisch. Agatha schnappte sich die Mikrowelle und trug sie vor die Küchentür. Sie fand noch ein wenig altes Brot, schnitt sich zwei Scheiben ab und toastete sie mit Käse unter dem Grill. Auf sämtlichen Oberflächen in der Küche lag ein schwarzer Film. Als Agatha aufgegessen hatte, begann sie die Küche zu putzen. Es war fast Mitternacht, bis sie fertig war. Sie ging nach oben, nahm ein heißes Bad und zog sich ein langes Baumwollnachthemd an. Dann legte sie sich seufzend ins Bett. Was für ein Tag! Banti war also verheiratet. Für sie war der Traum vieler Sekretärinnen wahr geworden und sie hatte den Chef geheiratet. Agatha setzte sich auf. Miss Patel, Binsers Sekretärin, was wäre, wenn sie so sehr in ihren Chef verliebt war, dass sie ihn auf jede erdenkliche Weise beschützen würde. Ohne sich auch nur einen Morgenmantel überzuwerfen, stürmte Agatha die Treppe hinunter in die Nacht hinaus und direkt zu Johns Cottage, wo sie klingelte und gegen die Tür hämmerte. Ich komme ja, hörte sie John verärgert rufen. Er öffnete die Tür und sah Agatha in ihrem Nachthemd verblüfft an. Hoppla, Agatha, das kommt aber plötzlich. Sei nicht albern, ich will nur mit dir reden. Er trat zurück und sie marschierte in sein Wohnzimmer. Johns Oberkörper war nackt, denn er trug nichts außer einer blauen Seidenpyjama-Hose. Seine glatte Brust war muskulös. Agatha fragte sich kurz, was er tat, um so in Form zu bleiben, ehe sie loslegte. Ich habe meine frühere Sekretärin Bunty bei den Entenrennen getroffen. Sie ist mit ihrem Chef verheiratet und ganz verrückt nach ihm. Schön für sie, aber warum kommst du damit mitten in der Nacht zu mir? Mir ist eingefallen, wie besessen Sekretärinnen von ihren Chefs sein können. Was ist mit Miss Pardel? Binza Sekretärin? Ja, genau. Erinnerst du dich, dass Binza ihretwegen Tristan überhaupt erst kennengelernt hatte? Stimmt, ich erinnere mich. Tja, überleg mal. Sie konnte von Tristan verzaubert gewesen sein und das hinreichend, um ihn mit ihrem Chef bekannt zu machen. Doch ihre wahre Leidenschaft gilt ihrem Chef. Als Tristan dann Binza um 10.000 Pfund betrogen hat, muss sie beschlossen haben, das Geld zurückzuholen. Sie kann arrangiert haben, dass er zusammengeschlagen wurde. Dann werden die 10.000 zurückgegeben. Aber Tristan versuchte es mit Erpressung. Er liebte Geld und wollte immer mehr. Miss Pardel dachte, alles wäre vorbei. Aber irgendwie bekommt Tristan richtig gutes Material in die Finger, um Binza damit zu erpressen. Er ruft Miss Pardel an. Sagen wir, er spricht mit ihr, weil Binza unterwegs ist. Sie ruft ihn mitten in der Nacht an, nachdem ich weg bin. Vielleicht erinnert sie Tristan an die Prügel in Newcross. Er will weg, verlässt das Haus und geht ins Pfarrhaus. Sie folgt ihm leise, weil sie ihn nicht auf der Straße angreifen will. Sagen wir, er benutzt nicht seinen Schlüssel zum Pfarrhaus, sondern geht durch die Terrassentür. Sie sieht, wie er den Spendenkasten öffnet und das Geld herausnimmt. Plötzlich erkennt sie, dass es zu ihrem Vorteil wäre, ihn bei dieser Gelegenheit loszuwerden. Sie greift sich den Brieföffner und Bingo. Und was ist mit Peggy Slither und Miss Jellop? Tristan muss ihnen erzählt oder zumindest angedeutet haben, was er in der Hand hatte. Miss Jellop ist so erschüttert von seinem Tod, dass sie Miss Patel anruft. Vielleicht glaubt sie, Miss Jellop wüsste mehr und dasselbe befürchtet sie von Peggy. Sie gerät in Panik und begeht zwei weitere Morde. Agatha, Agatha, denk mal in Ruhe nach. Das ist alles zu unwahrscheinlich. Du klammerst dich an Strohhalme. Trotzdem fahre ich morgen hin und rede mit ihr. Mal sehen, wie sie reagiert. In dem Büro kann sie mir nichts tun. Geh wieder ins Bett, sagte John beschwichtigend. Wir sprechen morgen über alles. Und kommst du mit? Agatha wusste nicht, dass John am nächsten Abend mit Charlotte Ballange zum Dinner verabredet war und er würde es ihr nicht erzählen. Ich muss ein Buch fertig schreiben. Na gut, sagte Agatha eingeschnappt, dann forsche ich alleine nach. Agatha hatte entschieden, in London zu sein, wenn Binsers Büro für den Tag schloss. Auf die Weise konnte sie Miss Partel folgen, sehen, wo sie wohnte und vielleicht einen Eindruck von ihrem wahren Charakter bekommen. Sie hatte ihre bereits erprobte Maskierung mit blonder Perücke und Brille gewählt. In Binsers Bürogebäude setzte sie sich in den großen Empfangsbereich, wo sie gewiss war, dass niemand sie fragen würde, was sie dort machte. Leute kamen und gingen und die Plätze um sie herum begannen, sich zu leeren. Mitarbeiter strebten aus dem Gebäude. Die Empfangsdamen packten für den Feierabend zusammen und ihre Plätze wurden von zwei Wachleuten übernommen. Agatha wusste, dass sie nun allmählich verdächtig wirken würde, deshalb ging sie noch draußen und wartete dort. Die Zeit zog sich. Ein kalter Wind blies durch die Cheap Side und plötzlich erschien Miss Partle. Agatha folgte ihr in einigem Abstand zur U-Bahn-Station St. Paul's und die ewig lange Rolltreppe hinunter zum Bahnsteig der Central Line. Sie fuhren in einem vollen U-Bahn-Wagen nach Westen. Agatha stand und hielt sich an einer der Schlaufen fest, während sie hin und wieder zwischen den Leuten hindurch zur Miss Partle spähte, die weiter hinten im Waggon gleichfalls stand. Die Sekretärin stieg in Notting Hill Gate aus und Agatha folgte ihr vorsichtig. Hastig lief die Sekretärin durch die Pembridge Road und betrat ein türkisches Restaurant. Na, ich bin maskiert, also kann ich ebenso gut auch reingehen und etwas essen, dachte Agatha. Im Restaurant herrschte wenig Betrieb und man setzte Agatha drei Tische von Miss Partle entfernt. Letztere holte eine Ausgabe des Evening Standard aus ihrer Aktentasche und fing an zu lesen. Agatha bestellte sich Kebab mit Reis und ein Glas vom Hauswein. Das Restaurant füllte sich nach und nach. Als Miss Partle aufgegessen und zu Ende gelesen hatte, winkte sie nach der Rechnung. Agatha tat es ihr gleich. Während Miss Partle zahlte, stellte Agatha fest, dass sie dringend auf die Toilette musste. Fluchend rannte sie die Treppe hinunter zu den Örtlichkeiten. Bei ihrer Rückkehr nach oben stellte sie fest, dass Miss Partle weg war. Agatha bezahlte ihre Rechnung und raste hinaus in die Nacht, wo sie sich nach links und rechts umschaute. Sie entdeckte Miss Partle, die links in die Chapstow Villas einbog und folgte ihr. Dann sah Agatha, wie Miss Partle an der Pforte eines frühviktorianischen Hauses stehen Agatha nahm ihr Notizbuch hervor und schrieb die Adresse auf. Je länger sie dastand und über Miss Partle als potenzielle Mörderin nachdachte, desto lächerlicher schien es ihr. Sie beschloss, nach Hause zu fahren und die Angelegenheit der Polizei zu überlassen. John Armitage hatte einen qualvollen Abend hinter sich. Er hatte sich mit Charlotte in einem Nobelrestaurant in der Kings Road verabredet. Charlotte war eine halbe Stunde zu spät, in Begleitung eines gut aussehenden jungen Mannes aufgekreuzt. Das ist Jill, sagte sie. Jill, das ist John Armitage. Du hast doch nichts dagegen, dass Jill zu uns stößt, oder mein Lieber? De facto hatte John auf einen romantischen Abend gehofft und sah sich nun genötigt, Jill und Charlotte einzuladen. Wobei sich Jill als ein Mann weniger Worte erwies. John begann zu hoffen, dass Charlotte nach dem Essen diesen Langweiler von jungen Mann loswerden würde und ihn zu sich nach Hause einlud. Die Rechnung brachte ihn zum Stocken, doch zuversichtlich bezahlte er. Darauf folgte eine sehr unerfreuliche Szene vor dem Restaurant, als Charlotte ihm dankte, sich bei Jill einhakte und mit diesem die Kings Road entlang in Richtung ihres Hauses davon zog. Agatha wachte am nächsten Morgen auf und spürte, dass sie einen Schnupfen bekam. Nach wie vor war es möglich, dass Miss Partle die Mörderin war. Agatha lief in ihrer Küche auf und ab. Vielleicht hätte sie die Frau einfach mit ihrer Theorie konfrontieren und sehen sollen, ob sie sich verriet. Sie zog sich einen warmen Mantel an und ging nach draußen zu ihrem Wagen. In London parkte sie in einer Tiefgarage nahe dem Hyde Park und nahm die U-Bahn nach Notting Hill Gate. Agatha ging direkt zu dem Haus in Chepstow Villers, klingelte und wartete. Nichts geschah. Einen Moment stand sie ratlos da, ehe sie beschloss, sich die Stände auf dem Portobello-Markt anzusehen. Agatha wanderte von Stand zu Stand, schaute sich Schmuck, Militärabzeichen und alte Kleidung an. Sie ging an einem Leierkasten Mann mit einem Papagei auf der Schulter vorbei, als sie eine Stimme direkt hinter sich hörte. Mrs. Raisin? Agatha drehte sich um. Da stand Miss Partel und sah sie an. Was für eine Überraschung, sagte Agatha. Ist dieser Markt nicht faszinierend? Ist er, wenn man billige Kopien von Originalen unterscheiden kann. Aber ich schaue mich hier auch gerne um. Möchten Sie einen Kaffee trinken? Sicher, antwortete Agatha. Wohin wollen wir? Ich war schon so lange nicht mehr hier. Ich wohne ganz in der Nähe und wollte gerade nach Hause gehen. Sie machten sich auf den Weg und redeten darüber, wie sehr sich London verändert hatte. Derbald dachte Agatha, ich muss verrückt gewesen sein, diese nette Frau zu verdächtigen. In Chapstow Villers schloss Miss Partel die Haustür auf. Agatha folgte ihr in ein Wohnzimmer, das von einem schmalen Flur abging. Es war mit Mäde. Miss Partel schritt zu einem Thermostaten an der Wand und drehte ihn hoch. Lassen Sie Ihren Mantel an, hier drinnen ist es kühl, aber es wird schnell wärmer. Kommen Sie mit nach unten in die Küche, dann mache ich einen Kaffee. Das ist ein schönes Haus, sagte Agatha, als sie unten waren und blickte sich in der modernen Küche um. Da haben sie eine Menge Arbeit reingesteckt. Ich habe es vom Erbe einer Tante gekauft, als Notting Hill noch ziemlich unmodern war und jedes Mal etwas machen lassen, wenn ich es mir leisten konnte. Setzen Sie sich und verraten Sie mir, warum Sie mir gestern in dieser seltsamen Verkleidung gefolgt sind. Der Kaffee ist gleich fertig. Agatha lachte. Das werden Sie mir niemals glauben. Ich hatte da so eine fixe Idee, aber mir war gar nicht bewusst, dass Sie mich erkannt hatten. Sie tragen einen sehr auffälligen Ring, den hätten sie abnehmen sollen, und ihre Perücke muss im Wind verrutscht sein. Im Restaurant fiel mir eine braune Haarsträhne auf, die darunter hervorlugte. Ich habe sie beobachtet, wenn sie dachten, ich würde nicht zu ihnen sehen, und schließlich konnte ich sie zuordnen. nicht allzu wütend sein. Es fing alles mit dem Entenrennen an. Das klingt merkwürdig. Entenrennen? Was haben die mit mir zu tun? Oh, der Kaffee ist fertig. Wie trinken sie ihn? Schwarz. Jetzt erzählen sie mir, warum sie mich verfolgt haben. Naja, bei diesem Entenrennen im Dorf traf ich meine frühere Sekretärin Banti, die ihren Chef geheiratet hat. Da kam ich ins Grübeln über Sekretärinnen, die in ihre Chefs verliebt sind. Und ich dachte, falls Mr. Binzer irgendwie von Tristan bedroht wurde, hätten sie einschreiten können, um ihn zu schützen. Es kommt mir so lächerlich vor, wenn ich jetzt mit ihnen darüber rede. Ich sollte verärgert sein. Aber vermutlich haben diese drei Morde in ihrem Dorf dafür gesorgt, dass sie sich bei der Aufklärung nun an jeden Strohhalm klammern. Demnach hat die Polizei noch keine Spur? Nein, es sei denn, mein Tipp hat sie weitergebracht. Und was war das für ein Tipp? Mrs. Feathers, die alte Dame, bei der Tristan wohnte, hat mir erzählt, dass sie ihn einmal mit einem Handy gesehen hatte. Das habe ich der Polizei gesagt. Er könnte in der Nacht einen Anruf darauf bekommen haben, der ihm Angst machte. Ich denke, er hat den Spendenkasten aufgebrochen, um das Geld zu stehlen, weil er verschwinden wollte und etwas Bargeld brauchte. Also, falls es einen Anruf gab, kann die Polizei ihn zurückverfolgen. Eine Wolke schob sich vor die Sonne und verdunkelte den Garten draußen, wo zwei Stare auf dem kleinen Rasenstück nach Regenwürmern pickten. Erzählen Sie mir von diesem Entenrennen, sagte Miss Partel. Agatha erzählte ihr von den Rennen und den betrunkenen Morris-Tänzern. Mir war nicht bewusst, dass man in einem Dorf so viel Spaß haben kann, sagte Miss Partel. Wie sind Sie nur auf die Idee gekommen, sich mit Mord zu beschäftigen? Unstillbare Neugier schätze ich, und ich habe nicht vor aufzugeben, bis ich herausgefunden habe, wer es war. Tja, Sie wissen ja, wie es heißt. Neugier ist der Katze tot. Möchten Sie den Rest des Hauses sehen? Ehrlich gesagt, nein, ich fahre lieber wieder zurück aufs Land. Sie sprachen von dem vielen Wein, den die Schwester der toten Frau für die Rennen gespendet hatte. Ich habe selbst einen beachtlichen Keller, allerdings nicht mit selbst gemachtem, sondern mit gutem Wein. Miss Partel öffnete eine Tür in der Küche. Kommen Sie und suchen Sie sich eine Flasche aus. Agatha ging zu der Kellertür und blickte zur Steintreppe, die hinunter führte. Gehen Sie schon vor, sagte Miss Partel hinter ihr. Ich schalte nur rasch die Kaffeemaschine aus. Gibt es einen Lichtschalter, fragte Agatha, die sich erinnerte, wie sie in Mrs. Trams Kohlenkeller eingesperrt gewesen war. Rechts neben der Tür drinnen. Agatha tastete nach dem Schalter, als sie ein heftiger Schlag auf den Hinterkopf traf und sie Kopf über die Treppe hinunter purzelte. Unten blieb sie liegen. Ihr tat alles weh, aber sie war noch bei Bewusstsein. Da sie jedoch Miss Partel die Treppe herunter kommen hörte, sagte ihr ihr Rest verstand, dass sie lieber vorgab, ohnmächtig zu sein. Dann fühlte sie, wie ihre Knöchel und ihre Handgelenke gefesselt wurden. Ein Streifen starkes Klebeband wurde ihr auf den Mund gedrückt. Nase weise Kuh, fauchte Miss Partel. Ich dachte, das Handy ist weg. Ich habe von einer Telefonzelle um die Ecke angerufen. Hoffentlich fällt denen nicht auf, dass ich ganz in der Nähe wohne. Herr Gott, warum konnten sie sich nicht raushalten? Agatha hörte sie die Treppe hinaufgehen und die Kellertür zuknallen. Zuerst war sie vor lauter Schmerz und Angst unfähig, einen klaren Gedanken zu fassen. Dann dachte sie unglücklich, dass sie Bill lieber von ihrem Verdacht erzählt hätte. Wenn sie verschwand, würde John es ihm sagen und er würde Miss Partel befragen. Vielleicht würde man dann ihre Leiche finden. John Armitage trug seine Einkäufe zu seinem Wagen auf dem großen Parkplatz vor der Polizei Wache von Merster. Bill Wong rief ihm zu. Sind Sie allein? Wo ist Ihre Verlobte? Agatha muss noch in London sein. Und hatten Sie schon Glück mit dem Handy? Es gab einen Anruf in der Nacht, in der er ermordet wurde. Er kam von einer Telefonzelle in Notting Hill. Ich hoffe nur, Agatha bringt sich nicht in Schwierigkeiten. Raus mit der Sprache. Es ist nur so, dass sie diese irre Theorie hat. Miss Partel wäre die Mörderin. Sie wissen schon, Binsers Sekretärin. Wie kommt sie denn auf die Idee? Weil sie ihre ehemalige Sekretärin bei dem Entenrennen getroffen hat, und die hat inzwischen ihren Chef geheiratet. Das brachte Agatha auf den Gedanken, dass Sekretärinnen sich oft in ihre Chefs verlieben, was sie wiederum zu dem verrückten Schluss verleitete, Miss Partel wäre herumgelaufen und hätte Leute umgebracht, um Binser zu schützen. Ich hoffe nur, dass sie keine Probleme bekommt. Sie ist losgezogen, um mehr über diese Sekretärin herauszufinden. Bill stand sehr still da. Ich denke oft, dass Agatha zwar manchmal verrückte Dinge anstellt, aber sie hat auch eine beinahe hellseherische Fähigkeit, zu den richtigen Schlüssen zu gelangen. John wirkte nicht überzeugt. Sofern es keine Verbindung zwischen Miss Partel und Notting Hill gibt, bleibt alles an den Haaren herbeigezogen. In meinem Büro habe ich die Adressen von allen, die mit den Mordfällen zu tun hatten, sagte Bill. Es schadet nicht mal nachzusehen. Ich komme mit. Na gut. Bill ging voraus ins Polizeigebäude und bat John, sich hinzusetzen und zu warten. John wartete recht lange und ihm wurde beständig mulmiger zumute. Endlich kehrte Bill zurück. Miss Partel wohnt in Notting Hill, sagte er. Ich habe die Kollegen in Kensington informiert, damit sie zur Befragung geholt wird. Beten wir, Binser uns nicht verklagt. Geben Sie mir die Adresse, forderte John. Nein, ein Amateur reicht. Überlassen Sie das der Polizei. John rannte zur Post und bat um ein Telefonbuch von London. Dort fand er Miss Partels Adresse, eilte zurück zu seinem Wagen und raste nach London. Agatha war in blanker Panik. Lange Zeit konnte sie kaum einen klaren Gedanken fassen. Dann fiel ihr der Brieföffner in ihrer Manteltasche wieder ein. Sie wand die gefesselten Hände in dem Bemühen, in ihre Tasche zu greifen. Die Kellertür ging wieder auf. Nun ist es aus, dachte Agatha. Miss Partel kam mit einem Hammer in der Hand nach unten. Ich beende das mit Ihnen jetzt, sagte sie. Wie ich ihre Leiche loswerde, überlege ich mir später. Sie holte mit dem Hammer aus und Agatha kniff die Augen zusammen. In dem Moment schrillte die Türklingel über ihnen. Miss Partel ließ den Hammer sinken. Sollte sie hingehen oder warten, bis die Leute dann wieder verschwanden? Doch manchmal schickte Mr. Binser wichtige Dokumente zu ihr nach Hause, damit Miss Partel sie durchsah. Also ließ sie den Hammer neben Agatha auf den Boden fallen und stieg die Treppe hinauf. Sie öffnete die Haustür. Draußen standen zwei Polizisten. Miss Partel? Ja? Würden sie uns bitte aufs Revier begleiten? Es geht um einige Fragen zum Mord an Tristan Dallon. Dazu habe ich doch schon alles beantwortet. Mr. Binser wird darüber gar nicht erfreut sein. Es dauert nicht lange. Da sie die beiden auf keinen Fall in ihrem Haus haben wollte, sagte sie, ich hole meine Handtasche. Agatha hörte die Stimmen, konnte aber nicht verstehen, was gesagt wurde. Miss Partel ging zurück in die Küche und wieder zur Haustür. Agatha begann mit ihren Füßen auf den Boden zu stampfen, doch die Haustür oben fiel ins Schloss und alles wurde still. Bill und Detective Chief Inspector Wilkes rasten mit Blaulicht und Sirene nach London. Ich habe ihnen gesagt, sie sollen diese Partel festhalten, bis wir da sind, sagte Wilkes. Ich habe nachgedacht, was ist, wenn Agatha bei ihr zu Hause war? Die Kollegen meinten, wie es aussah, war Miss Partel allein. Es könnte eine gute Idee sein, zuerst zum Haus zu fahren und die Nachbarn zu fragen, ob sie Agatha dort gesehen haben. Dauert nur aber ich habe das Gefühl, dass uns noch heute Binsers Anwälte die Hölle heiß machen. John Armitage steckte in einem Stau fest. Er hörte Polizeisirenen und sah, wie sich die Wagen vor ihm an den Straßenrand bewegten. Ein Streifenwagen brauste vorbei und flüchtig war Bill Wong zu sehen. Plötzlich hatte John das Gefühl, Agatha hätte einen schrecklichen Fehler gemacht, den Dies ist das Haus, sagte Bill. Fragen wir nebenan, ob jemand Agatha gesehen hat. Eine junge Frau, an deren Rock sich zwei kleine Kinder klammerten, öffnete. Bill beschrieb Agatha, doch die Frau schüttelte den Kopf. Ich bin den ganzen Tag mit meinen Kindern beschäftigt. Fragen Sie die alte Mrs. Wirtle gegenüber. Sie bekommt alles mit. Mrs. Wirtle brauchte ewig, um an die Tür zu kommen. Sie stützte sich auf einen Rollator und blickte unter einem dichten krausen Pony zu ihnen auf. Wieder beschrieb Bill Agatha. Ja, so eine Frau habe ich mit Miss Partel reingehen gesehen, sagte Mrs. Wirtle. Dann wurde Miss Partel von der Polizei abgeholt. Was ist los? Und die andere Frau haben sie nicht wieder herauskommen gesehen, fragte Bill. Nein, die habe ich nicht mehr gesehen. Sie dankten ihr und gingen wieder hinüber zu Miss Partels Haus. Es könnte zu lange dauern, einen Durchsuchungsbefehl zu beschaffen, sagte Wilkes. Ob abgeschlossen ist, fragte Bill. Wilkes drehte den Knopf. Es ist offen. Dann dürfen wir reingehen. Polizisten sind verpflichtet, unverschlossene Wohnungen zu überprüfen. Agatha hörte Männerstimmen. Sie stieß erstickte Laute durch ihren Knebel aus und schlug die Füße auf den Boden. Hören sie das, fragte Bill, als sie in dem schmalen Flur standen. Sie lauschten beide. Wieder ein schwaches Klopfen, gefolgt von einem Stöhnen. Sie gingen hinunter in die Küche. Agatha, rief Bill. Ein grurgelndes Stöhnen. Diese Tür da, sagte Bill. Er tastete nach dem Lichtschalter und kippte ihn nach unten. Auf dem Kellerboden lag Agatha Raisin, das Gesicht fleckig von Tränen. Die beiden Männer eilten zu ihr. Bill riss das Klebeband von ihrem Mund, holte ein Klappmesser hervor und schnitt die Fesseln durch. Sie wollte mich umbringen, japste Agatha. Sie kommt wieder, um mich umzubringen. Bill half ihr auf die Beine. Agatha torkelte und verzog das Gesicht vor Schmerzen, für die die Fesseln an ihren Füßen und Händen verantwortlich waren. Schaffen sie sie nach oben und geben sie Tee, sagte Wilkes. Ich rufe Kensington an. Sie haben Miss Partel dort. Die Polizei in Kensington wurde zunehmend nervöser. Diese Miss Partel war ehrfurchtgebietend und streng. Sie schien mächtige Freunde zu haben und ihr Chef war ein Tycoon. Miss Partel spürte ihr Unbehagen und wurde immer selbstbewusster. Sie brauchte nichts weiter zu tun, als hier sitzen zu bleiben und früher oder später würde man sie gehen lassen. Sie war nicht verhaftet worden. Wenn sie die Fragen dieser Clowns aus Merster beantwortete, könnte sie zurück nach Hause und sich überlegen, was sie mit Agatha Raisins Leiche anstellte. Sollte jemand sie und Agatha zusammen auf dem Markt gesehen haben, könnte es weitere Fragen geben, aber solange keine Leiche gefunden wurde, konnte die Polizei nicht viel tun. Eine Möglichkeit war, die Leiche in den Kofferraum zu laden und sie irgendwo in Carsley rauszuwerfen. Eine Polizistin saß bei Miss Partle. Nun ging die Tür zum Verhörraum auf und zwei Detektives kamen herein. Sie sahen sie ernst an. Der eine sagte, wir beginnen mit der Befragung, wenn Detective Chief Inspector Wilkes vom Mercer CID hier ist. In diesem Moment wurde Miss Partle bewusst, dass sie vergessen hatte, ihre Haustür abzuschließen. John Armitage traf ein, als Bill und Wilkes dabei waren, Agatha in den Streifenwagen zu helfen. Kommen Sie mit uns, sagte Bill, und kümmern Sie sich um Ihre Verlobte. Sie wurde fast umgebracht. Auf der Fahrt zur Polizei erzählte Agatha ihre Geschichte. Ich frage mich, warum sie dich angegriffen hat, sagte John, als sie fertig war. Ich meine, du hast nichts davon gesagt, dass du irgendwelche Beweise hast, oder? Agatha schüttelte den Kopf. Naja, ich habe ihr von dem Handy erzählt und gesagt, dass ich nicht aufhören würde, nach dem Mörder zu suchen. Sie erholte sich langsam. Die alte Agatha Raisin kehrte zurück. Bei der Polizei wurde John angewiesen zu warten, während Agatha von einem Detektiv weggeführt wurde, um ihre Aussage zu machen. Bill und Wilkes betraten den Verhörraum, in dem Miss Partle saß. Wilkes ergriff das Wort. Ich verhafte sie wegen versuchten Mordes an Mrs. Agatha Raisin und Miss Partle fing an zu schreien. Bill dachte, sie wäre wahnsinnig geworden und sie bekäme niemals eine verständliche Aussage von ihr. Doch letztlich beruhigte sie sich und alles kam heraus. Mein Chef bedeutet mir alles, erklärte sie matt. Ich habe immer alles für ihn getan, mehr als seine Frau. Eines Tages bekam ich Nachricht, dass ein Mr. Tristan Dallon am Empfang sei. Er wünschte Mr. Binzer zu sehen und ihn um eine Spende für einen Jungen Club zu bitten. Ich antwortete, dass er seine Bitte schriftlich einreichen möge. Wilkes unterbrach hier und da, um Datum und Uhrzeit der Ereignisse abzuklären. Er muss einer der Empfangsdamen entlockt haben, wie ich aussehe. Denn als ich an jenem Abend ging, wartete er auf mich und lud mich zum Essen ein. Er war sehr charmant. Und ich wusste ja, dass Mr. Binse mich nie so lieben wird, wie ich es mir wünsche. Doch Tristan gab mir das Gefühl, attraktiv zu sein. Auf einmal versprach ich ihm ein persönliches Gespräch mit meinem Chef. Und dann schienen Mr. Binse und Tristan plötzlich immer zusammen zu stecken, auch wenn Tristan mich weiterhin gelegentlich ausführte. Irgendwann kam Mr. Binse zu mir und erzählte, wie er um zehntausend Pfund betrogen worden war. Ich sagte Tristan, dass er mich zu Hause besuchen soll. Ich bin mit einem Cricket Schläger auf ihn los und habe ihm gesagt, das wäre bloß ein Vorgeschmack dessen, was ihm blühen würde, sollte er das Geld nicht zurückgeben. Danach dachte ich, es wäre vorbei. Ich habe bei seinem Vicar nachgefragt und erfahren, dass er aufs Land gezogen war. Und als ich ihn schon fast vergessen hatte, rief er mich an. Er sagte, er und Mr. Binzer wären in einer schwulen Bar gewesen und ein Freund, der dort arbeitete, hätte Fotos von ihm und Mr. Binzer geschickt. Ich sollte Mr. Binzer ausrichten, entweder bezahlt er 250.000 Pfund oder die Fotos gehen an seine Frau. Obwohl ich finde, dass Mr. Binsers Frau seiner nicht würdig wäre. Ich hasste Tristan Dallin. Schließlich hatte er auch mich zum Narren gehalten und glauben lassen, dass er mich mochte. Also fuhr ich als Wanderer verkleidet nach Kaisley. Ich sah eine Wandergruppe und schloss mich ihr an, bis mir das Dorf vertraut war. Zu diesem Zeitpunkt überlegte ich noch, was ich genau tun sollte. Ich hatte Tristan ja gesagt, dass ich Ersparnisse dann sah ich diese Raisin gegen Mitternacht aus seinem Haus kommen und ich fragte mich, wie ich ihn so verschrecken könnte, dass er fliehen würde. Da habe ich ihn angerufen und ihm gesagt, ich würde am nächsten Tag kommen und ihn erschießen. Inzwischen hatte ich Tristan klang verängstigt. Trotzdem habe ich gewartet. Ich sah, wie er sich aus dem Haus und zum Vahrhaus schlich. Er ging durch die Terrassentür nach drinnen und ich bin hinter ihm her. Im Haus öffnete er einen Kasten und nahm Geld heraus. In dem Augenblick sah ich den Brieföffner im Mondlicht blitzen. Ich schnappte ihn, er stach Tristan und verschwand. über die Felder bin ich zu meinem Wagen gelaufen, den ich oben auf dem Hügel zwischen einigen Bäumen geparkt hatte. Sie verstummte. Miss Jellop fragte Wilkes nach. Warum sie? Tristan hatte ihr von den Fotos erzählt. Sie sagte, er hätte die Bilder bei einer Mrs. Slither deponiert, aber sie, Miss Jellop wisse alles darüber. Sie sagte, dass er sich einmal bei ihr betrunken und sie wollte zur Polizei gehen. Sie sagte, sie wäre in London und würde von einer Telefonzelle aus anrufen. Das konnte ich nicht zulassen. Ich sagte ihr, dass ich zu ihr kommen und ihr alles erklären würde. Ich war so froh, dass ich als erste bei ihr war. Doch dann schien es, als würde das Ganze nie aufhören. Als nächstes hatte ich diese Slither am Hals, die sicher war, dass Tristan genug Beweise hätte, um Mr. Binzer zu vernichten. Ich hoffte, sie loszuwerden, würde allem ein Ende setzen. Ich blickte mich gründlich in ihrem Haus um, nachdem ich sie ermordet hatte, ohne irgendetwas zu verändern. Doch da waren keine Fotos. Ich wartete und betete. Bald wurde klar, dass die Polizei auch nichts gefunden hatte. Sie erzählen Mr. Binzer doch nichts hiervon, nicht wahr? Seine Wertschätzung ist mir sehr wichtig. Wir werden es wohl müssen, antwortete Wilkes und Miss Partel begann zu weinen. In den nächsten Wochen wurde Agatha vor lauter Angst sehr häuslich. Sie schrubbte, putzte und versuchte sogar wacker Apfelgelee aus Fallobst zuzubereiten, das Farmer Brand ihr geschenkt hatte. Doch es wollte nicht eindicken, also gab sie die Gläser mit der schwappenden Flüssigkeit Mrs. Bloxby, die den Inhalt wie von Zauberhand in goldenes Gelee verwandelte. Der VK auf Bloxby war persönlich vorbeigekommen, um Agatha für ihre Hilfe zu danken. Er hielt eine solch höfliche, formvollendete Ansprache, dass Agatha nicht umhin konnte zu argwöhnen, seine Frau hätte ihn auswendig lernen John Armitage war oft in London, sodass Agatha ihn kaum zu Gesicht bekam. Dann kam Bill Wong vorbei, um Agatha zu erzählen, dass Miss Partel endgültig wahnsinnig geworden war, weshalb zu bezweifelt stand, dass es zu einem Prozess käme. Es war der Besuch von Binsa, der sie vollends durchdrehen ließ, erzählte Bill. Er hat ihr was die beiden geredet haben, doch hinterher mussten sie die Frau in eine Zwangsjacke stecken. Diese schwulen Fotos, die Wilkes erwähnte, wusste Binsa von denen? Nein. Anscheinend erinnert er sich nur, dass ihn Miss Partel fragte, ob er schon einmal in einer schwulen bar war. Er hatte sich gewundert, verneint und sie gefragt, warum sie das wissen wollte. Sie hatte irgendeine ausweichende ihren Ende teils ihre Schuld, Agatha. Wie das? Ich denke, beide waren eifersüchtig auf sie und wollten zeigen, dass sie ebenfalls ermitteln können. Es ist sehr gefährlich, der Polizei Informationen vorzuenthalten. Sie hätten mir von ihrem Verdacht erzählen müssen und nicht allein hinfahren dürfen. Ich meine, was haben sie sich dabei gedacht, mit ihr nach Hause zu gehen? Als ich sie auf dem Portobello Market traf, wirkte sie so normal, dass ich dachte, ich hätte mich geirrt. Es war ja auch ein Schuss ins Blaue, sie zu verdächtigen. Doch nur wegen dieser Sekretärinengeschichte, sagte Agatha. Wahrscheinlich hat Binzer Miss Partle als eine Mischung aus Mutter und Helferin gesehen. Und sie lebte vermutlich von romantischen Träumen. Tristan muss sie für kurze Zeit aus ihrer Besessenheit befreit haben, bis ihr klar wurde, dass er sie benutzte. Ab da galt ihre Leidenschaft wieder Binzer. Bill sah sie misstrauisch an. Sie klingen als würden sie aus Erfahrung sprechen. Nein, reine Spekulation. Wie geht es Alice? Gut. Ich dachte, nach der Szene bei dem Entenrennen wäre es vorbei. Sie war betrunken. Danach hat sie bitterlich geweint und sich so ernsthaft entschuldigt, dass ich ganz gerührt war. Sie müssen doch verrückt sein, konterte Agatha bissig. Was soll das heißen? Bill, glauben Sie mir, Alice ist eine eiskalte Ziege. Sie will heiraten und bei ihrem Mundwerk will sie bestimmt kein anderer. Bill stand auf und zog seine Jacke über. Nur weil Sie Pech in der Liebe hatten, sehen Sie in allen Beziehungen das schlechteste Agatha. Sie sollten sich schämen. Mit wem ich zusammen bin oder was ich tue, geht sie nichts an. Aber Bill, begann Agatha, ich muss los. Nachdem er gegangen war, saß Agatha unglücklich da. Wenn sie ihn als Freund behalten wollte, müsste sie sich entschuldigen. Aber was in aller Welt sah er in Alice? Agatha musste ihre Kater füttern, denn deren Näpfe waren leer, und sie erinnerte sich nicht, ihnen etwas gegeben zu haben. Ich werde noch zu einer dieser zwanghaften Katzennerrinnen, dachte sie Fisch für sie poschierte und zum Kühlen bereitstellte. Sie sah Johns Schlüssel auf dem Küchentresen und beschloss, nach nebenan zu gehen, seine Post von der Fußmatte zu sammeln und auf seinen Schreibtisch zu legen. In In seinem Cottage hob sie den Stapel Post auf. Nachdenklich schaute sie zum Anruf Beantworter. Warum all diese Ausflüge nach London? Mit schlechtem Gewissen legte sie die Post auf den Schreibtisch und ging zum Anruf Beantworter. Da waren mehrere Nachrichten, alle von Charlotte Balanch. Er muss sie gespeichert haben, dachte Agatha Elend. Die erste Nachricht war eine Entschuldigung, weil Charlotte einen Mann namens Jill mit zum Essen gebracht hatte. Vergib mir, mein lieber John, säuselte sie, lass mich dich zum Essen einladen, um es wieder gut zu machen. Die zweite Nachricht lautete, was für ein schöner Abend es war. Pippa gib morgen Abend eine Party, sag bitte, dass du kommst. Und die dritte Nachricht Ich kann es nicht erwarten, dich zu sehen. Damit wäre das geklärt, dachte Agatha. Sie würde nicht mit John Armitage in den Sonnenuntergang der reifen Jahre segeln. Sie ging nach Hause und verteilte den abgekühlten Fisch auf die Näpfe. Die Einsamkeit erdrückte sie förmlich. Agatha nahm den Telefonhörer auf und rief den alten Mr. Crinstead an. Hätten Sie Lust, mit mir essen zu gehen, fragte sie. Immer doch, antwortete er. Ich hole sie in einer halben Stunde ab. Agatha stellte fest, dass sie Mr. Crinsteads Gesellschaft genoss. Sie besprachen die Pläne für den Seniorenclub und Mr. Crinstead versprach, Agatha das Schachspielen beizubringen. Ich bin so froh, dass Sie angerufen haben, Mrs. Raisin, sagte er. Ich möchte alles über die Morde hören. Ich hätte mich schon früher gemeldet, log Agatha, die Mr. Crinstead schon fast vergessen hatte. Doch nach dem Schock musste ich mich erst mal ein bisschen sammeln. Erzählen Sie, Mrs. Raisin. Agatha, schön, und ich heiße ralph. Und so erzählte Agatha, während ralph crinstead aufmerksam zuhörte. Hinterher sagte er, es ist trotzdem komisch. Was? Diese Miss Partle muss es gewohnt gewesen sein, alles mit ihm zu besprechen. Mich erstaunt, dass sie die Dinge auf einmal selbst in die Hand nahm. Ich habe Binzer kennengelernt, er ist ein aufrichtiger Mann. Wahrscheinlich hatte er sie nie richtig wahrgenommen, sie mehr wie einen Bürogegenstand betrachtet. Ich denke, wenn die Sekretärin so verliebt ist, merkt das jedermann. Ich bin nur froh, dass alles vorbei und Alf Bloxby entlastet ist. Nicht, dass es jemals Beweise gegen ihn gab, aber da war der Tratsch und der kann in einem kleinen Dorf gefährlich sein. Als sie Mr. Crinstead zu Hause abgesetzt hatte, dachte Agatha, dass es lange her war, seit sie einen solch unbeschwerten Abend verlebt hatte. Sie hatte versprochen, in ein paar Tagen bei Ralph Crinstead vorbeizuschauen und mit dem Schachunterricht zu beginnen. Und morgen würde sie sehen, was die Handwerker für die Dachreparatur veranschlagten. Der Ring an ihrem Finger gefürt zu ihren Katern. Sie nahm den Ring ab und legte ihn in die Küchenschublade. Gleichzeitig fragte sie sich, wie John mit Charlotte vorankam und stellte erleichtert fest, dass sie seine Beziehung nicht im geringsten störte. Oder zumindest glaubte sie das. Es war beinahe unvorstellbar, dass John für irgendjemanden Leidenschaft empfinden könnte. Genau wie Miss Partel. Die arme Miss Partel. Aber warum dachte Agatha das? Die Frau war eine kaltblütige Mörderin und spielte ihren Wahnsinn wahrscheinlich bloß. John Armitage war auf einer weiteren heißen und lauten Party in Chelsea, wo Charlotte mit einer Gruppe von Männern auf der anderen Seite des Zimmers flirtete. Aber er hielt es aus. Heute Nacht wäre es soweit. Hatte sie nicht gesagt, sie würden nur für eine Stunde vorbeischauen und dann zusammen nach Hause gehen? Er erinnerte sich an ihren verführerischen Blick bei jenen Worten, an den sanften Klang ihrer Stimme. John ging zu Charlotte hinüber und legte den Arm besitzergreifend um sie. »Wird Zeit, wir gehen.« »Oh, Schätzchen!« Charlotte schmollte allerliebst. »Wir ziehen alle noch weiter zu Jillies Party.« John wusste nicht, wer diese Jilly war, und es interessierte ihn auch nicht. Er erwiderte steif, »Entweder wir gehen jetzt oder ich fahre nach Hause.« »Dann fahr lieber, aber warum willst du nicht mitkommen? Es wird bestimmt lustig.« »Gute Als er zur Tür ging, hörte er einen der Männer bei Charlotte lachen. Und wieder entschwindet einer von Charlottes Begleitern. Johns Wangen glühten. Das war alles, was sie wirklich gewollt hatte, einen Begleiter für ihre endlosen Veranstaltungen, die sie so sehr liebte. Auf der Heimfahrt kehrten seine Gedanken zu Agatha zurück. Sie hatte er genauso vernachlässigt wie seine Arbeit. Er würde sich ein paar Tage an sein Buch setzen und Agatha danach zum Dinner einladen. Diese verdammte Charlotte Balanch. Sie hatte ihn wahrlich zum Narren gehalten. Am nächsten Tag war Agatha mit den Handwerkern und der Begutachtung des Gemeindesaals beschäftigt. Alte Leute hatten es gern gemütlich und gediegen. Der Boden müsste mit Teppich ausgelegt werden und sie bräuchten bequeme Stühle und Tische. An einer Wand müssten Regale für Bücher, Spiele und Puzzles angebracht werden. Was noch? Die Wände mussten natürlich gestrichen werden und Bilder bräuchten sie. Eigentlich sollte er Agatha Raisin Club heißen, bedachte man all die Arbeit und das Geld, die sie hineinsteckte. Aber Mrs. Bloxby würde es für anmaßend halten. Außerdem hatte sie versprochen, sich schultern musste. Agathas Verstand arbeitete auf Hochtouren. Im strömenden Regen stapfte sie zu ihrem Cottage zurück und bemühte sich, die Pfützen unter dem gefallenen Laub zu meiden. In ihrem Cottage lag eine Nachricht von Doris Simpson auf dem Küchentisch. Liebe Agatha, las sie, komme wie üblich nächste Woche zum Putzen, Doris. Es klingelte. Agatha ging öffnen und fand sich John gegenüber. Er hatte spontan beschlossen, dass er Agatha sehen wollte. Ja, fragte Agatha frostig. Darf ich reinkommen? Es schüttet wie aus Eimern. Er folgte ihr in die Küche. Und was hast du in London gemacht? fragte Agatha. Dies und das, Buchhandlungen, Agent, Verleger, die übliche Runde. Hast du heute Abend Zeit zum Dinner? Ich glaube, ich habe schon was vor, log Agatha. Ich frage nach. Sie rief Mr. Crinstead an. Steht unsere Verabredung für heute Abend noch, Ralph? fragte sie halb gehaucht. Ich dachte, wir wollten morgen Schach spielen, antwortete die überraschte Stimme am anderen Ende, aber heute Abend oder irgendwann sonst ist auch prima. Ich freue mich schon, sagte Agatha. Bis dann. Sie legte auf und drehte sich zu John um. Bedauere, ich bin verabredet. Und wie sieht es morgen aus? Tut mir leid, ich werde einige Zeit sehr beschäftigt sein. Und ich bin nicht an Charlotte Bellings Resten interessiert, dachte Agatha. Sie musste ihn abserviert haben. Dann halte ich dich mal nicht länger auf. John ging. Er fühlte sich doppelt zurück gewesen. Als er fort war, holte Agatha seinen Ring aus der Schublade und steckte ihn in einen Umschlag. Den warf sie ihm durch den Brief Schlitz, ehe sie am Abend wegfuhr. Und sie war keineswegs eifersüchtig auf Um Ralph Krinsteads Willen versuchte Agatha, sich auf den Schachunterricht zu konzentrieren, während sie insgeheim staunte, dass den Leuten solch ein langweiliges und zugleich anstrengendes Spiel Spaß machen konnte. Es schien dabei unendlich viel zu bedenken zu geben. Ich glaube nicht, dass aus ihnen eine Schachspielerin wird, sagte Ralph schließlich. Offenbar macht es ihnen kein bisschen Freude. Doch wird es noch, beteuerte Agatha und in einem raren Anflug von Aufrichtigkeit ergänzte sie, es ist nur so, dass ich es nicht gewohnt bin, mich auf anderes als Menschen zu konzentrieren und auf die Fragen, was sie motiviert, warum sie Morde begehen, solche Dinge. Versuchen wir es ein anderes Mal. Wie sie meinen, spielen sie Karten? Ich kenne kaum Spiele, Poker, einmal habe ich Poker gespielt. Lust auf ein Spiel? Klar. Tatsächlich gewann Agatha die erste Runde und fing an, sich zu amüsieren. Es war fast Mitternacht, als sie die Karten hinlegte und schuldbewusst sagte, ich halte sie die halbe Nacht wach. Macht nichts, ich schlafe nicht viel. In meinem Alter, na, sie wissen schon. Auf der Fahrt nach Hause dachte Agatha mit Grauen an ihr eigenes nahendes Alter und die Einsamkeit. Morgen, dachte sie finster, werde ich ein Testament aufsetzen. Ich bin ja nicht unsterblich. Wäre das Wetter aufgeklart, hätte Agatha den Gedanken an ein Testament vielleicht verdrängt. Doch ein weiterer Regentag malte Schlieren an die Fenster ihres Cottages und weichte den bereits durchnässten Garten noch mehr auf. Sie nahm ihre Zigaretten und einen Becher Kaffee mit ins Wohnzimmer und setzte sich an ihren Schreibtisch. Dort nahm sie ein Diktiergerät aus der Schublade und kam bis dies ist der letzte Wille von Mrs. Agatha Raisin als es an der Tür läutete. Mist murmelte Agatha und ging öffnen. Mr. Binzer stand draußen. Du lieber Himmel sagte Agatha kommen sie aus dem Regen was führt sie zu mir? Ich wollte ihnen nur danken dass sie diese furchtbaren Morde aufgeklärt haben antwortete der Geschäftsmann und ich bin neugierig wie sind sie auf die Wahrheit gekommen? Agatha nahm ihm den Mantel ab und führte ihn ins Wohnzimmer Kaffee? Nein danke er setzte sich auf das Sofa ich habe nicht viel Zeit also wie sind sie darauf gekommen dass es meine Miss Patel war Agatha freute sich nach Herzenslust angeben zu dürfen und erzählte ihm wie sie zu dem Schluss gelangt war dass Miss Patel die Täterin war Interessant sagte Binza als sie fertig war sie scheinen mir sehr selbstbewusst irren sie sich nie ich bilde mir ein dass es normalerweise nicht vorkommt auf jeden Fall hatten sie recht was Miss Patels Bewunderung für mich angeht Agatha bekam ein ungutes Gefühl Wollen sie etwa sagen dass ich mich in einem anderen Punkt geirrt habe wenn es eines gibt was ich hasse sind es aufdringliche Frauen die sich in alles einmischen der Regen tormelte gegen die Fensterscheiben und troff vom Rehtach da es dunkler wurde schaltete Agatha die Tischlampe neben sich ein ich habe den Eindruck dass sie hier sind um mir etwas zu erzählen ja sie sind schrecklich selbst zufrieden dabei ist es so dass nicht miss partel diese morde beging sondern ich Agatha starrte ihn an warum wie das in meinem ganzen leben erklärte er ruhig hat es noch niemand geschafft mich aufs kreuz zu legen ausgenommen Tristan Dallon ich schätze dass ich so in diesen jungen man verschossen war wie miss partel in mich ich habe Geld geheiratet die Tochter eines wohlhabenden Unternehmers richtige Freunde hatte ich nie und bei Tristan war mir als könnte ich ehrlich sein endlich locker lassen dann hat er mich betrogen alles was er jemals von mir gewollt hatte war Geld dafür habe ich ihn gehasst ich verfüge über Kontakte ins Milieu die von Zeit zu Zeit nützlich sind und so arrangierte ich es dass er zusammengeschlagen wurde Miss Partel sollte ihm erzählen wer dahinter steckte er gab das Geld zurück und ich dachte damit wäre die Angelegenheit erledigt aber der Blutsauger gab nicht auf er rief Miss Partel an und sagte er würde alles meiner Frau erzählen wenn ich für sein Schweigen nicht bezahle ich fand heraus dass er aufs Land versetzt worden war und fuhr nach Carsley vorher hatte ich mir eine Karte der Gegend angesehen ich verkleidete mich als Wanderer und ließ meinen Wagen ein Stück außerhalb des Dorfes stehen von dort ging ich über die Felder sodass ich ungesehen bis zu seinem Haus kam ich beschloss ihm noch eine letzte Chance zu geben also rief ich Miss Patel an und sagte ihr sie soll ihn von der nächsten Telefonzelle aus auf seinem Handy anrufen und ihm sagen dass ich käme um ihn umzubringen ich wollte ihm die Möglichkeit geben zu verschwinden ich versteckte mich hinter einem der Grabsteine auf dem Friedhof und beobachtete sein Cottage die Tür ist gut beleuchtet von der Straßen laterne ich sah wie er sich rauss schlich und rüber zum Pfarrhaus wo er durch eine der Terrassentüren ging ich folgte ihm er stand im mondlicht da wie ein gefallener engel und kramte in dem spenden kasten ich sah den brief öffner war blind vor zorn mir war nicht klar wie scharf das ding war ich stieß es ihm in den nacken dann lief ich weg ich gestand miss Patel was ich getan hatte und dann tauchten sie auf ich dachte ich hätte sie mit meiner aussage bei der polizei abgewimmelt aber auf einmal wurde ich von einer alten jungfer namens jellop bedroht der tristan von mir erzählt hatte sie sagte dass sie mit ihrem wissen zur polizei gehen wolle und sie behauptete dass tristan fotos von uns beiden in einer schwulen bar hätte tatsächlich hatte tristan mich mal mit in seine bar genommen ich sagte dass ich zu ihr kommen würde und sie nicht zur polizei gehen solle ehe ich ihr alles erklärt habe das war ihr ende als peggy slither mir dann erzählte sie hätte besagte fotos dachte ich der albtraum würde nie enden ich versprach ihr zweihunderttausend pfund für die fotos zu zahlen und sie war entverstanden aber ich traute ihr nicht nachdem sie ich ihr das geld entriss sie mir die bilder auf einmal das ist falsch sagte sie ich habe jemandem gesagt dass ich zur polizei gehen würde und das werde ich ich wusste bereits dass sie meinen namen nie erwähnt hatte daher sagte ich ruhig na gut aber wie wäre es mit einer tasse tee was für eine sieges sichere erpresserin sie war sie drehte sich in dem moment um indem ich mit dem messer ausholte und sie schrie er zuckte mit den schultern aber es war zu spät agatha spürte wie ihr kalter schweiß über den rücken ran hinterher vereinbarte ich mit miss partl dass sie die schuld auf sich nehmen würde sollte irgendwas raus kommen warum sollte sie das tun fragte agatha heiser während sie sich verstohlen nach einer waffe umschaute ich habe ihr erzählt wenn sie die strafe übernimmt wäre sie bei guter führung in zehn jahren wieder draußen und ich würde sie heiraten ich war mir sicher dass sie durch die hölle gehen würde bei der aussicht mich zu heiraten bringen sie mich jetzt um fragte agatha nein sie dämliche kuh tue ich nicht sie haben keinen beweis und die arme miss partl ist komplett wahnsinnig aus der bekommen sie nichts heraus wären sie nicht gewesen würde sie nicht im gefängnis sitzen doch ich ertrug den gedanken nicht dass sie triumphierend in ihrem cottage hocken und sich einbilden eine überragende Detektivin zu sein ich werde es der Polizei sagen japste agatha und welche beweise werden sie finden keine und ich habe mächtige freunde vergessen sie das nicht leben sie wohl mrs raisin agatha saß sehr still da sie hörte wie die tür zuknallte und mr binse wegfuhr als sie aufzustehen versuchte zitterten ihre beine so sehr dass sie direkt zurück in den sessel sackte und dann sah sie das diktiergerät auf ihrem schreibtisch sie hatte vergessen es auszuschalten ein wütender energieschub wallte in ihr auf sie ging zu ihrem schreibtisch spulte das band zurück und spielte es ab es war alles aufgenommen agatha griff nach dem telefon rief die polizei in mrster an und erklärte dass sie den wahren mörder hätte sie wurde sofort zu wilks durchgestellt der zunächst verblüfft zuhörte und sie dann mit fragen bombardierte sie gingen agathas aussage immer wieder mit ihr durch ehe sie endlich unterschreiben durfte danach hatte sie eine längere unterhaltung mit bill die sie zunehmend deprimierte er bezweifelte dass die aufnahme allein ausreichte um bin zu überführen obwohl sie john gegenüber versichert hatte dass bin es bestimmt nicht auf sie absehen würde fühlte agatha sich nervös und angespannt mehrmals versuchte sie bill anzurufen nur um immer wieder zu erfahren dass er nicht zu sprechen war ihre zuversicht schwand sie hätte sich wirklich für ihre bemerkungen über alice bei ihm entschuldigen sollen so kam es dass sie eine woche nach binsers festnahme ihre haustür aufriss bill geradewegs in die arme fiel und rief oh bill mir tut so leid was für schreckliche sachen ich über alice gesagt habe ist schon gut antwortete er gehen wir nach drinnen ich habe gute nachrichten für sie und kochen sie nicht erst kaffee er betrat die küche wo ihn agathas kater freudig begrüßten ich will die neuigkeit zuerst loswerden was ist es wir haben eine wasserdichte anklage gegen bin wie was ist passiert tja ich habe den leitenden psychiater in der geschlossenen anstalt angerufen in der miss partel untergebracht ist und gefragt wie sie sich macht er sagte dass er eben an seinem bericht säße anscheinend ist ihm schnell klar geworden dass miss partel ihren wahnsinn nur spielt also sprach ich mit meinem vorgesetzten und arrangierte eine befragung ich habe ihr dann erzählt dass bin sa ihnen gesagt hätte er hätte sie nie geliebt und sie wäre nur leicht zu eine frau zu verlassen sie fing wieder an zu weinen und nach einer weile wurde sie richtig wütend miss partel verriet dass er ein schriftliches geständnis abgelegt hatte damit sie nach seinem tod entlastet wäre warum sie darauf reingefallen ist verstehe ich nicht denn er hätte sie ja auch überleben können ich fragte wo dieses geständnis ist und sie sagte dass es sich im safe einer Tochterfirma in den Docklands befinden würde als sie einmal losgelegt hatte konnte sie nicht wieder aufhören sie erzählte mir von insider geschäften von üblen einschüchterungen zum zweck von firmen übernahmen einfach alles ich konnte mein glück gar nicht fassen ich rief wilkes an der umgehend mit zwei detektives und einem tonbandgerät hinzukam wir durchsuchten eine firma namens heiten electronics und dort fanden wir das testament nebst einigen kontenbüchern die er ganz sicher nicht der steuer zeigen wollte und nun wird er angeklagt was für ein segen sagte agatha ich habe john gesagt dass ich keine angst vor ihm hätte aber in wahrheit bin ich hier bei jedem geräusch zusammengezuckt wo ist john vor seinem cottage steht ein schild das es zu verkaufen ist er mietet sich eine wohnung in london die meisten seiner sachen hat er schon losgeschickt und die verlobung ist abgeblasen ja der funke sprang einfach nicht über ich habe ihm seinen ring zurückgegeben sind sie traurig deshalb bill sah sie prüfend an nicht sehr er war ein langweiler sagte agatha aber ich hoffe mit ihnen und alice ist alles in ordnung naja eigentlich nicht das tut mir leid bill es war dieser fürchterliche wein den hätte ich ihr nicht geben dürfen ach nein die geschichte war längst vergessen betrunken sagen leute oft dinge die sie nicht so meinen nein sie war unmöglich zu mutter agatha empfand einen hauch von mitgefühl für alice was hat sie gesagt nun mutter ist oft ein bisschen vorschnell sie hat gesagt dass alice und ich geld sparen können wenn wir nach der heirat bei ihnen wohnen also bei meinen eltern darauf hat alice zu ihr gesagt seien sie nicht albern ich habe schon einen hübschen bungalow für uns ausgesucht ich erwähnte dass ich davon noch gar nicht wüsste und da meinte alice hier kann ich nicht wohnen die würden mich irre machen sie wollte unbedingt dass wir aus merce da raus und auf die andere seite der ringstraße fahren wo der bungalow sein sollte der war ziemlich groß ein makler führte gerade ein anderes paar hindurch ich fragte wie viel das haus kosten soll und der makler sagte 180.000 Pfund das könnten alice und ich uns niemals leisten was ich ihr auch gesagt habe mein gehalt ist nicht so toll müssen sie wissen sie hat gefragt warum ich nichts gespart habe wo ich doch zu hause wohne aber ich bezahle meine Eltern dafür dass ich bei ihnen lebe Alice ist richtig in die Luft gegangen und hat mich beschimpft tja da habe ich ihr gesagt dass ich sie nicht wiedersehen will wollen sie denn gar nicht allein wohnen fragte Agatha neugierig es gibt Unterkünfte für Polizisten in Merster oder dort hätten sie etwas Unabhängigkeit ich bin unabhängig erwiderte Bill verwundert mir werden alle Mahlzeiten gekocht und ich habe mein eigenes Zimmer in den Wochen vor Weihnachten stürzte sich Agatha mit Werf in die Vorbereitungen für den Senioren Club sie trieb Geld auf indem sie eine Auktion und mehrere Bingo Abende in der Schulaula abhielt die Eröffnungsparty am Heilig Abend war ein voller Erfolg der Frauenverein hatte einen ganzen Trupp Fahrer verpflichtet um all die alten Leute zum Club zu chauffieren die nicht mehr mobil waren im neuen Jahr begann Ralph Krinstead mit seinen Schach Kursen Agatha machte mit dem Unterricht fortzufahren aber wenigstens schien einige willige Schüler zu haben Ende Januar dann bemerkte Agatha dass das zu verkaufen Schild vor Johns Cottage verschwunden war sie eilte zum Pfarrhaus wer ist mein neuer Nachbar fragte sie Mrs. Bloxby ich glaube ein gewisser Mr. Paul Chatterton ein Computerspezialist oh ein Technikfreak wie auch immer Männer interessieren mich nicht mehr ich dachte John würde zumindest mal anrufen machen sie sich um ihn keine Gedanken ich fand er war ein bisschen oberflächlich Agatha sah sie verdutzt an es kam überaus selten vor dass sich Mrs. Bloxby kritisch über jemanden äußerte und die Vikas Frau wurde prompt rot mir gefiel nicht wie er sie behandelt hat ich wünschte sie würden jemanden finden der zu ihnen passt oh nein das habe ich aufgegeben und für Frauen in meinem Alter gibt es so oder so keine passenden Männer der Herr wird entscheiden was er ihnen schenkt sagte Mrs. Bloxby geschwollen als Agatha zu ihrem Cottage zurückkam sah sie einen Umzugswagen vor dem Nachbarhaus das Entladen wurde von einem Mann überwacht bei dem es sich offensichtlich um den neuen Nachbarn handelte er war mittleren alters groß und durchtrainiert mit einem dichten weißen Haarschopf einem schmalen klugen Gesicht und blitzenden dunklen Augen Agatha lief nach drinnen sie nahm das Telefon auf und machte einen Termin beim Friseur und einen bei der Kosmetikerin nicht dass Männer sie noch interessierten dennoch durfte sie sich auf keinen Fall gehen lassen sie hörten Agatha Raisin und der tote Kaplan von MC beten es las Julia Fischer Regie Daniela Utecht Eine Produktion des Lagarto Verlags Leipzig Auf Wiederhören bei Audible Dein Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 er. Danke, entgegnete Agatha. Ach, komm doch rein und trink etwas. Es überraschte sie jedes Mal wieder, wie gut er mit seinem leicht sonnengebräunten Gesicht, dem hellen Haar und den grünen Augen aussah. Er war ungefähr in ihrem Alter, doch sein Gesicht war glatt und er wirkte jünger, was sie beinahe so sehr ärgerte wie die Tatsache, dass er einen Annäherungsversuch gewagt hatte, weil er dachte, sie wäre leicht zu haben. Überdies war er ein erfolgreicher Krimi-Autor. Sie nahmen ihre Drinks mit in den Garten. Also, was war hier los? Schreiben und wandern. Ach ja, und ich bin restlos angeödet davon, dass sämtliche Frauen im Dorf schwärmen, wie wunderbar der neue Kaplan ist. Ist er denn wunderbar? Dämlicher Schleimer. Du bist bloß sauer, weil du nun nicht mehr von allen angeschmachtet wirst. Könnte sein. Hast du ihn gesehen? Bisher hatte ich keine Zeit dazu. Ich gehe am Sonntag in die Kirche und schaue ihn mir mal an. Isst mit mir am Sonntag nach der Kirche zum Mittag. Gut, sagte Agatha. Danke. Am Sonntag trafen sie und John exakt fünf Minuten vor Gottesdienstbeginn bei der Kirche ein und stellten fest, dass es keinen einzigen Sitzplatz mehr gab. Sie mussten hinten stehen. Die Tenorglocke über ihnen im Turm verstummte. Dann trat Tristan Dallon an den Altar und drehte sich um. Agatha spähte um den riesigen Hut einer Frau vor ihr herum und schnappte verblüfft nach Luft. Der Kaplan war wunderschön. Er stand am Altar, wo ein einfallender Sonnenstrahl seine goldenen Locken aufleuchten ließ, seine helle Haut, seine großen blauen Augen und den perfekten Mund. Agatha war wie benommen. Wie von selbst sang sie die Kirchenlieder mit und lauschte den Bibellesungen. Dann stieg der Kaplan auf die Kanzel und begann eine Predigt über Nächstenliebe. Agatha lauschte jedem Wort einer Predigt, die sie unter normalen Umständen als gefühlstriefend und langweilig abgetan hätte. Am Ende des Gottesdienstes brauchten sie ewig, um aus der Kirche zu kommen. So viele Leute wollten mit dem Kaplan reden, der nun am Portal stand. Schließlich war Agatha an der Reihe. Tristan blickte ihr in die Augen und hielt ihre Hand fest. Eine wunderbare Predigt, schwärmte sie. Er lächelte sie warmherzig an. Ich bin froh, dass sie kommen konnten. Wohnen sie weiter weg oder sind sie aus dem Dorf? Ich wohne hier, in der Lilac Lane, antwortete Agatha haspelnd. Das letzte Cottage. John räusperte sich ungeduldig hinter ihr und widerwillig ging Agatha weiter. Ist er nicht unglaublich, fragte Agatha, als sie zum Pub gingen, dem Red Lion, wo sie zum Mittagessen wollten. Hm, war Johns Reaktion. So kam es, dass sie im Pub vor ihrem Mittagessen saßen und Agatha fortfuhr. Ich glaube, ich habe noch nie solch einen schönen Mann gesehen. Und er ist auch noch groß, über einen Meter achtzig. Meinst du nicht auch? Irgendwas stimmt mit dem nicht, sagte John. Und die Predigt war auch nicht berauschend. Ach, du bist nur neidisch. Ob du es glaubst oder nicht, Agatha, ich bin nicht die Spur neidisch. Allerdings hätte ich nicht gedacht, dass ausgerechnet du dich von dem guten Aussehen eines jungen Mannes blenden lässt. Ich dachte, du bist anders als all die anderen albernen Frauen. Reden wir über etwas anderes, forderte Agatha angesäuert. Wie kommst du mit deinem neuen Buch voran? John begann zu reden und Agatha ließ seine Worte zum einen Ohr herein und zum anderen wieder hinaus, während sie überlegte, wie sie es schaffte, den Kaplan allein zu sehen. Nach dem Mittagessen war Agatha froh, John los zu sein und sich ganz ihren farbenfrohen Träumen vom Kaplan hinzugeben. Zu gerne hätte sie Mrs. Bloxby besucht, aber sonntags hatte die Vikarsfrau viel zu tun, daher musste sie sich bis Montagmorgen gedulden. Dann eilte sie zum Pfarrhaus, wo sie jedoch nur Alf antraf, den Vikar, der ihr spitz mitteilte, dass seine Frau auf ihrer Runde durch die Gemeinde war. Ich war am Sonntag in der Kirche, sagte Agatha, so voll habe ich sie noch nie gesehen. Ach nein, entgegnete der Vikar kühl. Hoffen wir, dass sie auch so voll ist, wenn ich nächsten Sonntag meine Pflichten wieder übernehme. Wenn sie mich jetzt entschuldigen wollen. Leise schloss er die Tür. Agatha stand da und kochte vor Wut. Als sie eben weggehen wollte, sah sie Mrs. Bloxby kommen. Verzückt winkte Agatha ihr zu. Wollten Sie zu mir, fragte Mrs. Bloxby. Kommen Sie mit rein, ich mache uns einen Tee. Mrs. Bloxby öffnete die Pfarrhaustür. Für mich bitte Kaffee. Agatha folgte ihr in die Küche. Mrs. Bloxby bereitete zwei Becher Kaffee zu und trug sie auf einem Tablett hinaus in den Garten. Diese entsetzliche Hitze, sagte sie und stellte das Tablett auf den Gartentisch. Sie macht alle so unleidlich. Ich war am Sonntag in der Kirche, begann Agatha, und ich war sehr beeindruckt von dem Kaplan. Ach, unser Mr. Dallon, haben Sie neben seinem außergewöhnlich guten Aussehen noch etwas bemerkt? Ich habe am Portal mit ihm gesprochen, er schien charmant. Ja, auch das ist er. Sie mögen ihn nicht und ich weiß auch warum, sagte Agatha. Aha. Weil er die Kirche füllt, wie es Mr. Bloxby nie könnte. Mrs. Raisin, wann war ich jemals kleinlich? Entschuldigung, aber erscheint solch ein wunderbarer Prediger. Oh ja, ich habe vergessen, worum es in seiner Predigt ging. Helfen Sie mir auf die Sprünge. Doch so sehr Agatha sich auch bemühte, konnte sie sich nicht erinnern, was das Thema gewesen war, und sie errötete unter Mrs. Bloxbys mildem Blick. Wissen Sie, Mrs. Raisin, Schönheit ist gefährlich. Sie kann die Charakterbildung hemmen, weil andere stets bereit sind, attraktiven Menschen gute Eigenschaften zuzuschreiben, die sie nicht besitzen. Bei ihrer Heimkehr fühlte Agatha sich rastlos und unzufrieden. Sie hatte wieder angefangen, sich zu schminken und ihre elegantesten Sachen zu tragen. Sicher würden ihre Begegnungen mit dem Kaplan nicht auf die einminütigen Unterhaltungen am Kirchenportal beschränkt bleiben. Es läutete. Allzeit hoffnungsfroh überprüfte Agatha Haar und Make-up im Dielen-Spiegel, bevor sie öffnete. Es war Miss Sims, die Sekretärin des Frauenvereins. »Kommen Sie rein«, lud Agatha sie ein. Sie freute sich über die Ablenkung. Miss Sims stöckelte auf ihren hohen Absätzen hinter Agatha her. »Ist er nicht umwerfend?« hauchte Miss Sims, während sie auf dem Küchenstuhl sank. »Ich habe sie in der Kirche gesehen.« »Der Kaplan?« »Ja, er ist recht nett anzusehen.« »Mehr als das«, sagte Miss Sims. »Er hat die Gabe.« »Welche Gabe?« »In Zungen zu reden?« »Nein, zu heilen.« »Ich hatte diese schrecklichen Rückenschmerzen.« »Und als ich ihn im Dorf traf, habe ich ihm davon erzählt.« »Er hat mich mit zu sich genommen, seine Hände auf meinen Rücken gelegt, und ich konnte fühlen, wie es ganz heiß wurde.« »Ja, das möchte ich wetten«, dachte Agatha verschnupft. »Und die Schmerzen waren weg.« »Einfach so.« Klappern war zu hören, als Agathas Putzhilfe Doris Simpson mit dem Staubsauger die Treppe herunterkam. Sie blickte zur Küche herein. »Ich mache nur noch das Wohnzimmer, dann bin ich weg«, sagte sie. »Wir reden gerade über den neuen Kaplan«, erklärte Miss Sims. »Ach der«, schnaubte Doris, »fieser Schleimer.« »Warum nennst du Tristan einen fiesen Schleimer?« »Weiß nicht«. Doris kratzte sich das graue Haar. »Der hat was an sich, dass ich eine Gänsehaut kriege. Ist nur so ein Eindruck. Ich muss weitermachen.« »Was weiß die denn schon?«, brummelte Miss Sims. »Sie ist bloß eine Putzfrau«, ergänzte sie, wobei sie geflüssentlich vergaß, dass auch sie manchmal putzen ging, wenn sie eine Weile keinen Bekannten hatte, wie sie es nannte.« »Genau«, stimmte Agatha ihr zu. »Wie sieht es bei ihm aus?« »Na, Mrs. Feathers Cottage ist furchtbar dunkel, aber er hat das Zimmer mit Bildern und Läufern aufgehellt. Eine eigene Küche hat er nicht, die alte Mrs. Feathers kocht für ihn. Ich habe mich gefragt, ob ich irgendeine Chance habe, mich mit ihm zu verabreden.« »Und was ist mit ihrem Badausstatter?« Miss Sims kicherte. »Der müsste es ja nicht wissen. Und außerdem ist er verheiratet.« Die normalerweise forsche Agatha fühlte sich ausgebotet. Zudem war Tristan jung, nun vielleicht in den Dreißigern, und Miss Sims war Ende zwanzig. Als Miss Sims gegangen war, lief Agatha nervös auf und ab. Sie riss eine Küchenschublade auf und starrte eine Zigarettenschachtel an, nahm sie heraus, öffnete sie und steckte sich eine Zigarette an. »Heiliger! Sie schmeckte fantastisch! Der Fluch des Hypnotiseurs war weg!« Agatha stützte sich auf den Küchentisch, bis der erste Schwindel vorbei war. »Denk dran, was du deiner Gesundheit, deiner Lunge antust!« schrie die Gouvernante in ihrem Kopf. »Verzieh dich!« murmelte Agatha der inneren Stimme zu. Es klingelte wieder an der Tür. Agatha riss sie auf. Draußen stand Tristan und lächelte sie an. »Oh, Mr. Dallon!« sagte Agatha matt. »Wie nett!« »Sagen Sie, Tristan«, entgegnete er, »Sie sind mir am Sonntag in der Kirche aufgefallen. Es ist sehr kurzfristig, aber ich habe mich gefragt, ob Sie Zeit hätten, heute Abend mit mir zu essen.« »Ja, das wäre schön«, sagte Agatha und wünschte, sie hätte mir Make-up aufgelegt. »Wo?« »Oh, nur bei mir, wenn es Ihnen recht ist.« »Schön. Wann soll ich da sein?« »Um acht.« »Gut. Möchten Sie nicht reinkommen?« »Jetzt nicht. Ich bin gerade auf meiner Runde. Wir sehen uns heute Abend.« Er schenkte ihr ein strahlendes Lächeln, winkte und ging davon. Agatha zog sich in die Küche zurück. Ihre Knie schlotterten. »Denk an dein Alter«, fauchte die Stimme in ihrem Kopf. Agatha ignorierte sie und zündete sich noch eine Zigarette an, während sie überlegte, was sie anziehen sollte. Als sie einige Stunden später in einem goldfarbenen Seidenkleid in die warme Abendluft trat, glich das Schlafzimmer im Cottage einem Trümmerhaufen verworfener Garderobe. Sie wandte den Blick ab, als sie am Pfarrhaus vorbeiging und dann bei Mrs. Feathers klopfte. Mrs. Blocksby hatte sie nichts von der Einladung erzählt, da sie ahnte, dass die Vikarsfrau sie nicht gut hieße. Die alte Mrs. Feathers öffnete. Sie war grauhaarig, gebeugt und hatte ein sanftes, unschuldiges Gesicht. »Gehen Sie ruhig nach oben«, sagte sie. Agatha stieg die schmale Treppe hinauf. Oben machte Tristan ihr die Tür auf. »Willkommen! Wie hübsch und frisch Sie aussehen!« Er führte Agatha in ein kleines Zimmer, wo ein Tisch mit einem weißen Leinentuch gedeckt war. »Wir fangen gleich an«, sagte er, öffnete abermals die Tür und rief nach unten. »Sie können jetzt servieren, Mrs. Feathers!« »Braucht sie keine Hilfe?«, fragte Agatha beunruhigt. »Oh nein, verderben Sie ihr nicht den Spaß. Sie genießt es, mich zu umsorgen.« Dennoch kam es Agatha seltsam vor, als Mrs. Feathers mit einem sichtlich schweren Tablett erschien. Sie stellte zwei Teller mit Paté de Foie gras, Toastmelber, eine gekühlte Flasche Wein und zwei Gläser auf den Tisch. »Bitte rufen Sie, wenn Sie für den nächsten Gang bereit sind«, sagte sie. Tristan schenkte Wein ein und nahm Agatha gegenüber Platz. »Also verraten Sie mir, was eine kultivierte Dame wie Sie in ein Dorf in den Cotswolds verschlägt.« Agatha erzählte ihm, dass sie immer davon geträumt hatte, in den Cotswolds zu leben. Den Teil mit dem vorzeitigen Ruhestand ließ sie aus, weil sie nicht auf ihr Alter anspielen wollte. Und während sie sprach und aß, bewunderte sie die Schönheit des Kaplans. Er hatte das Gesicht eines Engels, beinahe androgyne Züge, doch sein athletischer, wohlgeformter Körper war ganz maskulin. Tristan stand auf und rief nach dem zweiten Gang. Mrs. Feathers erschien mit Tornado Rossini, neuen Kartoffeln und Salat. »Ist Mrs. Feathers nicht eine hervorragende Köchin?« fragte Tristan, als sie wieder allein waren. »Oh ja,« bestätigte Agatha, »dieses Filet-Steek ist exzellent. Wo haben Sie es gekauft?« »Ich überlasse das Einkaufen, Mrs. Feathers. Allerdings habe ich sie gebeten, sich etwas Besonderes einfallen zu lassen.« »Sie hat hoffentlich nicht für all das hier bezahlt.« »Mrs. Feathers besteht darauf, für mein Essen aufzukommen.« Agatha sah ihn skeptisch an. Gewiss konnte sich eine alte Witwe wie Mrs. Feathers all diese Ausgaben für Lebensmittel und Wein nicht leisten. Doch Tristan schien der Meinung zu sein, dass es ihm zustand, und er fuhr fort, Agatha über ihr Leben zu befragen, bis das Steak aufgegessen war und Mrs. Feathers eine mit Baiser überbackene Eistorte brachte. »Ich habe nur von mir geredet,« sagte er.